Ja, ich will, ja. Und find match. Ey, warte, ja? Was ist denn da los? Ist der erste Squatch schon falsch? Sind denn alle ready und so? Ja, alle ready, wir wollen aber nur zocken, ihr dumme Bitches. Halt! Ich entweig jetzt noch ein bisschen Squats, wenn er nicht an ist. Wir spielen jetzt fünf Runden, hast du gesagt, ne? Ja, ja, so viel, wie wir blocken. Das ist egal, Mann, wir zocken nicht. Wie es KFC zumacht. Hallo, liebe Zuschauer. Es gibt zwei Regeln, die müssen wir euch erklären. Am besten an alle Mods aus allen Streams, bereitet ihr am besten Commands vor, für diese zwei Regeln. Mach das bitte, ich kann das nicht. Richtig sick. Maxim kann zum Beispiel nicht mal schreiben, also dem muss echt geholt werden. Nach jedem Match wird dem Sieger ein Gegenspieler zugeordnet. Das machen wir einfach im TS aus. Sollte der King dann gegen den Rivalen quasi spielen, im darauffolgenden Match, ne, als Begegnung. Äh, dann kann der Rivale, sollte der in dieser, äh, in diesem Gegeneinander dann gewinnen, ne Runde, kann der beim König aus der letzten Runde ein Level-1-Champion auf dem Board oder der Bank äh, verkaufen lassen. Sprich, wenn der König gegen seinen Rivalen verkackt in der Runde, dann kann der Rivale sagen, ey, da, ich seh ne Tristana, Stufe 1, baller die mal weg. Aber das kann er jedes Mal machen, wenn er gegen ihn gewonnen hat. Ja. Ja. Okay. Und wenn der König gewinnt, passiert gar nichts. So. So. Dann, äh, die zweite Regel. J-S-D-M-A. Junge, streng dich mehr an. Das bedeutet, nach jedem Match wird der Letztplatz-Platzierte für die kommende Runde bestraft. Ja? Es wird von Stage 1-1 bis Stage 2-3 ein Straw-Poll-Vote im Chat durchgeführt bei demjenigen. Also wenn jetzt Kalle verkackt, diese erste Runde, äh, dann wird bei ihm im Chat wird bei ihm im Chat, äh, in der Pause darauf, äh, ein Straw-Poll durchgeführt. Und der wird dann quasi bis Stage 2-3 geführt. Und dann muss Kalle gucken, was ist Platz 1. Da werden alle Origins und Classes abgestimmt. So. Und das, was Platz 1 ist, muss Kalle fortan wählen. Immer wenn's kommt. Damit er auch am Letzten bleibt. Mhm. Ja. Also, es ist ein Handicap. Es ist ein Handicap, weil er Letzter war, weil er scheiße ist. Du dürft halt nicht vergessen, Maxim ist so ein Platz-2-Abuser, ne? Der wird immer nur Zweiter, damit er keine Handicase kriegt. So, aber, 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 aber das bedeutet, er kann auch anderes aufstellen. Nur halt, wenn jetzt Glacial kommt, und er hat, ihm wurde Glacial zugewiesen, dann muss er auch immer Glacial kaufen und aufstellen. Aber er kann zum Beispiel einen Ninja dazustellen, oder, keine Ahnung, irgendwas, was noch zu sich kombiniert ist. Aber das ist nach der ersten Runde, oder? Aber er darf nur Level-1-Units, die auch auf dem Feld sind, oder auch auf der Bank sind, rausknallen? Du meinst jetzt bei dem Königs- und Rival-Ding? Ja, wenn jetzt der Junge streng ich mal angewinnt, weil dann könnte man ja als König... Nein, das ist was anderes. Es gibt den König, der gewonnen hat. Okay, okay, also das Opfer. Und wir bestimmen nach jeder Runde den Rivalen. Ja. Aber zusätzlich gibt es eine zweite Regel, und das betrifft immer den Letzten. Ah, okay. Der kann auch gleichzeitig als Rival sein? Ja. In der ersten Runde noch gar nichts. In der ersten Runde noch gar nichts. Diese 10 Minuten Ansprache, ja. Ja, so. Jetzt können wir starten. Ah, okay. Geil. Stopp gehört. Ist das nur der Cue-Time nicht so lang? Sehr gut. Kurze Bitte an die Mods von Max, schickt mir bitte meine Unterrichtung als Command, weil ich keine Mods... Ich hab keine Mods... Wie sollen die das dann schreiben, oder? Ist das selber der Mod, oder? Wieso hast du keine Mods? Ja, weil meine Mods nie zugucken. Wow, beleidigt sie auch noch. Was ist das? Wie soll man der Mod bei dir werden? Bei Max und Tristan, nehmen wir noch die Squad-Einladung an. Max, ich kann für dich das Mod nehmen. Ich will meinen Picken nicht verkacken, Alter. Aha. Lola. Lola, wie nehm ich die an? Ich hab keine Ahnung. Im Dashboard einfach oben. Squad stream ich die da. Ach, Mann, 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 Mann. Squad. Squad. Also diese Runde gibt es noch keine Regeln. Eure Bewerbung mit Passfoto, gerne in meine DM zu leiden. So, jetzt geht's los, Leute. Krieg. Krieg. Du musst aber nach links swipen. Also ich will Skins hier... Achso, wir dürfen keine Items abusen. Hat ich das schon erwähnt? Ah, gib mir! Oh, nehm ich mal hier. Hier, hier, hier. Ey, oh! Hier, ich depp für dich. Wow. So, es gibt noch ein Punktesystem. Mashallah. Das war Zula. Ja, stimmt. Es gibt Punkte, ne? Zula, warst du das? Da war jetzt nicht so gut, ne? Ich hab den Varus. Ich hätte die Lulu bekommen. Das ist bestimmt jemand geschickt. Das ist doch bestimmt der Rayflux oder die Teichente. Die sollen wir bei Discord mal das alles schicken, bitte. Ey, Tristan, wie viel Uhr ist gerade bei dir? Sieben, ne? Sieben Uhr morgens, ja. Alter, du bist ein Held. Der Junge zieht durch. Da drehe ich mich noch zehn Wochen. Ehre. Ich hoffe, du hast nicht losgezogen. Ne, doch, ich hoffe, du hast losgezogen. Was? Gib mir mal die Regeln, bitte. Schreib mir die mal bei Discord. Hey, du hast die dollen Watson. Ja, aber die machen nicht so einen langen Text da. So, wer Items hat, wird automatisch zum König, ne? Geht schon los hier, ne? Geht schon los? Ab vier Items wird derjenige in der ersten Runde zum König. Geht schon los? Ich muss hier mal epische Musik aufhören. Ja, bin ich aufhören. Deine Mutti. Epik. They pick the wrong. So, ich weiß mal, die schlechteste Unit gekauft sind. Alter, ich bin total nervös. Ihr auch? Nö. Ich muss sagen, ich bin übel nervös. Junge, warum hast du nur ein Unit? Das macht... Ja, geht doch. Das hat mich nervös gemacht. Wo ist denn mit den... Also, ihr habt ja auch keine... Um die 200. Das ist sehr gut. Ich hab eine Menge, Alter. Ist der kurze Barcode ist Maxim oder der lange Barcode ist Maxim? Maxim hat den kürzenden. Ich bin der kurze. Okay. Ja, die krassen Streamer, die halt im Rank nicht erkannt werden wollen, weißt du? Ja, weil der TFT-Rank ist halt brutal, Leute. Da wird immer alles weggepickt. Da wird alles weggepickt. Da wird alles weggepickt. Wenn man jetzt drei Tristanas ist, sollte man locken oder nicht? Ja, ich hab ja auch gehofft, dass Rank da ist. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Ach ne, du hast ja noch gar nicht gekauft. Ne, ich will keine Tristaner. Boah, das ist mir... Das geht mir alles zu schnell. Ich komm gar nicht an. Kalle jetzt! Kalle muss jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Ja, ich muss jetzt zehn Sachen gleichzeitig machen. Ich muss Musik anmachen, das ist auch noch wichtig. Musik. Bei mir läuft ja immer so Techno-Musik, weißt du? Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Bei mir läuft ja immer so Techno-Musik, weißt du? Ja, so Ballermucke, Allah. Oh geil, ich hab ja noch so einen Makali-Box, ey, die vernichte ich jetzt. Ich hab den Anfrager geschickt. Ah, ich bin komplett überfordert, ey. Allah, Ehre. Ehre. Also wenn ich die ersten drei Minion-Waves immer schaffe, dann bin ich schon glücklich. Wenn du die nicht schaffst, dann darfst du auch hier offiziell nicht mehr teilnehmen. Der auch holt. Oh, ich hab Adems bekommen, you dumb bitches. Bin das so? Doppelklang. Alter. Ein Adem. Ein Adem. Ehre. 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 Das schmeckt. Meine Ohren, sie tun mir weh. Ja, das ist gut so. So, ich geh jetzt nicht für Level Up, okay? Ich auch nicht. Ey. Ich fett mich schon mit 80. Aber ich bin ein Ehren, Mann. Wer geht denn jetzt Level Up, das ist doch verboten. Was? Jetzt doch. Ich level. So, danke. Ich hab noch Commands nebenbei erschaffen. Also, wie gesagt, es leidet in meine DMs. Wer ist denn hier so der, der schlechteste? Ich wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung, was ich mache, ehrlich gesagt. Ah, ne. No way. Das ist wieder Bait. Das ist Bait. Don't listen to him. Hups. Don't listen. Schön. Wieso hast du nur eigentlich vier Items? Vier? Ja, ich hab mir die alle bestellt. Man kann das jetzt neu machen. Oh! Du sagst, wer vier Items bekommt. Wenn man eine bestimmte Unit-Kombination verkauft, kriegt... Ah, ja! Ach, Power. Oh nein. Aui. Da bist du wieder hochgenommen, Junge. Weißt du, jetzt kommen so die Mods aus ihren Löchern. Jetzt sind sie zu spät. Wow. Alter, Kalle. Kalle soll als Community-Manager werden, Alter. Nur über seine Kack-Mods. Der. Der. Hier kommt. So ist der Boom. Alter, was? Wie kommt der denn hier schon reingeslidet da? Reingeslidet, Alter. Alter, ey. Macht ihr eine Hyper-Roll, Alter? Nochmal gucken. Ey, wenn ich ein Item-Abuse seh, ne? Ich bin auch Schiedsrichter. Was ist die Strafe, wenn jemand Item-Imbuse? Ist raus. 3 Schläge auf die... Ja, ist raus. Nächste Runde keine Items. Ist raus. Auf Twitter warten so viele Leute hier mitzuzocken, Alter. Das geht ganz schnell. Ja. Morellos, aha. Ah, hier Power of Evil mit dem Loons-Echo-Blitz. Du hast aber schon entertaining Upgrades, ne? Ja, aber Level 1. Fokus, Garen. Fokus, Garen. Nur mit Pyke aber, ne? Das ist aber auch schwer. Ja, Mann. Ich hab das schon verloren. Nein. Spin. Damn down. Scheiß Ritter. Alles gut, Kalle. Du machst den Into Early Game, damit du dir auch... Weißt du, jetzt ist Tryhard mit Level Up schon so früh. Also, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Oh! Die Regeln sind nicht mal richtig fett. Oh, Mann. Alter, Kalle, kannst du mal deine Probleme für dich behalten, ey? Oh, ich hab keine Mods. Äh, Deichente. Kannst du mal die Regeln in mein Arschloch tun, Alter? Da liest sie jeder. Das ist die unglücklichste Runde des Monats von mir. Oh, scheiße. Oh, Sola. Du bist der Kürzeren, ne? Ja, das steht wirklich gut hier unten. Was hab ich? Du bist der Kürzeren, ne? Ich bin der Längere. Ah, dann ist Maximilian Ludens Echo-Pike. Ich bin der Luden-Pike. Oh, die werden jetzt beide gestunt. Babam. Du bist vom Cup der Ehre der Gewinner? Nee, nee, nee. Ich bin der Karussell vor dir dran. Max, das musst du dir nochmal vorstellen. Jeder erste Platz hat ein Handicap bekommen. Maxim hat nicht eine Runde gewonnen. Nicht eine. Das tut mir doch wirklich leid. Ich hab sechs Handicaps bekommen. Ja, vier. Naja, und am Ende zwei. Achso, am Ende hab ich auch welche bekommen. Weil ich einfach zu krass war. Achso, kennt ihr eigentlich schon unseren Hashtag? Nee. Auswendig. Hashtag G-M-A-C-I-G-S-G-E-C-E-E-P-T-F-T-C-C-A-E. Genau. Aber das klingt gut. Das heißt, mach ich, nachdem ich gepickt hab, Allah, weil das dauert. Spatula, ey. Das dauert, Allah. Pfanne! So, das heißt, ausgeschrieben. Global Master Auto Chess Invitation of German Super Gaming Expert Cyber Esports Enthusiasts Playing Teamfight Tactics Chess Chess à la Ehre. Kriegen wir da T-Shirts von noch? Ja, müssen wir mal gucken. Aber ausgeschrieben. Wie erfolgreich dieses Format wird. Ja, wie erfolgreich dieses Format wird. Je nachdem wie erfolgreich. Ehre. Ja. 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 Darauf erst mein fettes Jahr. Bitch. Was? Biatsch! Biatsch. Äh. Nein, jetzt ist auf der die Scheiße drauf. Na gut. Müssen die wissen, ne? Müssen die wissen. Fiora ist richtig bad, oder? Fiora ist einfach 5 Sekunden ab. Absolut terrible. Absolut terrible, ey. Huch, das war da. Schon der Ranger und Noble Spieler. Der ist halt direkt wieder. Ja, man muss ja hier auch versuchen, aber ich mein, du hast die Trainerscheibe. Also du darfst dich mal gar nicht beschweren hier. Oh, wenn der auch so ist. Trimax, wie viele Wins hast du? Ja, 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 ja. Über 50. Über 50. Hä? Aber du bist doch hier letzter. Alle Spot Games. Ich hab kein Level 2. Der letzter ist doch in den ersten vier Runden. Ich hab kein Item und kein auf Level 2. Ich hab aber auch gestern bei Trimax reingeguckt. Der hat noch mal ordentlich trainiert gestern. Das hab ich gesehen. Ich hab heute nur 3 Stunden Geiz durchgelesen. Ich zock gar nicht mehr. Geiz. Da lacht die über Tristan. Ja, ich muss sagen. Von dem, was du 1 nennst. Ah, man, ah, man, ah. Hab ich da eine von verkauft? Ich Idiot. Du Idiot. Ah, ne, eh. Ah, ne, Alter. Äh, hoppala. Puh, äh. Was mach ich mit meiner Teamcom? Was macht ihr dummen Bitches? Mit eurer? Ass. Was macht ihr eigentlich mit meiner Ass? Alles wird Zeit. Ja, ja, ja. Wie die reinkritten, die Leute hier. Zack. Boah, das ist der erste Teil. Das ist ein Ludens Morello Tränepeik. Oh, shit machst du mich. You're gonna burn your ass. Are you sure? Oh, no, 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 no. Oh, yes. Ja, die Nilly ist schluss. Das war ein erster Loose, glaube ich. Aber du spielst doch mit Level 2 an, da bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, Kalle. Entthrone ich dich. 10 Items auf deinem Pike und 10 Zwei noch. Komm schon Darius. 10 Pike, 10 Pike. Mach da noch. Ja, let's go. Ah, let's go. Geil, der Hashtag, da geht's schon richtig ab. Wir haben ja auch getreadet, ne? Muss man auch sehen. Muss man sehen. Musst ja auch sehen, ne? Always bring Brom. Always bring Brom. Habe ich gerade auch gepickt. Komm ja schon hier als ein Backseat-Gamer in den Chat. Nee, du musst das anders machen und stell doch mal den auf. Das ist bei mir so schlimm, weil ich ja keine Ahnung davon... Ja, aber du bist ja auch schlecht, deswegen würde ich das annehmen. Vielleicht mit Power of Evil ist er noch da oder schläft er schon wieder? Nee, wenn ich Dote ausmache, dann blieb ich mein PC aus. Ich bin auch da, aber ich brauche einfach gute Scheiße. Ja, ist die Aufwärm-Runde. Wollen wir die schon zählen, weil wir sagen, dass... Klar, die wird richtig gezählt, Allah. Neiße, Allah. Jetzt bist du auch in Amerika. Echt, ey. Hättest du ja mal rüberfliegen können fürs Turnier. Welche ist denn die beste Assassin? So neben... Guck mal, was hier alles liegt. Ich weiß nicht, wohin ich das tun soll. Akali. Ja, stimmt. Richtig First-World-Problems hier, Allah. Ja? Mit deinen Mods immer noch? Alles ist wirklich gut. Richtig geile Skins, Alter. Richtig geile Skins, ey. Ja, Ehre, Ehre. Alles nur drei Star-Skins. Lol. Lol. Auf guter Ehrenbasis, was hier passiert. Mashallah. Ich muss sagen, ich kriege richtig gute Units. Nichts. Nichts. Units. Ja, Jungs, was ist nochmal bei Recurve Road und Giants-World? Alles. Titanic-Hyper. Titanic-Schmeier. Ja, Jungs. Jaja, das weiß man doch. Sowas weiß man doch. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber... Sowas müsste man eigentlich wissen. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Er kriegt Kaffee. Oh. Ich hab hier ja gerade Blitzcrank mit jemand anderem verwechselt. Bah! Ist ja widerlich, Max. Was ist das denn? Alter. Full-Level-Kalle, Junge. Ja, ja. Und knallt die weg, die... Guck mal, wie der leidet. Alter, jetzt krittet doch mal. Geht doch. Zack. Oh, hat der gedodged. Alter. Stun denied. So. Und drehen. 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 Ja. Oh. Ah. Ne. Alter, warum ist denn hier? Ist ja schwierig. Aber wir haben das Comeback auf unsere Seite, Leute. Du hast keinen Bock auf das Game, ne? Sagtest du doch. Auf das Game? Ja, du spielst es nicht. Leider, ich muss mal langsam eine Überlegung machen. Tristan, Junge. Ja. 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 Ja, du rasierst. Ich muss sagen, wer hat die meisten Gold 2 auf, äh ... Gold 2, genau. Denken, sprechen. I have a better, better understanding of a game. Alter, Kalle. Lass mal Boxen. Alter, wer bist du denn? Nee, fünf. Wie hast du zwei Ranger auf zwei? Oh ja. Wer kriegt ein Report? Kalle hat alle fünf Level 2. Ja, aber Kalle ... Ja, aber du fixst mich. Hat hier Hyperroll Schmeiderroll gemacht oder was? Ja, da müssen wir aufpassen, Freunde. Boah, das war's. Maxine, was ist denn das für eine Dreckskarte? Boah, guck mal auf meine Bank, Alter. Ja. Nein. Ja. Spiel ohne Level 2. Ich hab doch gesagt, du fixst mich. Ja, like always. Always. Like always. Always ultra, Alter. Eh. Ehre. So. So. Doppelklass. Sure. Also, wir haben schon mal plus drei Gold durch Loose-Streak. Das ist schon mal sehr gut. Tramix aber auch, ne? Da macht man ja Konkurrenz. Geht gar nichts. Oh, meine Bank. Das Ding ist, Tramix denkt richtig viel nach. Ich denk richtig viel nach. Weil er halt nix. Ich hab ja drei Notizenzettel. Ich bin hier komplett hochgesteckt. Echt? Die ganze Wand so zugekleistert mit irgendwelchen Kombinationen. Voll echt. Ja, ich bin halt echt jetzt. Oh, Scheiß. So ist das schon Cho'Gard. Das ist jetzt so lang, ne? Schon wieder. Ja. Diesmal mach ich dich aber kaputt. Ich hab meine Komplett abruhelt. Hey, du hast mich letztes Mal auch schon kaputt gemacht. Ne, ne, da hast du gewonnen. Echt? Ja, aber ich. Alter, Polka! LoL! Was ist denn der Pike für Eisern? Oh, ne, ne, ne. Oh, fuck. Ja, ich musste das machen. Was ist das für ein Cho'Gard-Ul? Guck mal, wo haben meine Units an? Die sind alle Level 1, Alter. Ja, wo geht die Cho'Gard-Ul denn hin? Total, Kalle. Du hast einen Cho'Gard? Kalle hat noch zwei Recurve-Boats auf der Bank. Das ist ja besser gewesen als zwei, Alter. Und Tristan ganz leicht so erster Platz. Sagt nix. Ja, schön Simon Mongs. Der hat grad nen Kaffee. Bagel. Was ist das für ein Cho'Gard-Ul? Ja, war mir klar. Was ist das für ein Cho'Gard-Ul? 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 Ja, vorne sein ist ganz geil aktuell, ja. Ja, mit den Items ist halt echt schwer, ne? Oh, lecker. Ich weiß halt auch nicht, was man haben möchte. Hättest du lieber gute Items oder 40 Leben? Ich glaub, Items ist besser, ne? Was, willst du einfach nicht letzter werden? Ehre. Ehre. So, ich glaube, wir haben... ...ein Comeback. Was war nochmal... Ja. Ja, ja. BF und Funwender macht Assassin, ne? Richtig. Ehre. Assassin. Gib mir bitte mehr von dem, was du Assassin nennst. Amen, amen. So, Power-off. Schmacko. Dash. Durch das Gesamt. Oh, das ist ein bisschen beefy, ey. Boah, Alter. Der Varus macht halt jedes Mal Ult, wenn er gestunt ist. Übelst clever. Nein! Cancelling ist on point. Oh, die Ult ist so gut. Nee, hast geförmt. Aber reicht nicht. Morellos auf den... Morellos! So, wer hat 50 Gold, Leute? Ich hab 40. No way, du zählst dich. Du hast zu oft gewonnen. 50? 50. 50. Der ist der Level 3, ja. Oh, nee. Warwick. 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 Warwick Level 3 ist halt Abfall, ne? Da müssen wir uns keine Sorgen. Was soll das denn jetzt? Weiß ich nicht. Du musst Abfall machen. Richtig, Junge. So. Ich hab hier Timo Level 3, ne? Ich hab nur noch 50% meiner HP. Das ist besser als Kevin noch. Aber es ist ganz schön. Alter, Warwick Stufe 3? Hab ich doch gerade gesagt! Echt! Scheiße. Egal, dann nimm Beklein. Wird erstmal weg im Flex. Ja, Beklein ist so wichtig. Der kommt. Oh, da kommt dicker Stunner. Aua, aua. Auf beiden Seiten. Jo. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Oh, ja lass jetzt. Wo die Bär, wo die Bär? Scheiße. Der Warwick. Was ist los? Ja, 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 ja. Guck mal, die steht da hinten. Wo war's los? Ja, ja. All Hail Pike hab ich gebaut. Do it. Do it. Dicke mir mehr von dem was du peigst. Rally to me. Entschuldigung. Ojo. Entschuldigung. Let's see what they're made of. Alter Bruder. Bruder. Musst' los. Ich hab 30 AP, ne? Ja, das ist nicht gut. Ja, aber du hast ja 50 Gold. Da kannst du ja immer ordentlich was reinlatzen. Ordentlich reinpainten im QC-Gehäuse hier. Schön, dass das TFT-Gehäuse. Ich glaub ich voll jetzt gegen die, äh, weiter. Oder? Einig umgestellte. Scheiße. Scheiße, Bro. Echt, ja. Scheiße. Dann hab ich bemerkt, dass ich Hikerleite. Zwei meiner Einheiten machen einfach nichts. Das ist nicht sehr gut. Oh, Destan war wichtig. Oh, ne Bratpfanne. Oh, ne Bratpfanne. Was passiert nochmal mit dem letzten Platz? Mit dem streng nicht mal mehr an hier? Was war das nochmal? Äh, der muss ein Strawpoil-Vote abhalten in seinem Chat. Mhm. Bis Stage, äh, drei, nee. Bis Stage 2-3. Mhm. Und das, was dann an oberster Stelle ist, da zählen Klassen und Herkunft mit rein. Mhm. Äh, das muss er dann immer nehmen, wenn es gerollt kommt. Und auch aufstellen. Okay. Ja. Ganz schön krass. Das ist mega krass. Oh, lecker. Also, mega krass oder mega crazy? Das hab ich nicht umgesch- Ja, das geht. Mega crazy. Nochmal der Tristan hier. Alter. Halleluja. Assassin ist da ganz schnell raus aus meiner Backline, bitte. Das würde ich so aber nicht. Schön, schön. Der soll mal weggehen. Mana burn, schmörn hier keine Ul für dich. Wie ist denn Siwana so useless? Jetzt mach ich gerade mein Team weg. Oh, Mann, das muss aber nicht sein. Ein Peigler einfach. Oh, das schmeckt, oder? Das ist ein Nobel-Buff. Du bist der Gewinner vom Cup der Ehre, ja. Nobel-Buff hier. Wär doch, glaub ich, hier gewinnen. Ja, die Vayne hat wohl noch. Alle Shadeshifter, ne? Ranger. Ja. Hau ruhig das mal an. Mein Gott. Dann halt nicht. Ich hab zwei Ninjas, das ist nicht gut. Du. Wo ist jetzt No Way? Welches Support hat er? Erster? Hast du welches Board? Oben, Mitte. Oben, Mitte. Erster. Oben, Mitte. Er hat einfach Shogath, Alter. Shogath. Wusstet ihr, dass Shogath am meisten Leben im Spiel hat? Shogath hat wirklich viel Leben, Alter. Shogath? Shogath. Shogath. Was hat richtig viel? Richtig viel! Es hat richtig viel, richtig viel! So was hier wieder, weißt du! Kalle Kolumnak! Boah ey, Assassins Spieler sind aber direkt raus hier, oder? Weiß es nicht! Ist auch verboten, ja. Force of Nature Warwick Level 3, ja? ja klar hat er doch gesagt ja du musst nach hause jetzt der damage ich hab so hatte in der kreise bekommen auf 4 hp hallo ist das dein zenith impending doom was ist mit ihm aber ich spiele ihn auf scream a lot aber vielleicht tötet nein 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 das gewinnst du noch meine 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 ist sicher ja ja du guck mal die wehen machen nix was ist das für eine wehne also kann ich auch direkt runterschmeißen ich lieber mal so ein bisschen mit weißt du ja 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 oh pick und bahn kein spätschler in der mitte okay merke ich mir merke ich mir okay merken ja das ist nicht gut wenn ich schon einmal letzter bin dann wenigstens noch was nehme ich das macht keinen sinn wenn ich fieber habe primax worauf gehst du stecken titanic hydras also die stecken wenn man mehr hat ja 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 so zett oder ringer ja i recommend skipping bitch ja ich darf jetzt nicht raus fliegen oh doch so hand of blood echt jetzt fliege ich raus gegen dich oh der 6er assassin main aber ich hab auch ein paar blablabla 6er stun oh was ja das ist heik meine bitch und jetzt kommt der scream blablabla 6er was war das denn oh oh ja hä oh das könnt ihr nicht machen ja ich bin raus ich bin raus ich bin raus ich bin raus kann das passieren ne das ist glaube ich also ich bin auch grad am cheaten deswegen noch bist du ja nicht raus doch ach ja doch ich bin raus oh doch alter what what alter ey das hat 100 runden nicht so ne runde what's going on wie bitter ist das bitte sehr bitter wir machen ja noch ein paar ganz feuch you're soo jetzt hab ich doch nächste runde den ultimativen nachteil oder wie ist die regel vom nachteil ne das will ich hier aber was ist das denn alter kalle ey dicke swain ladung das reicht genau langsam mit dir ich hab grad von kindred ich hab grad von 50 mach den weg mach den weg oh der hat so geil geholfen ja aber es bringt leider dann deine verfickten fick ey ey das was ist mit der kindred wie soll ich die denn berühren wie soll ich die denn berühren hä da ist magic immunity alter was ist das denn das ist doch illegal alter was ist das denn was ist das denn alter ist das gut alter das sah ja so groß ja ich glaub auch ich glaub auch ja ich glaub auch ja ich glaub auch es sieht gut aus ne mann ich muss meine items jetzt benutzen a la meine adems es gibt items es gibt adems ich bin so unschlüssig yeah ja ich glaub wir machen auch noch die runde nen hmm hmm hhmm hhmm gut finde ich stark einfach klasse man muss auch mal auch mal wissen wo es hingeht muss aber einfach mal undertaken man muss auch mal irgendwann den scheiß ranger verkaufen der für den useless ist So. Renga, mach sie Bang-Bah. Alter. Find ich gut. Uh, es gab Adams. Adams. Gibt's immer für Leute, die Adams holen. Spatula. Ehre. Die gibt mir mehr von dem, was du Adams nennst. Auch wenn ich keine Adams brauch, ich brauche sie. Oh, lass mich vergessen, was war. Ehre. Oh, bleib bei mir heute Nacht. Oh, Brandt, hallo, du Bitch. Willkommen im Team. Willkommen im Team, Brandt. Oh, du bist hier wieder Kevin. Wer ist das, Zola oder Maxi? Ghost. Ghost. Das ist eine Kolumna. Elementalist. Was ändert sich denn bei Ghost? Ich krieg doch... Ich glaube, ich werde dich kicken. Aua. Ja, du kickst mich. Aua. Weg, weg. Außer dein Swain rastet jetzt richtig aus. Oh, die Kindred. Das reicht trotzdem nicht. Dammit. Oh, wie er suckt. Er suckt dich doch gar nicht. Alter, der suckt die Balls, aber dann, boom, Atomexplosion. Also, Kevin, das finde ich nicht gut. Bier auf Pike ist verboten, ja. Bier? Das Bier ist ja nicht drauf. Bier auf Pike ist verboten. Bier auf Pike ist verboten. Bier auf Pike ist verboten. Bier auf Pike musste komplett ausliefern. So, Hanno hat aber auch hier bald Feierabend. Äh, 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 äh. Ja! So. Okay, jetzt hat er Draven 2. Dann wird nix mit Wild, Leute. So, jetzt muss ich ihn mal... Ich brauch Level. ...kombinant anfassen. Scheiße. Ich bin um. Out of... ...ultra viel Gold. Wieso haben die einen Strichcode als Namen? Ja. Spassig. Entschuldigung. Hallo. Hey, Wortwahl. Mit den Ranks ich erkannt werde? Maxine, bist du nicht nur Gold? Ich bin... Ich bin... Es ist Nati mittlerweile. Oh, bist du ausgeschieden? Ah, Kalle ist ja weg. Geil. So, wer kommt jetzt? Alter, spinnen. I'm a planet, motherfucker. Hallo. Scheiße, ey, du hast ganz schön. Oh, du hast mal gute Einheiten. Oh, ja. Guck mal, der Renga ist direkt weg. Jawohl. Kindred, press A. Oh. Der Aurelion soll sein. Ach du Scheiße. Oh, das wird krass. Das wird krass. Ohne Aurelion. Ohne Aurelion gespielt. Oh, das klappt. Geil. Ja, ich hab auch ohne Kindred gespielt. Ohne Aurelion. Ich bin dead. Ist Kevin... Stirr! Ey, meine Komp ist so krass. Weil meine rausjumpen, die Idioten. Ja. Idioten. Sind Idioten. Oh, du, du. Wir kommen im Team. Let's use all the colors. Das sag ich euch jeden Montag. Na, aber es bringt nichts bei euch. Idiots. Scheiße, ich muss leveln, aber ich hab kein Gold. Verstehste. Ja, Maschallah. Sag man das dann? Überleg, aber ich Peik verkaufe. Aber Peik gewinnt mir gerade das. Das hätt ich später machen sollen. Geil, Tristan ist auch fast raus. Ey. Ja, ich bin auch fast raus. Immer mehr Punkte. Was ist nochmal der genaue Nachteil vom letzten Platz Handicap? Hennu, du erklärst das so gut. Für alle Zuschauer nochmal. Oh nein, es geht so um. Es geht los. No way. Der der letzte Platz wird. Es ist der Battle of the Knockout. Mach das nach der Runde. Ich mach das nach der Runde. Warum ist dein Schumper so gut? Oh, mein Cannon hat dich kommentiert. Scheiß Kindle bin ich oben. Du verlierst, du verlierst. Aber ich verliere das. Du stellst ja auch Magiemonität. Das ist wie Cheaten. Du bist nett. Oh, doch nicht. Knapp. Also, Max ist so ein Assassin-Spiel. Scheiße. Hä? Hä? Der Kombo ist komplett insane. Oh, ich bin letzter, ne? Ich hab überhaupt deine Story gesehen. Kann ich voten? Ich bin letzter. Das war Johannes. Ich bin beide letzter. Das war nicht ich. Die zocken ihren ganzen Tag TFP. Ich bin zu vergessen, was war. Was? Baby bleibt bei mir heute Nacht. Was ist denn los mit euch, ja? Und so, jetzt haut mal raus, das hat mir so ne Combo aus. Ich hab Elementalist, Phantom, Ranger, Glacial, Demon, Ninja. Ich hab ein Felsen von allem. Ich hab ein Felsen von allem. Ich kann doch nur die Punkte-Tabelle. Ja, mach das mehr. Punkte-Tabell heißt das. Tabell. 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 Super. Super, 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 super. Oder ein Schub. Gäse wäre auch gut. Das ist ein Super Trooper. I'm gonna find you. Fuck my asshole. Alter. Fuck, der war so hart vor. Ey, Retter. So, Sola! Oh, Kevin. Schon wieder du. Du musst jetzt endlich verlieren. The Battle of the Stunts. In the backline. Oh nein. Haut Lulu raus. Go, Rillion. Kill. Yes. Oh. Oh, meine Kinn macht Damage. Der Brand. Der Brand. Warwick ist raus. Warwick ist raus. Warwick ist raus. Warwick ist raus. Du bist Red Hendo. Shit. Yeah, tot. Doppelklamm. So, ich bin eins, zwei, drei. Ich bin vierter. Also die drei besten Spieler sind leider noch übrig. Gleichzeitig rausgeflogen, Max. Sind wir jetzt beide vierter? Nein, bei mir steht vierter Platz. Ja, weil dein Name weit da oben ist. Ne, was steht bei dir? Können wir die anderen muten, weil das alles Apes sind? Was steht bei dir, Sola? Nein, nein, nein. Ja, das ist alphabetisch geordnet. Bei dir steht... Weil der den Damage später bekommen hat. Ich war eher... Äh, ich war später draußen. Ja, genau. Bei dir steht fünfter Platz. Sola, ich hab dich vorher getötet, weil er mir eine Comp auf Early Game Damage setzt. So. Na gut. Ist aber eine Midrange Comp. So. Oh mein Gott. Was ist denn eigentlich der Preis? Ey, der Preis? Eine große Ladung in Ära, Alter. Komm mal, Alter, ja. Schmuggli. Wie viele Punkte? Kindred hat ihren Job nicht gedankt. Jetzt sind's gleich noch die zwei Messer Spieler mit dir. Mit bitte mehr von dem, was du Kindred nennst. Geil, es gibt eine Google-Tabelle. Du Afghanen. Komma, oh Idiot! Maximes Kopf ist schon besser. Ne, du musst auf jeden Fall Kevin kicken. Ja, Kevin ist gleich raus. Alter, das sieht ganz schön gut aus. Weil ich kann nämlich gegen dich nicht verlieren, weil du hast Dragon. Weil ich mach keinen Damage. Du, ich, ich... Oh, tschüss. Ey! Ich find geil, dass... Oh mein Gott, welchen Platz hab ich gemacht und welchen Platz mach ich am liebsten bei Turnieren mit Punishment? Ich sag's euch, Leute. Was ist denn meine Strafe jetzt? Ja, noch, noch, noch. Ist die nicht da, Alter. Ach ja, okay. Ja, das kann Maximes nicht gewinnen. Ne, das kann ich nicht gewinnen. Dragon ist einfach Hard-Counted. Seht schon an, du hast auch Magic Immune. Ach, du hast drei Magic Immune. Ja, gut, dann ist er drin. Und... Und Tappel, Titanic, Rage, Rapid-Fire, Aids Blade, Alter. Pff, das geht nicht. Aids Blade. Ha! Oder ich mach's so, dass ich hier... Vielleicht schaffst du jetzt auch gegen den Dragon. Nee, also ich... Nee, gegen den Dragon... Nee, der macht nicht mit Damage. Damage, Damage. Dass Shyvana und Aurion überhaupt auf den Drachen einschlagen, das find ich ja irgendwie... Das ist schon Mobbing, ne? Ja. Es ist einfach... It's wrong. Hurra! Null Damage. So, Aurion, du musst jetzt mit Auto-Takes machen. Der Drache, ich hab den Drachen. Ich schaff den auch nicht. Das ist halt das Problem beim Mage. So, die können die Drachen nicht töten. Der Dragon sollte einfach 30 Damage machen. Oder 100. Die ändern den ja schon auf dem PBG. Direkt executen, wenn man den nicht... Ja, ist doch. Hardcore, oder? Das ist doch jetzt dein Untergang, Maxim, oder? Uiuiuiui. Also wenn er das... Also wenn er das... Deine... Was ist das für eine Einstellung? Wir stellen schon mal an hier. Also... Also es kommt drauf an, wie viel... Also die Upgrade... By no way. Wie viel er mir gibt von dem, was er Liebe nennt, aber sonst... Er hat einiges an ihm, glaub ich, parat. Aber wir brauchen einen guten Knock-Up. Was denn du auf einmal mit Bowser, Alter? Keine Ahnung. Der Text ist einfach so kompliziert. Kennst du Maxim? Das ist so random. Das ist komplett random. So, jetzt geht's los. Pyke! Show me the world! Okay? Ein schöner Quer-Stun. Genau. Danke dir, Bro! Einen erwischt! Ne, ja, drei. Okay, ne? Na, die C2 hat erstmal nur Scheiße geholtet. Jetzt kommt noch ein guter Knock-Up. Und jetzt muss irgendwoher der AD-Damage kommen. Aber woher? Hey! Hey! Let's go! Clapp den Chat, Alter! Fuck! Ich bin zweiten gemacht. Echt traurig. Das hast du ja schon lange nicht mehr. Das ist schade, weil jetzt müssen wir ja einen King eintragen und ich bin's nicht. Das ist cool. So! Also, King tragen jetzt alle ein. König ist No Way. Wer wird der Rivale? Das kann ja nur Power of Evil sein, oder? Ja. Bei Power of Evil musst du dir mal zeigen, wer der richtige Midlaner ist, Allah. Den Rival muss man auch dazu schreiben? Ja. Okay. Also König ist No Way. Rivale ist... Puh, äh. Puh, ever. Die nächsten vier Runden kann ich mir jetzt einfach zurücknehmen. Was war das bei der Rivale? Was war das bei der Rivale? Was ist jetzt mit Trimax? Das ist der Letzter? Ja. Was ist mit mir? Trimax bekommt jetzt von mir einen Link. Warte. Hier im... Schaffst du Teamspeak oder soll ich dir WhatsApp schicken? Uh, Teamspeak krieg ich hin. Bin ich dabei. Geil. Cool. Dann, hier ist der Link. Hm? Den ballerst du bei dir ein... Also den kann eigentlich jeder raushauen, weil wir können ihn ja ärgern. Und die Leute stimmen jetzt ab bis Stage 2-3. Ja. Was du immer nehmen musst, wenn es bei dir kommt. Okay. Aber angenommen, ich hab ähm... Ich muss Glacial spielen. Ja. Und ich hab die Sejuani auf Level 2. Und ich hab noch zwei Sejuani auf Level 1. Ja. Muss ich die Level 1er, weil sie auch Glacial sind, dann auch reinstellen? Äh, du musst die auf jeden Fall sammeln. Aber aufs Board stellen, denke ich... Also Hauptsache Glacial, denke ich. Hauptsache, du hast die halt. Alle Glacials, die kommen, muss ich dann zum Beispiel nehmen, wenn es Glacial ist. Ja. Okay. Ist ja kein Handicap. Ist ja ein Buff. Sollte es Glacial werden. Handy-Buff. Sollte es... Was ist denn... Was ist denn schlecht? Ich würde sagen Dämonen. Ja, nur Dämonen, Allah. Oder Ritter. So Ritter-Sim-Late halt. Richtig. Dürfen wir auch mit abstimmen? Ja, klar. Ja, klar. Jeder. Also wir können das auch ein bisschen steuern, oder? Ja. Okay. Also Dämonen haben wir ja gesagt. Frymex, wo hast du denn richtig Bock drauf? Ich bin für Roboter. Ich geb ihn mit einem. Roboter. Aber Roboter ist tatsächlich ultra gut, weil dann kann er für den Rest selber machen. Obst, er hat halt Blitzcrank. Also... Ich mag Blitzcrank. Wie ist das jetzt noch? Oh, sorry. Nochmal für... Idiots. Ja gerne. Er ist... Immer wenn er gegen ihn kämpft, oder? Nee. Immer. Ja genau. Was ist denn mit dem König in den Rivalen? Wenn die aufeinandertreffen, in so einer kleinen Begegnung, innerhalb des kompletten Matches, immer wenn die aufeinandertreffen, und der Rivale gewinnt, dann darf der beim König auf dem Board sagen, ey, die Einser-Unit, die verkaufst du jetzt mal. Und mit Einser meine ich nicht ein Gold, sondern Stufe. Auf der Bank oder auf dem Board? Und auf dem Board? Ach, Stufe. Oh my God. Also nicht jeweils, aber er darf entscheiden, frei. Der Demon-Boat. Ist auch so dreckig, dass ihr es vorher ansprecht, ne? Aber der Demon hat doch eigentlich gute Units, doch. Varus. Ja. 17%. Late im Late. Evelyn. Elise. Elise ist voll gut mit Varus. Elise ist nicht gut in LoL. Elise ist sowieso geil. Edel LoL, ey. Muss ich auch aus dem Kreisel ficken, die Demons? Doch. Aus dem Kreisel? Klar. Jaja, das mit dem Kreisel ist quasi gut. Überall Demon aller. Und wenn du keinen Platz mehr auf der Bank hast, dann kannst du es halt nicht machen. Aber dann wird er ja die nächste Runde auch letzter, wenn er das hat. Ja, dann bin ich ja den ganzen Tag letzter. Ja. Es heißt ja auch. Ja. Ich fasse es nicht. Die Regel heißt. Ja, Mann. So. Könnt ihr noch mal meine Anfrage annehmen? Trimix wird das große Fresse. Ja. Ja. Lass den Rank-Modus rauskommen. Sind doch alle drin, oder? Sind alle drin? Kann ich stoppen? Ja. Ready, ready, ready. Ready, ready. Go. Ich hol mal kurz mal eine Spezi. Das heißt aber noch, wenn ich jetzt direkt gegen Parfibels spiele, habe ich ja schon verloren, oder nicht? So in Level 4 oder so. Weil da kannst du ja meine ganzen Units wegmachen. Nee. Aber ich hatte nur eine. Und wenn du gewinnst, dann bringt es doch gar nichts für mich. Aber nur eine Gold-Eins-Unit, oder? Oder welche? Aber auch nur, wenn ich gewinne. Oder? Nein, nein, nicht Gold-Eins, sondern ein Stern halt. Ein Stern? Oh, das kann ja nicht in der Sur sein. Also der kann alles. Und der kann ihn sogar vom Feld nehmen. Cool. Aber nur, wenn ich gewinne. Oder? Ja. Ja. Das ist witzig. Bis du auch für Dämonen gehen, die runterfahren. Aber ich kann jetzt ja hier nicht einen Dämonen picken in der Mitte auf Krampf. Doch, doch, doch. Das lacht dich aber ganz schön an gerade. Oh, geil. Die Elise. Oh, nice. Oh, das Langschwert ist wirklich cool. Oh, ich darf die jetzt nicht verkaufen. Also ich komme nicht ans Langschwert ran, oder? Was wenn ich noch eine Elise kriege? Kann ich dann meine Elise verkaufen und das... Scheiße, ich habe random bekommen. Demon. Ich glaube schon. Finde ich gut, dass du mitmachst, Hanno. Ja. Soll ich mein Ehrenbruder sein und jetzt einfach mal mitmachen? Hm, schlafen wir alle die mit weg, damit ich noch mehr verkomme. Weil das wäre richtig Ehrenbruder, wenn ihr euch die Units reinteilt, ne? Ja, okay, ich mach das wirklich. Geteiltes Leid ist halbes. Aber ich darf mir auch andere Units kaufen, klar. Ja, aber immer wenn Demon kommt, musst du nehmen und aufstellen. Ja, damit kann man richtig viel Zinsen bekommen, bestimmt. Boah, das ist ja irre. Aber im Late Game ist Demon wirklich nicht scheiße. Ja, ja. Nicht scheiße. Nicht scheiße. Okay, hat jemand einen Swain für mich? Swain? Ja, hier bitte. Du kannst auch Leute zu einem Demon machen, na? Mit Spadula. Die Spadula und Tränen wirst du ja kriegen, Alter. Spadula. Ah, da. 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 Die Elise mit dem BF einfach im Spiel bleiben. Ah, da. Ich hab schon wieder eine ganz besondere Kump für euch vorbereitet. Alter, Kala hat schon Spear of Sojun. Sojun. Du gehst also Nights. Wir haben uns auch 4 Nights. Das Problem ist, man kann nicht 4 Nights spielen. Der Pirat. Kala der Pirat. Also, wenn du mit Garen startest, dann gewinnst du halt immer dein Early Game. Ja, das stimmt. Ey, guck mal kurz im Teamspeak. Da hat einer Trimix gut zusammengefasst. Voll mit der Kiffe, Alter. Ich guck mir das jetzt nicht an. Auf dem Papier überall Demons. Bei Augenringe, Alter. Ey, kannst du das nochmal machen? Überall die Demon-Champions rein? Kein Item. Kein Item? Einfach nur. Kein Item. Geil. Kein Item. Geil. Irre. Ich freue mich auf die letzte Vorteil darüber. Wo bleiben die Demons? Keine Demons. Überleg jetzt, ob das gut oder schlecht ist. Ey, übrigens, wenn der Chat bei dir entdeckt, dass du da einen Demon misst, ne? Ja. Zehn Liegestütz. Zehn Liegestütz. Dann Zehn Liegestütz. Ja, finde ich gut. Ne, einfach e-spammen und dir mit der Maus über die Bank fahren. Auch gut. Geht man den Demon sich... Ja, da Henning am Brexit-Game. Geil. Geil. Geil, danke. Vor allem ist das der Typ, der am meisten tildet bei dem Game. Da hast du mich noch nicht spielten. Weil gestern war ich auch richtig sauer. Wie kann man bei dem Spiel sauer werden? Ne, weil gestern habe ich mal eine Gruppe gespielt. Weiß auch nicht. Jede Scheißrunde gewonnen. Und der war... Der hat immer Elemente, lässt um so eine Scheiße. Oh, ein Demon. Zack. Zack, rein. Zack. Zack. Rein in die Comp. Aber wir... Müssen wir alle auch Demons nehmen, ne, gell? Ne, das wäre halt ein Mobbing, ja. Dann würden wir halt alle verlieren. Dann würden wir unsere Scheiß-Seele verlieren. Ich darf dem das nicht gehen. Als ob du einer hast. Ich hab keine Ahnung. Ich geh ganz länger. Ich darf ihm das nicht nehmen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ärgerlich. Am Anfang verlieren wir jetzt strategisch ein paar Runden. Level Up neu. Alles klar. Level Up, Level 2, Garen. Der Trippel reiche schon wieder. Und ich muss Elise auf dem Feld. Die Runde läuft. Weißt du, Shade schlägt da. Und Demon kann man noch nicht so gut kombinieren, Early. Der Elise. Garen ist dead. Und... One-Shot. Ja. Ich hab ihn. Aber der Garen ist alles in der 6. Das Witzige ist, die Spinnen gewinnen das für dich eventuell, ne? Ja. Wenn die jetzt ne kluge... Okay. Okay. Wenn die ne kluge Kugel macht, dann gewinnt die das. Aber so geht das nicht. Die haut sich immer daneben, das weiß man doch. Warte, war noch mal knapp. War noch mal knapp. Ich hätte das gern verloren. Ja auch. Ich bin bei unten sein. Ja auch. Hoffentlich verliere ich. Ich hab nen Losingstreak, dass ich aus der Mitte noch nen Demon mir picken kann. Alter, ist das bitter. Ja, ne? Das bitter. Ey, ist das bitter. Ich bin ein Rhyme-Spitter. Sag mal, auf welche Einheit geht überhaupt ne Hextex? Macht das auf irgendeiner Einheit Sinn? Eine was? Hextex Gunblade. Hextex Gunblade. Wer ist denn der Fünfer-Shapeshifter? Ich kenne auch einen Draven. Ne, ich hab's schonmal auf Swain gehabt. Swain ist auch relativ. Ja, genau der. Okay, dann hol ich mir Swain. Aber im Prinzip ist das übelst scheiße, weil so viele Morellus und Redbuff gehen, dass der Kling weg ist. Alter, was ist das bitte, Zola? Was ist mit dir? Oh, Elise ist down. Super gemacht, Elise. Tech-Speed Darius. Das ist schon ein Demon. Nächste Tech-Speed hier. Hallo, was soll'n das? Ja, auf die Fresse. Rot wie ein Tech-Spiel, ja. Auf die Fresse. Dach nur Darius ist rot, das Item ist rot. Frank sieht nicht gut aus. Gibt nicht gut aus, ne? Ich meine, er hat ja auch so viel Rüstung. Ich meine, aus seiner Rüstung hin kann er so nicht von dort reinstecken, weißt du? Vor allem nicht vorletzter, ne? Mhm. Mhm. Huh. Jetzt sind sie durch. Okay, schön. Ich bin jetzt schon wieder los bei mir im Chat. Alle flamig, weil ich Elise spiele und die so scheiße sind und die sagen, ich soll sie verkaufen. Nein. Haben sie aber recht. Ah, scheiße. Ich sag mal, hier schön die Demons. Ich auch. Ich würde das jetzt nicht machen. Das wäre natürlich schon ein bisschen sehr gemein. Aber ich habe einen Varus, sagen wir mal so. Ich habe auch einen Varus. Aber du bist, du gehst ja nur... Oh, haben wir wieder. Oh nein, kann er dich schon wieder. Die Frage ist, musst du, wenn du jetzt noch eine Elise bekommst, musst du die dann auch aufstellen? Nein. Das wäre zu krass, ne? Das wäre zu krass. Ich muss sie kaufen, das ist Handicap nicht schon genug. Das wäre zu krass. Ach, Kevin. Was soll ich sagen? I recommend? Echt? Ja, 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 ja. Schön. Hab ich vom letzten Game noch mitgenommen. Geil. Geil. Also, ich würde dir echt den Spadula empfehlen, ne? Spadula, Alter. Da kannst du halt wirklich... Da kannst du noch einen Demon mehr. Ja, aber Runans progt gar kein Nitz, oder? Was ist mit ihm? Gar kein Nitz, oder? Also, Demon... Mana Burn progt nicht auf Runans, oder? Nein! Mana Burn? Nein! Nee, Runans progt gar nichts. Okay. Aber kriegt man mehr Mana durch Runans, weil man mehr Damage macht? Nein. Du gibst dem anderen mehr Mana, ja. Ich erzähle nicht mehr Damage. Dem anderen? Das ist richtig scheiße. Ich erzähle nicht mehr Damage. Runans ist richtig scheiße. So, was ist denn jetzt hier mit dem Straw Boy? Ist das jetzt schon durchgezogen worden? Oder... Also... Oh, ja, ja, ja! Stopp! Stopp! Was hat gewonnen? Hä? Was... Hä? Das understand ich jetzt nicht. Naja, jetzt ist Straw Paul Ende. Ja, aber er muss ja schon auf Demons gehen gerade. Die Leitung... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich erst ab jetzt. Also haben wir ihn getrollt. Äh, ja. Aber Demons haben schon gewonnen, oder? Ja, Demons haben halt eh gewonnen, oder? Aber stimmt, da hab ich jetzt selber gar nicht dran gedacht, Freimax. Hm, ich weiß. Freimax. Freimax. Haben Demons gewonnen? Weiß ich nicht. Zuschauer schaut mal schnell nach. Haben Demons gewonnen? Ja, Demons haben hart gewonnen. Ja, Demons haben hart gewonnen. Demons gewonnen. Wäre auch witzig jetzt. Weil... Ich darf jetzt... Aber ich hab jetzt zumindest eine zweite Elise. Ich kann jetzt meine erste Elise nicht verkaufen, um an das GF-Spot ranzukommen, ja? Oh, Garen, du musst dich drehen, dumme Bitch. Das ist schon ein bisschen sehr hart, würd ich sagen. Oh, Garen, du kleiner Mädchen. Na, ich würd sagen, er darf sich, oder? Der töte dann alle allein. Ja, das ist sonst ein bisschen sehr krass. Oh, Katharina! Ich würd sagen, er darf. Oh! Okay, okay, nice. Damage! Nee. Komm schon! Ich musste mein... Damage in dein Face verfrachten. Ja, du hättest... Wenn wir privat unterwegs gewesen wären, wären wir was anderes gesagt. Da hätt ich auf jeden Fall irgendwas mit Ass gesagt. Nee, das sag ich ja. Ich hätte irgendwas in dein Ass verfrachtet. So, Items stacken darf man nicht? Nein. Etwas groß. Doch, Alter. Alter. Nee, irgendwas war doch mit Item Abuse, ne? Da habt ihr auch rumgeweint. Oh, ein Demon. Hm, ein Set. Leute, hört ihr mich? Ja. Item Abuse ist verboten. Naja, du darfst keine Lockets stacken auf Sorcerer. Und du darfst keinen Spear of Sojourn... Aber Morellos darf ich stacken. Morellos? Das stackt ja nicht. Also du brauchst nur eine Testfrage. Morellos kannst verbauen, wie du willst. Die Frage ist, wen du dann imbiust. Oh ja, Arthrox, geil. Warum keine Demons bei mir? Das ist ganz gut. Geil, ein Arthrox. Oh, mein Hals. Ah ne, das ist Maxim. Das bin ich. Ja, ein paar Demons brauchst du halt schon. Ich bin der blutdurstige Z. Ich pick hier gerade alle Demons mit. Oh, Alter, der wurde einfach gefreezed, der Junge. Bist du ready für die Karten? Für die Karten. Item, wo wirft er die Shuriken? Oh, delicious. Please. Der Gangplank. Please. Ich will gar nicht gut ins verkaufen. Sind da eigentlich schon mal auf No Way? Ach, No Way kämpft gerade gegen Christian. Ich hab extra alle Items drauf geworfen. Ich gewinne. Ha! Du gewinnst. Ach, Mann, mein Herz. Ach, wenn er gewinnt, da passiert nichts, oder? Ja, sag mal, der Phantom Dancer Garen, der skelett auf jeden Fall gut ins Laid auch. Ja, das kannst du ja immer verkaufen. Kein Problem. Ja, gut. Das schlimmste, er skelett halt wirklich gut ins Laid, das ist ja nicht mal ein Meme. Weil du brauchst halt noch Morello, Nomicon und dieses MR-Item. Dann ist halt komplett stupid. Stupid. Stupido. Stupido. Stimmt, Morello und hier dann noch die Dragon Claw, dann ist O. Genau, ja. Und dann Level 3 Garen. Das ist das... Komplett over, ey. Wie oft ich Elise kriege, ne? Ey Tranks, hast du noch keinen Demon gefunden? Noch keinen einzigen? Er hat doch Elise, ja. Also ich muss sagen, ich habe halt wirklich viele Demons Cracks gewollt. Ja, Morgana musst du auch aufstellen. Ja, mach ich, ich bin nach den Cracks. Okay. Ihr seid aber schon fies, ne? Der Arm ist eh am Boden. Ja, klar. Ich will einfach nur die Letzte werden, dann ist dieser Scheiß-Handicap weg. Ey, ist ihn wieder, oder nicht? Geht auf Garen. Ne, ne, wenn er nicht Letzter wird, nicht. Noch ein Rabadons? Macht das Sinn? Auf wem? Auf Garen? Joa. Knallt das? Kein Item bekommen. Das knallt. Okay, dann mache ich das. Kein Item bekommen, dafür darf jetzt die Morgana auszählen. Was wäre das? Ne. Win. Morgana. Das wird lustig. Checkpoint. Kenning West, alla. Können Norway und Tristan immer Bescheid sagen, wenn sie gegeneinander kämpfen? Dann gucke ich mir das an. Oh. Da ist nichts zu sehen. Das Spektakel. Spektakel. Ich muss meinen KZX Level 2 vom Feld dafür nehmen. Oh ne, ich level hoch. Scheiß drauf. Oh Gott. Ich muss sagen, ich fühle echt mit ihr. Was ist das schon? Ich bin voll reingegräzt. Man macht sich einen Plan. Trimix, auf was gehst du denn, oder? Ich hab keine Ahnung. Du hast ne 2er Demon kommen, ne? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Alter. Ich verkauf mal ein paar Demons. Ich glaub, das tut dir gut. Ich bin ganz froh, dass es bisher echt nur Elise und... Ja, ja, ich verkauf jetzt mal ein bisschen. Alter, was ist das bitte für eine Ahnung? No way geht auf, Garen. Das ist ja. Aber mein Garen ist Kassa, glaub ich. Lass die Lulu du holen. Oh! Oh! Ja, ist gut. Ach du Scheiße. Oh! Oh! Oh mein Gott! Die Lulu hat genau in die Momente Augen geknallt. Was war das denn? Oh, Geld. Ne, das ist meins. Geh mal weg da, jetzt an der Kiste. Geld. Was ist das für ein Fokus hier? Oh, 4 Gold. Oh Gott, ey. Mir ist ein Feierkenner auf Kassa dienen so. Muss mal no way gehen, oder? Keine Ahnung, nie gesehen. Noble Vein gegen eine normale Vein. Beide haben keine Tick-Speed. Oh! Oh, nein! Hä? Oh, bei mir ist gerade ein Clip im Chat. Zehn Liegestütze heißt der. Oh nein. Hä, der ist von mir. Leute, ich bin nicht der Tribal. Du musst das machen. Kann ich kurz was sagen? Ich hab 4 Demons muss ich jetzt hier kaufen. Mein ganzes Gold ist weg. Ja, rein. Ja, musst du verkaufen was. Ich muss sagen, bei mir kommen aber auch die ganze Demons. Dann verkauf die Wilds und so. Du hast dann richtig Pech. Musst du verkaufen. Ich hab auch einen Demons rein. Dass du wieder Gold hast. Also ich bin nicht so dumm im Bauch. Du musst die Demons aufs Feld. Boah, ich muss die Demons aufs Feld bringen. Holy Shit. Der hat den Varus. Der muss aufs Feld. Schnell. Los. Boah, ist das low. So. Schränk dich mal mehr an. Welche Blade Master gibt's denn alle? Master Yi. Einige. Arthrox. Flora. Gibt 6 Stücke. Flora sind die Beste. Ja, so. Und der auch Link. Geil. Garant spinnt ein Grupp und weiter. Wenn du sagst, dass Draven useless ist. Draven ist nice. Der Arthrox ist auch ziemlich cool. Kann man nach Hause gehen? Was macht der denn da? Der Arthrox. Der Arthrox. No way, ich möchte, dass du dir, dass du mir das Rekursiv oben denkst. Gesundheit. Das wär cool, wenn die Item Trading einführen würden. Ich würd grad tauschen gegen den Giants Belt oder sowas, ne? Ich krieg schon wieder Varus. Ey, du hast halt wirklich Pech. Brauchst du dich auch die ganze Zeit. Pech oder Glück? Ich hab hier zwei Elives noch. Oh mein Gott, bei dir brennt ja wirklich alles. Du bist einfach der Level-1-Demon-God. Und Warwick so, Alter, was bin ich umgeben von Idiots. Und Ari, ich bin auf der scheiß Bank. Was ist mit dir los? Ari so, Coach, wechsel mich ein. Bring mich eins mit neuen Schwänzer. Oh Gott. Ja, das ist schon wieder schwierig. Ist das denn Sola oder Maxim? Sola, ne? Ja, dein Garen darf heute nicht ulten. Oh, scheiße. Ich kriegt da richtig viel Damage, der Garen. Oh, der Pyke ist besoffen. Oh nein! Oh nein! Ja! 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 Der Garen ist ja komplett unkillable. Ja. Scheiß Nobelwacht. Geil, ne? Loser. Tremendo. Alter. Weckel. Der war ja komplett unsterblich. Der Garen, Alter. Oh, Pick'n'Ban. Ich bin letzter. Ich liebe immer... Kein WF? Was nehm ich denn da? Das ist schon wieder kein WF. Keine alte Seele. Ich muss die Eve nehmen. Oh, Mann, ey. Zurück hat sich den First Pick. Nein, aber du musst auch... Nein! Meiner! Nein! Nein! Scheiße, das ist ja richtig kacke gelaufen. Ausdruck. Oh, das ist noch nicht so groß. Rain und alle anderen Einheiten Level 3. Bei dir nutzt du eh den Pike, oder? Ich nehme den Pike, oder? Ich nehme den Pike, oder? Alter. Maxime, kannst du auch mal ohne Pike spielen? Ich finde, Maxime, du darf nie mit Pike spielen. Exakt. Ja, aber ich meine, wenn der Pike kommt, äh, da muss ich noch nie, mal, da. BLA! 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 So. Was hau ich denn jetzt noch auf Garen drauf, Alter? Schöne. Was bietet sich da jetzt noch an? Ich hab Rabadons und Morello-Nomicon. Noch ein Rabadons? Rabadons. Rabadons. Rabadaba-Ding-Dong. Ah. Ja, danke. Du hast also mit den Pro-Tipps gerechnet. Ey, du wirst jetzt nicht aus Hütten kommen. Wo ist der Level 6? So, schon ganz auf die Ulm. Katharina, wohin ist hier? Nee, nee, nee. Ich will doch niemals das Essen zu spielen. Jawoll, durch da. Sieht hier ein bisschen anders aus. Ich bin das nicht. Nee, ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Meinst du, die auf Auto checken? Oh, Gold. Geil. Oh, shit. So, meinst du, gewinnst du die Runde? Warmox, Katharina, wo sind wir denn hier? Jo, Allah. Jo, Allah. Jo, Allah, du dumme Bitch. Was? Du Kale, Bruder. Okay, Bruder, Anna. Du bist richtig, Bruder. Mehr K-6. Nee, mehr Pikes. Wer ist denn alles Noble? 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 Noble for you? Noble for you? Ich hab keinen. Ich hab keinen Noble. Ich hab keinen Noble. Doppelklang. Kale halten noch. Und Leona, ach ja. Hm. Ich muss ja schnell leveln. Oh, shit, ich hab da vergessen, draufzustellen. Okay. Kalle, du spielst meine Taktik. Ah nein, der hat's gedreht, der Assi. Aber wer kritisiert mehr? Dass du immer Pike hast. Aber du hast auch Pike. Und du hast alle anderen auf Level 2. Ich spiel auf Level 1. Jetzt guck mal auf meine Items. Ja gut, ich bin froh, dass du Rengar auf jeden Fall alles gegeben hast, und das ist doch, als ob ihm nicht funktioniert. Ja, ich hätte das Item lieber dem Pike gegeben. Oh nee, ich verliere noch. Verkauf ihn. Der Gangplank hat dich, ja. Ich darf das ihm doch nicht geben, du Lellek. Warum darfst du nicht geben? Ach so, das ist auch eine komische Regel, weißt du? Sag mal, bist du doof? Ich hab nicht zugehört. Sag mal, bist du doof? Du hast die Regel selber aufgestellt. Ach so. Bist du eigentlich doof. Ah ja, das darfst du wirklich nicht geben. Ich bin doof. Ja, hab ich doch gesagt. Bist du doof? Ja. Oh, hoppala. Entrücke. Endlich. Ach, herrlich. Aber macht Spaß. Ich hab meine Wirtschaft kaputt gemacht. Einfach nur aus. Trimax, wie läuft's? Ja. Trimax, was? Ja. Bei dir läuft's? Äh, noch nicht. Ah, du hast ein Level-2er-Unit? Ja, Varus ist jetzt auf Level-2er-Endlich. Läuft. Die Wölfe schaffen wir doch nicht. Das ist eine gute Regel. Gut, dass wir an die gedacht haben. Alter, guckt euch mal meine Items an. Das ist einfach dreimal Negatron. Wie heißt das Altschon? Das war undeutlich. Come on. Da würde der Shiri gerne noch mal eine Wiederholung hören. Aber da muss er jetzt Videobeweis, Alter. Nochmal den Clip anhören. Da muss man nochmal kurz reden. Ich muss kurz pissen. Kann bestimmt pissen gehen, ne? Wie heißt nochmal das E-Mond mit dem Afro? Bob Ross oder so? Come on, Bro. Oh, cool story, Bob oder so? Rihard? Rihard meinst du, glaub ich? Ja. Ja. Bob Ross oder so? Oh, shit. Hasaki? Nochmal machst du mich hier aber nicht halt, Max. Reicht mir langsam. Ja, der Geron steht nicht gut. Der geht ja nur auf den Golem gerade. Scheiße. Oh, Bruder. Diese Katharina, ey. Alter, das war ein guter Knockout. Aber es reicht schon wieder nicht. Jo, der schmeckt. Warum ist dein Mana jetzt weg gewesen? Ich habe 6 AP. Mana Burn. Die Trimax geht direkt für die nächste Challenge. Oh, ich habe Bock auf nochmal ein Handicap. Burn das Maina. Oh. Doch, doch. Oh mein Gott. Das Schöne ist, Trimax, wir können das ja steuern. Hör doch mal auf. Also, wenn du uns sehr leid bist, können wir was Gutes sagen, ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du kannst ja auch versuchen, uns zu überzeugen davon, dass es besser wäre. Ne? Hab ich gewonnen? So. Das kann dir jetzt keiner sagen. Wirklich? Keine Ahnung. Okay, gut. Keine Ahnung reicht mir. Meine Kombu ist diesmal schon in Kategorie geil. Deine, ne? Ich habe schon mal 4 Ninja. Gefällt mir. Also, ich bin schon mal... Ninja ist sass. Trimax hat König und Rivale nicht eingetragen, schreibt hier gerade einer. Oh, ja, stimmt. Das ist schon regelverstoß. Lass den Arm doch mal in Ruhe. Regelverstoß. Was heißt denn eingetragen? Oh nein, ich gehe vor. Wo soll ich das denn eintragen? Hey, bist du dumm? Oh mein Gott. Hast du 6er-Nobel? Oh mein Gott. Alter, was ist mit Zett? Wo soll ich denn das eintragen? Ja, wo soll ich das denn eintragen? Ja, habe ich ja nicht fünfmal erzählt. Auch schon vor dem Stream. Ja, habe ich nicht gehört. Ja, hast du Germaten in den Ohren. Ja, was soll ich das denn jetzt irgendwo eintragen? Wer König und Rivale ist, damit der Schein schreibt, das war ich. Ja, die wissen das doch. Bleiben jetzt alle mal ganz ruhig, bitte. Die wissen das. Oh nein, ich verliere gegen Paul Levin. Wir brauchen noch üblich viel Level. Echt? Keine Chance. Geil. Keine Chance. So, was sollen wir wegmachen? Welche Unit gehen weg? Ich will doch mal überlegen. Entweder der Draven... Oh, ich würde für den Pyke... Ah, ne, er hat noch einen Pyke. Dann der Draven. Ich würde den wegmachen. Ich würde sagen, den Draven. Mach den Draven weg. Alter, wie er verschwindet einfach nur. Und es ploppt nur so ein Item raus. Hör auf, by the way, Pykes zu kaufen, ey. Es gibt Regeln. Was? No way. Es gibt Regeln. Alle Pykes gehen in Maxime. Ja. Keiner versteht, ey. Na gut. Ich spiele also auf asozial. Ist okay. Auf asozialen Basis. The asocial asocial asocial. Mein armer Draven. Oh, no way. Warum steht denn da ein Nahrer? Kein Draven. Ah, ich bin so useless. Ich habe gerade gar nichts. Schau nicht hin. Oh mein Gott. 1500er Crit. 1300. Wer ist denn meine lange Strichcode? Ich bin nicht. Das ist Zola. Ich bin nur Draven der Büser. Alter. Okay. Keine Chance. Wie ich so hinterherst bin. Oh mein Gott. Ich sterbe. Trymac ist schon draußen, oder? Ja, ja. Okay, perfekt. Er ist nicht so rechts an den Namen. Aber ich kann schon wieder nicht letzter werden. Das ist sehr gut. Ja, was picken wir. Wir können ja schon mal überlegen, was mit Trymacs nächste Runde... Aber die man ist schon raus. Die man fällt ja jetzt raus. Also das ist nicht normal. Das ist zweimal hintereinander. Das wäre kacke, ja. Die man ist raus. Das wäre wirklich diabolisch. Naja, er kann ja... Wir können ja heute sagen, er soll... Oh, was ist das für ein Item, Alter? Sword of Divine. Sword of Divine ist jetzt künftig. Wo man auch gewinnen kann, wer glaubt. Gebt's ihm? Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, wir können ja... Das ist aber extrem scheiße. Oder Robot. Sword of Divine ist eines der schlechtesten Albums, oder? Hab ich ja deinen Blick gesehen. Sword of Divine ist doch ultrascheiße, oder? Ist nicht so geil, ja. Ist nicht so gut. Aber wenn man es ausbegaut bekommt, dann ist es in Ordnung. Genau. Das ist auch ein BF-Store. Du machst es nochmal? BF-Store? Becurved, though. Völlige Verschwendung. Das ist mehr so ein Item, was man aus Versehen baut. Ja, so, oh scheiße, ich hab mich verklickt und dann ist es zu spät. Echt? Okay, das ist schon echt so ganz gut. Da sollte noch so ein Andruf-Button geben. Kriegst du fünfmal Crits hintereinander? Level 2? Weiß ich nicht. Jetzt rät das nicht schön. Es kommt halt immer drauf an, wann das triggert, ne? Oh, ich hab's. Was ist, wenn das, was der Letztplatzierte nehmen muss, alle anderen nicht nehmen dürfen? Joa. Ja, die Nachdenken so. Verstehen. Verstehen. Ratter, ratter, ratter. Hätte ja keinen Unterschied gerade gemacht bei Demons, oder? Rater, 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 rater. Ich muss schnell rennen. Ah, oh, ich spiel gegen einen Geist. Hand of Cock. Die No Way's Geist. Was soll das? Schon wieder gegen Power of Evil. Du, wie, was soll das? Ey, was hat er? Ich würde schon mal überlegen, was er verkauft hat. Oh, gut, ein Leona-Ul? Alter, was war das für eine Leona-Ul? Oh mein Gott, die Kindred-Ul. Oh, delicious. Werden wir Hand of Blood ins Delirium schicken? Und da sind jetzt richtig viel Damage. Oh, yeah. Alter, gestorben. 21. Aber du spielst das, was ich spiele. Scheiße, Alter. Egal. Wie der einfach permanent CC ist, mein Sven, äh. Der Kalle. Der macht mir alles nach, ey. Also. Ey, aber der König. Der König ist ganz schön scheiße. Du verkaufst jetzt den Sven. Hör mal schon wieder? Ja. Ey, wenn du einfach verkaufen musst, du kannst halt nichts mehr machen, ne? Weil deine Kombo die ganze Zeit weg ist, so. Mir so wegploppt der Sven. Ach, du hast den Sven getötet? Oh mein Gott. Das ist halt wirklich anders. Aber er hat Braum Level 2. Ah, nee, das hast du. Ja, das ist Mobbing. Mobbing. Mobbing Dick. Wir schauen ins Mobbing. Mobile Gaming. Mobile Gaming. The Future of Gaming. Oh, jetzt geht's los. Oh, Kevin. Oh, der Nobles? It's time to say goodbye. Oh, was ist denn der Beiner? Katharina, spiel mit. Nein. Oh, der hat Beiner geultet. Ultet sich die Kay selber, sie durch. Da, da, da. Da, 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 da. Das gewinnst du, glaube ich, noch. Ah. Ehre, 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 Ehre. Ehre, 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 ja. Und durch mehr Ehre. Oh, Shen hat auch nicht geultet. Der ist ganz schön scheiße. Das war erst mal ein Tolkien-Gnault. Ich hab die Luna-Ult. Oh, Mann. Ja, meine Katharina hat erst mal in 10 Sekunden nichts gemacht. Ah, der macht einfach kein Damage. Alter, Warmworks auf Katharina ist natürlich eine stabile Sache. Ihr wollt ja das Rengar kaufen, aber Rengar ist the most ape unit. Passt doch. Aber wer kämpft denn da noch? Ich? Das ist ganz schön lange. Oh, zwei Sekunden ist over. Ah, shit, ich hätte nicht. Oh, shit. Wie kann ich jetzt jemand anderem zugucken? No way wurde erlöst. Und dann quallen. Ich hab sogar noch einen Regelbruch ganz am Ende der Partner gemacht, weil ich Shoujin auf den Paik gepackt hab. Ja, was geht denn? Den darfst du. Oh, was? Dann darf ich das jetzt auch. Nee, halt, stopp. So, wir hatten jetzt Maxim. Und zwei Spiel auf Sojins. Ja, stimmt. Ich hab's trotzdem noch mal nachgeguckt, aber es ist wirklich gemeint. Ja, ja. Ich hab auch jetzt noch mal nachgeguckt. Ja, aber... Ich hab auch noch mal nachgeguckt, Alter. Ich hab auch noch mal nachgeguckt. Darf man jetzt... Also kann ich jetzt in dem Stream von jemand anderem ihm zugucken? Also so bei Maxim oder so? Oder wie... Du kannst ja auch einfach rechts auf den Bild klicken. Hast du Exit gedrückt? Ich hab... Ja, genau. Das ist natürlich schwierig. Aber das ist ja auch No Way nicht gewöhnt. Der kommt ja immer bis zum Schluss. Okay. Ey, jetzt mit den Regeln ist er aber schon hart, muss ich jetzt sagen. Ja, aber du hast ja letzte Runde gewonnen. Von daher... Ja, ja, ja. Ich gewinne ich immer der gleiche. Wie viele Punkte hast du jetzt gemacht? Aber er verliert immer der gleiche. Ich war... Sechster war ich gleich. Alter, da kommt auch ein Spadula an. Ja, Sechster. Sechster sind drei Punkte. Das ist doch schon Force of Nature. Das ist sau unfair. With Honor. Okay, wollen wir das so machen, dass der Letztplatzierte, was der wäre, muss alle anderen nicht dürfen? Das heißt... Weil das wäre krass für ihn. Wenn wir jetzt echt Demon nochmal als Beispiel hätten, dann dürft ihr alle keinen Varus picken. Das heißt, ihr könnt alle nicht Ranger spielen. Ja. Kriegt keiner den Vierer Ranger-Bonus? Ja. Ja, aber den spielt ja auch keiner von uns. Genau. Also, bisher zeich das Gefühl. Also, das Ding ist, du würdest halt super gut dastehen, ne? Weil du wahrscheinlich die meisten Level-Dreier direkt würdest. Weil du musst dir mit niemanden teilen. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das wäre gut. Weil dann... Das wäre dann tatsächlich so ein Buff. Das wäre... Ja. Alter, der Pikes. Also, es ist immer noch Abstimmung. Der Pikes zieht sie alle raus. Immer noch so durch den Demon oder so ge... Nö. Wir hatten keine Lust mehr. Guckt ihr das an? So, jetzt setz. Revive and kill them all. Ja. Alter, was? Was ist das mit Full-HP? Ja. Nein, du hast Outer Attack, du Idiot. Danke. Alter, warum musst du mit Full-HP wiederkommen? Ja, weil Guardian Angel halt auf Elo basiert. Ne, ne, ne. Der hat sich... Er war low. Und dann hat der einen Outer Attack einen Crit gemacht mit Betheer und war full live. Genau das. Ich habe es gerade im Replay gesehen. Also, ich habe einfach vier, drei Sterne. Ich habe auch noch vier, drei Sterne in Obens. Hehehe. Ich habe auch kein... Was? Ja, jetzt vier, drei... Er hat vier auf Level 3. Fair. In der Nobe. Du hast mir das Spiel versaut. Ich bin sogar auch auf Lulu gegangen. Da. Brutal. Da noch drei Spits. Aber... Aber können da nicht die Assassins reinspringen? Ach, ist dir egal. Ne. Assassin? Er verwandelt sich nicht. Kennst du schon meine Frontlane an Nidia? Ich kenne die Backline-Dive-ung. Boom. Wo ist denn dein Blubuff hin? Wo ist dein Varus hin? I shred your shit, Allah. Wo ist dein Leben hin? Ja, bei dem kommt die Tee. Ah, die ist auch gefliext. Na dann. Scheiße, Bruder. Oh, das ist schöner Damage in deinem Euchen. Scheiße, Bruder. Das ist doch noch relativ wenig, muss ich sagen. Ach so. Wenn du jemanden, der Glacier spielt, hättest du ein bisschen mehr erwartet. Aber du willst ja übernächste Runde verlieren. Du weißt ja immer noch nicht, wie man taktisch spielt, oder? Es tut mir leid. Trymix, wie läuft's? Moin, Leute. Ja, das ist jetzt hier gelaufen. Das ist hier natürlich Schadensbegrenzung. Was ist das hier für eine Einstellung, Kalle? Ja, sorry, dass ich nicht... Sagt der Typ mit vier Level... Ja, so. Danke. Hier Level 3er? Wann hast du Hyper Road? Ich glaube, der weiß nicht mal, was das ist. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Das weiß ich nicht. Hyper-Lugged. Trymix, weißt du was? Ich darf wahrscheinlich nicht mehr den Ghost hier von... Oh, Kevin. Oh, mein Gott. So, it's time to crit them all. It's time to die. Oh, ich bitte gar nicht. Ja, natürlich wirst du sterben. Maxime, warum hast du keine Unit... Du willst ja zwei PDs gegen deine Tracking-Assassin... ...keine Non-Assassin-Unit vorne stehen? Oh, das ist echt los, ja. Was hier auf dich drauf ist. Oh, mit Shogart! Doch, hab ich. Ich hab Shen... Come on, shit! Yes! Ich hab so was mit mir los gemacht. Achso. Oh, aua, aua. Oh, yes! Aber der hat doch vier Level 3er. Hab ich schon nie gesehen. Hab ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. P-Kumpan. Das war knapp, ey. Das wär in Anivia 2 gewesen. Das wär in Anivia 2 gewesen. Ah. Alter, es gibt Sola-News. Das ist ja geil. Krass, oder? Der tweetet den neuesten Scheiß über Sola. Ja. Junge, das hätte ich früher machen sollen, als du mein Mitbewohner warst, ey. Da hätt ich ein paar Sachen aufgedeckt. Du hast doch ein Nobel und ne Unit mehr gehabt. Und zwei Phantom Lens, ich konnte ja gar nicht gewinnen. Boah, hab ich schon wieder mehr gehabt. Na, mit dem Natural-Ding da. Force of Nature. Jep. Achso. Meine Frontline, Leute. Unschaffbar. Alter, das sind aber ganz schön viele Goldene hier. Was ist das denn? Ich hab kein Kevin, Alter. Ja, das hatte ich auch gar nicht. Ich hab kein Kevin. So, jetzt muss Maxim gegen die Nobles. Das Glacial müsste da easy funktionieren. Alter. Ne, das ist Sola. Ich spieg keinen Glacial. Du hast keine 6 Nobles, oder? Ich hab keine 6 Nobles. Du brauchst Kale. Ah, oh! Ja, ja. Ah. Ja. Ja. Alter. 1 HP. So, dass wir aber die kommen, die du am meisten hast. Ja, man muss manchmal auch zur dunklen Seite gehen. Aber du weißt, was das bedeutet, Sola. Ja, ist okay. So, gib ihn mir. Der hat 4 Level 3 und verkackt halt. Einfach wegen Dun & Red. Aber wenn du Kale kriegst, ist halt over. Da ist er. Da ist er. Irre. Ach, du hast nur 7 Assassins. Ich bin fast vierter, Leute. Es sei denn, ein Power of Evil kriegt jetzt richtig in die Fresse. Ne, der hat Kale bekommen. Ne, Kale, du brauchst eine Unit zum rausziehen. Also gegen das, ich glaube, das wird das, 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 gegen, gegen Sola kannst du das nicht gewinnen. Du, du brauchst eine Unit vorne stehen, damit die Gegner am Anfang auf dich zulaufen und deine Assassins in die Backline springen können. Oh mein Gott. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab, glaube ich, kein Level stehen. Ich hab, glaube ich, kein Level stehen. Ne, das kann sie nicht gewinnen, Kale. Die verliert dann gar kein Leben. Aber ich fand's gut. Ja, das ist unmöglich. Oh, der war meint, der Pyke. Okay, okay, okay. Kenut ult? Kann ich ulten Stunt? Ne, 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 der verliert das. Alleine wegen Ash verliert er das. Und er hat zweimal Ranga drin. Ah, Mann. Zweimal Ranga ist unmöglich. Dieser Shogar, den du hast, Kevin, der ist schon nervig auf jeden Fall. Oh, ich hab zwei Stück. Das heißt, ich kriege wie viele Punkte? Vier? Aber mein, ah, ich bin dead. Quick Math. Drei Team und die Punkte auch. Okay, jetzt wird's bannend, Allah. Warte mal. Ich kriege sogar fünf Punkte. Ihre. Wer kriegt der dritte Platz nochmal? Punkte? Ehre. Wenig. Sechs, zwölf Punkte habe ich jetzt. Ey, die Tabelle habe ich euch in TS gepostet. Ja, ja. Ach, da gibt's doch wirklich ne Tabelle. Ja. Ihr braucht das gar nicht eintragen. Geil. Nice. Rückt mal die Anivias hier raus. Was soll'n dat? Was waren eure Morgenroutine? Jungs, ist es worth Kinder zu nehmen als Noble? Oh, der. Anstatt einer Lulu? Hast du eure Einschätzung? Ist halt, ist halt noch mehr. Lulu ist halt. Das Ding ist, ich würde die Lulu eh verkaufen, die Items of Kale tun, glaube ich. Echt? Und dann kannst du auch noch meinetwegen ne Leona reintun. Ne, hat er ja schon. Oder ne... Oh, ich probier das mal. Normalerweise mach ich die Lulu halt eigentlich. Mach doch die Hasakirai in Allah. Ohne Witsch. Ne, ne, das hast du verloren, Tristan. Du bist schon raus. Nein. Du bist raus. Also ich glaube, ich würde lieber Hasakirai machen mit hier auf der Seite. Kann ich auch noch einen machen. Okay. Ehre. Und jetzt mit Nobelbuff aller Unnormal. Jo. Hat er doch schon die ganze Zeit, Kalle. Also, mir reicht's. Die Kalle nach ganz hin. Und die Leona nach vorne, Tristan. Das ist ein Backseat-Game. Nein, nicht so. Oh. Aber er hat keine Assassins. All in good, Allah. Jo, die Kalle fliegt erstmal hoch. Alle Items auf ihr Ehre. So, jetzt fängt sie an. Jetzt fängt sie an. Oh, jetzt ist gleich gut. Direkt die Alexandra holt in die Fresse, Allah. Ja, okay. Okay. Jetzt freest du die ein. Nein, nein. Die Ash wird jetzt gleich eskalieren. Na, guck mal. Oh. Die Ash kann sich immer noch nicht bilden. Alter, die Ash. Die macht halt keinen Damage gerade, ne? Irgendwie nicht. Ja, aber du hast halt unendlich Kalle, Ulf. Nee, du hast die Ash, Ulf, das ist das Problem. Guck mal hier. Aber die stirbt jetzt. Nein, nein, die stirbt jetzt. Aha. Nein, kann sie nicht. Das ist halt einfach gleich schön. Jetzt hier vom PC und sehen nicht. Oh, in dem Unenschen. Du bist im Strudel gestorben. Hey, what? Oh. No way. Wer ist denn noch dabei? Wer ist denn noch dabei? Ist vorbei, ist vorbei. Ah. Lol. Dabei, dabei. Alter. Da, die nächste Wandel gehört wieder. So. Ich hab schon zusammen zwei Punkte. Alter, das tut halt wirklich leid. Alle tragen jetzt ein. König. Wer war König? König. Wer hat jetzt gewonnen? Nee, ich bin nicht König. Nee, Sola. Ach, Sola. Stimmt. So. Wer ist dann der Rivale? Ich würde sagen Maxim. Den hasse ich nämlich. Okay. Aber okay. Ach so, damit ich gewinne oder was? Ja. Wegen Cup der Ära auch, ne? Okay. Ihr habt ja die Story, hab ich gehört. Alter, hör mir auf. Wer entweist? Ich bin der Rival. Und Sola ist die Königspot. Ich sag euch, da müsst ihr ein bisschen umstehen und in irgendeine Unit kicken, ne? Weil sonst, wenn ihr noch mal ne Runde verliert, dann seid ihr echt gut. Ich geh aber für Purus Early Game jetzt. Primax? Ja? Ich schick dir jetzt wieder das Drawfall-Link, ja? Ich schick mir den Link. Aber wir machen jetzt so, das was abgestimmt wird, dürft ihr alle nicht picken. Ja. Was? Aber das geht erst ab Stage 2-3. Erst? Oh, okay. Oh. Bis dahin haben die Leute Zeit zu bohren. Das ist Stage 2-3. Ich verpasst das immer. Ja. Ich würde sagen, Ninjas. Gebt mir was Gutes, Leute. Gebt mir was Gutes. Roboter würde ich sagen. Roboter ist zu P. Nein, Roboter ist zu P. Er braucht nur ein Roboter und kann alles, was er will. Ja, aber das ist jetzt kein Handicap mehr, Kevin. Das ist doch kein Handicap mehr. Ihr dürft es dann nicht picken. Roboter wäre jetzt das einzige Handicap. Nehmt Roboter, nehmt Roboter. Alle nehmen Roboter bitte jetzt. Aber eigentlich gönne ich ihm auch mal ein bisschen mehr Freude. Ne, ne, ne. Aber er muss es spielen. Muss ja auch nicht sein dann. Ich muss es spielen und ihr dürft es nicht picken. Ab der Mitte. Ihr müsst in Trimax gehen und da voten. Ja, gut. Ihr könnt doch bei euch einfach helfen. Der Runde Klische. So, ähm. Ihr müsst mal die Freundschaftsanfrage annehmen. Oh, Blademaster wäre ja ultra krass. Dann kriegt er alle Dravens. Na gut, er kriegt sie ja nicht. Trimax, nimm mal Freundschaftsanfrage an. Wir sind doch Homies. Ach, ich bin in Ruhe. Du bist in Ruhe. Du bist in Ruhe. Freundschaftsanfrage. Nimm mal alle, hier, hier. Sola. Danke. Sola? Sola. Ach, der ist APK. Maxime, du bist doch hier Pro, ne? Maxime? Ja, ich hör dich. Es gibt diese Mission, dass man in Runde 11 auf Level 6 kommen muss. Geht das oder geht das nicht? Ohh, mit den Missionen gehen wir am Ass vorbei. Oh, Mann ey! Ich hab keine Friend-Request. Wie heißt denn du? Die hat das Wissen. Ihr heißt äh, 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 äh. habt ihr einen eilen Strawpool Link oder wie ist das diesmal? Max hat schon eins zu,." so Alter, Nobel wäre echt sick Nobel sieht gut aus gerade Ich vote für Ritter Ich vote für Roboter Nobel sieht gut aus, Leute Warum ist das alles auf Deutsch? Mann Wir machen deutschen Content Wir wollen einsteigerfreundlich sein Das ist so wie LCS damals Wir mussten Wellenräumungsqualität sagen, zu Waveclear Problem ist, ich kenne die einzelnen Namen nicht Revolverheld, was ist denn das? Ganslinger Alter, du hast doch ein bisschen nachgedacht Lebst du in Amerika? Revolverheld ist Demon Revolverheld Revolverheld Das habe ich schon nie gehört That's actually funny So, alle drin und go Jetzt sind wir von den Nobles auf der Nobles der Runde Mache ich meinen dritten Punkt, los geht's Was ist das denn? Ich war gerade pissen Hä? Es wird ja noch gewoten Es gibt noch keine Bis 2, 3 Wird gewoten Aber wir müssen ja nicht die Units verkaufen Oder wie? Der dürfte die Units nehmen Nein, er kann jetzt machen, was er will Aber ab dem Punkt Muss er nur noch das Ja, aber wir dürfen auch machen, was wir wollen Ja, ja Wenn jetzt zum Beispiel Nobel gewinnt Und ich habe am Anfang Nobel genommen Dann bist du richtig raus Dann bist du komplett letzter Das schwöre ich dir Weil ab dem Moment darfst du halt nicht mehr Nobel picken Achso, okay Aber ich würde sagen, die alten Braucher nicht verkaufen Aber sollte er ja, langfristig Aber Braucher nicht direkt Aber er darf halt einfach den Moment Wir probieren das mal aus Ja komm mach la Ja komm mach mal Ja komm mach mal Ey, ehre Erzähl's mir doch Lass einfach mal machen, Bruder Wir müssen halt nur alle, wir müssen halt nur alle, so und Sola und Maxim sind Rivalen. Maxim, äh, Sola ist König, ne? Maxim Rivali. Jetzt ganz kurz, wir haben jetzt gesagt, dass wir das dann nicht picken dürfen. Was ist, wenn ihr jetzt Nobel wird und ich schon Nobel habe? Ja, das ist ein Arsch. Alter, da haben wir gerade die ganze Zeit drüber geredet. Wir haben die ganze Zeit nur darüber geredet. Du mutest heimlich und redest mit deinem Chat, während wir Sachen erklären. Nee, ich höre wirklich nicht zu. Echt? Echt? Kalle spielt auf schwer. Echt? Echt? Habe ich aber auch nicht zugehört. Voll schockiert. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kalle sitzt da so, wir erklären so und er trinkt so seinen Sterni und rülpst. Schön wär's, Alter. Schön wär's. Ich hätte noch einen Augustiner im Kühlschrank, aber es geht gar nicht. Ich dachte, du hast Fieber. Ja, eben. Wobei, warte, wer ist eigentlich der König? Ich habe es gar nicht updated. Das heißt, es ist jetzt auch schlau, die Ab... Sola ist König, Sola ist König. Und wer ist der Rivale? Maxi. Maxi. Ja, hört ihr alle nicht zu! Na geil, ich habe eine Dragon's Claw auf der Wayne. Okay. Entschuldigung. Also es ist jetzt schlau, die Absteuer offen zu halten, damit man so ein bisschen up-to-date bleibt, ne? Stimmt. Up-to-date. Aber Sola, ich darf nur deine Level-Eins-Units verkaufen, ne? Ja, ich hyperrolle einfach, sodass ich keine Level-Eins-Unit habe. Ja, das war echt klar. Er kriegt die ganzen Night-Amps hier. Er kriegt die ganzen Night-Amps hier. Er ist ja vieler, die ich gemacht habe, letzte Runde. Zu viel Economy. Und dann kriegst du halt richtig auf den Sack, ne? On the Sack. On the ass. Okay. Ordentlich on the ass. Öh, hoppala. Also wieder das Ass-Tier. Also ist jetzt, wenn Nobel jetzt gewinnt, darf man dann keine Nobel-Champions kaufen oder nur nicht mehr Nobel als Buff spielen? Keine Nobel-Champions. Dass keine Nobel-Champions verkaufen. Du kannst deine aktuellen Nobles noch behalten, solange du willst. Aber du darfst noch behalten, dachte ich, oder? Ja, du darfst nur keine neuen dann kaufen. Die gehören dann alle Tri-Macs. Also das ist der Grundstück, dass einer den kauft, ne? Den mache ich lang. Ja, ich kaufe nur Nobles, aber das ist doch nicht schlimm. Same. Alle Kayten aus der Mitte gehen. Ich könnte ja auch noch Roboter gewinnen. Dann ist mir das egal. Ich könnte ja auch noch Roboter gewinnen. Was ist das aus der Mitte aus dem Kreis ist? Wollt ihr euch da Nobles nehmen? Doch. Und warten mal für die Roboter hier. Ja. Also ab zwei, drei Runden. Ja, ja, ja. Dann darfst du euch noch Nobles nehmen aus der Mitte. Ja, ja, ja. Yeah. That's what I'm talking about, man. Okay, jetzt haben wir wieder ein Problem. So, darf ich jetzt noch Nobles kaufen? Ja. Wann, Tess. So. Du bist also dumm. Ja, ja. Ja, ja. So, Trimax. Was ist das denn jetzt hier? So. So. Ich glaube, es hackt. Maxim. Ich weiß ja auch. Habe ich für dich, ne, Sola? Ja, gut. Es wäre schön, dass du Tostanisch-V2 hast, aber ich glaube, das war eine super-Ultchen. Weit musst du nicht verkaufen. Ja, da hat er einiges für gemacht, du. Aber ich hatte davon vier Stück auf dem Brett. Aber ich hatte davon vier Stück auf dem Brett. Der hat volle HP und Ultitz. Hat er dich eher ungepickt. Ich selber komplett einen Mäntel. Direkt die sieben Leben rein, ja. Nimm das. Komm schon. Die Eintel-Ultz hast du aber. Sensan. Ey, Maxim und Sola, sag bitte Bescheid, wenn ihr gegen deinen Antritt. Ja. Ja. Weiß ich auch noch nicht gerade. Bin gerade noch unentschlossen hier. Also die nächste Runde ist dann jetzt der Vote zu Ende, ne? Ja. Hoffentlich krieg ich noch Gery noch zwei, Alter. Scheiße. 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 Oh shit. Oh shit. Hoffentlich gewinnen die Roboter doch noch, ey. Let's go. Das ist echt knapp. Ich weiß nicht, ob das ein Handicap ist oder ein Vorteil. Für dich ist das ein riesen Vorteil. Ach, Roboter meinst du jetzt? Das Ding ist, Roboter ist für die neue Regel, glaube ich, das schlechteste. Oh, du bist auf vier gesprungen. Weil ansonsten hast du alle Units für dich. Weißt du, dein Geryn kriegt Schaden? Und dann, wenn du so große Einheiten wie... Ja, ist fast tot, der Geryn, ne? Ein Dordel oder ein Nobel oder so. So fühl ich mich ja. 5-0 Geryn gegen 0-1-80. Hast du auch, hat Kevin Geryn gehabt? Ja, war lustig. Ja, ich hatte... 1.500 Leben. Jetzt ist der Vote zu Ende, oder was? Ich würde sagen, mit Ende der Runde, weil dann ja... Also, reroll ich jetzt nochmal für den Geryn. Genau. So, äh... Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist schwierig. So, try my tank. Was ist denn hier los? Du hast einen Rage-Splade? Ich bin gerade überfordert, Leute. Ich habe ein Item bis jetzt. Ein, ja, ich auch. Was ist denn hier... Was macht nicht wahr an dem Deck? Oh, mein Geryn, Alter. Huuu! Du musst daran denken, dass man nicht auf Mord gehen kann. Das hat mich mir mal so gehandicapt, dass ich hier nur Scheiße baue gerade. Herz der Karten, Alter. War-Mox-Geryn. Ich kill nicht ein. Alter, Alter. Das wird ein bisschen dauern, ehe die Vayne warmen wird. So lange muss man gehen, was geht. So, jetzt keine Nobles mehr, ja? Ja, Nobles haben gewonnen. Nobles haben gewonnen. Nobles? Dürft ihr euch hier Nobles picken, ja? Nee. Die anderen jetzt... Wir dürfen nicht. Gar keine Nobles mehr nehmen. Nur du. Wir dürfen keine Nobles mehr nehmen. Nein! Gar keine. Ziehen die alle. Arsch auf den Ohren. Ich bin sackgesoffen hier. Also, ich werde jetzt Nobles picken. So, Primax muss den Lucian nehmen. Ja, das ist ja die geile Chain West, Alter, auf den Lucian. Ey, ist der FanDamDancer, Junge. Doppelklang. FanDamDancer, Bastille. Red Buff. Das heißt, du kannst ja alle Kales und so. Jetzt bin ich echt gespannt, was auf Primax geht. Es gibt ja nur vier Ranger insgesamt, oder? Das heißt, wenn ich jetzt keine Dane... Da kann ich ja gar nicht auf Ranger gehen. Den Dreier-Noble-Buff habe ich ja schon. Jetzt muss ich alle anderen Buffs verlieren. Ja, habe ich nicht. Also, du hast doch keine Willen. Du hast doch einen zweiten Ristraler. Ja, auf eins. Das ist sehr schlecht für dich. Der Fiora-Tausland, die bringt ja gar nichts. Was mache ich denn jetzt damit? Scheiße, Alter. Ich bin ein Shape-Shifter, der Nobel ist, ne? Nee. Bitte gib mir doch einfach so viel, wie es geht. Das ist, was du Liebe nennst. Alter, Junge. Werden die eigentlich jetzt schön geschissen, ey. Ich hab nicht ein Level-2-Unit. Ich schon, ich spiel, ich spiel auch aufschwer. Ich play on real hard. Kannst du meinen Garen besiegen, Kalle? Der End-Boss. Wo schießt denn der Cannon hin, ey? Oh, vielleicht. Da muss ich mit Marius da oben. Keine Chance. Der ist halt richtig ready. Wie viele Items hast du bitte da auf deiner Bank? Nee, nee. Einige. Hast du den Hörntumor? Ja, das ist ja schwierig dann. Weißt du, deswegen seid ihr Streamer. Die Alternative wäre McDonalds für euch. Achso, wir spielen jetzt quasi einfach nur, dass Trimax gewinnt, oder was? Buche ich ja nicht. Ich kriege meine guten Einheit nicht aufs Date. Tja, Alter. Das müsst ihr mir jetzt erklären. Möchtest du mir erklären? Erklären? Also, wir spielen jetzt so, dass Trimax alle Nobles kriegt, oder was? Ja! Ja. Ja, und dann? Weil er wieder Letzter... Ja, das ist die Regel. Wie und dann? Der braucht Hilfe, der Mann, weißt du? Achso, weil der Hilfe braucht. Weil der jetzt zweimal Letzter war. Ich hab jetzt vier Nobles, das bringt gar nichts. Ich will lieber mein Kassadin Level 2 aufs Feld bringen. Darf ich nicht. Wieso darfst du nicht? Ja, weil ich keinen Platz hab, weil eine dumme Fiorum drauf muss. Und der Nobel-Buff ist ab drei, aber vier Nobles bringen gar nichts. Aber ich muss vier Nobles spielen. Das ist ja schwierig. Ja. Oh, ich hab eigentlich daran gedacht. Okay. Oh, Mann. Es ist immer noch ein Handicap. 4-0 verkackt. Hallo. Gegen Spin N1. Spin N1. Gegen Spin N1. Also, ich darf jetzt keine Nobles kaufen. Na, wie. Ja, ich darf das doch sagen. Ich weiß gar nicht, aber serios. Das ist geil. Ich muss kurz sagen, ich hab gerade dreimal gererollt, es kamen keine Nobles. Ich hab jetzt zwei Veins, und die lass ich jetzt. Ich hab nur Scheiße. Die lässt jetzt, genau. Ich hab nur Scheiße. Ich hab auch nur Scheiße. Können sie aber auch kaufen. Technik gesehen. Muss aber nicht. Aber ich kann sie kaufen und nach einer Bank lassen. Ich schaff nicht mal die Cracks. Nee, du darfst sie nicht mal kaufen. Komm, lass uns wetten. Was? Nicht mal kaufen. Ich schaff die, glaub ich, auch nicht. Ey, du hast nur, du hast keinen Level 2 erwachsen. Nein! Max, Max, Max spielt wirklich auf Scheiße. Also, wenn jetzt, nochmal, wenn jetzt Maxim gegen mich gewinnt, darf auch von der Bank jemand evade-caden? Ja! Ja! Evade-caden! Du bist so gemein. Du bist so gemein. Die letzte Frage. Ey, ich kann keine Leona kaufen. Ja! Fuck! Da ist es halt hier. Ja, alle können die nur kritten, wenn sie assistieren sind. Solaris darf ich bauen, wenn ich Source-Rour gehe, oder? Ich darf nur nicht stacken. Ja, man darf keine... Stark! Also, das mit dem Item-Stack, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber... Maxim, man darf Solaris einmal bauen, wenn man Source-Rour spielt. Einmal, ja. Einmal ist okay. Hätte da ja nie der Lieferkauft jetzt. Warum kauft Maxim Lucien? Maxim kauft Lucien? Oh, hast du erwischt? Du darfst keine Nobles kaufen. Ich habe jetzt alles voller Luciens. So bad, ey. Oh, Mann. Geil. Also, ich versuche, möglichst viele Lucien zu holen. Ich spiele Lucien Wild, okay? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nur Scheiße. Nur Shit. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wohin. Du hast die Dragon-Kombo, Max. Ich bin mal ein Luz. Deine Mutti habe ich. Das bringen mir gar nichts. Kevin, das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Mist. Juhu, der hat einen Na. Jetzt schon einen Na? Oh, das ist wirklich belastend. Oh, der Garen steht aber richtig perfekt damit. Oh, du machst mich ja so, oder? Der Garen? Der wird jetzt gleich die Kiege. Der guckt dir mal den Gnar an. Der hat gar keine Luft so hin. Oh, schöne Leiter reingelaufen. Boom. Ja, immer ein paar weggemacht, aber... So, Try-Makes-Loffs-Kanapif. Oh, Mann. Okay. Nee, ist okay. Ich bin im Riesenrat. Ich muss jetzt rollen, Alter. Erstmal schön einen runter. Kein BF. Was ist denn das hier schon wieder? Ein Noble in der Mitte? Sehe ich das richtig? Alter, Max. Ja, dann darfst du nichts picken. Doch. Dann hol dir einfach irgendein Item. Mann, on die Bank. Das ist so anstrengend, wegen sulanter L Effect. Den Néglises, Alter. 된èglises. Blein Néglises. Na gut, der hat auch genanáglises Einsen. Syng, Webs. N swoje gewaltt schön. Ja,ja,핑 erst mal increible. Ja,ja,das wird schon langsam mehr alles, ja? Nein, gar nichts zu happen,das ist nur Müll. Einen Luschen hatte ich schon schon... Müll,müll... Aus was besteht... Solo aus Müll, yeah. M Juice. So, dann darf ich den natürlich nicht machen. So, so. Und Vayne kaufen. Geil! Bringt Ludens Echo ist nicht gut, oder? So, einfach so. Das ist ein super Item. Danke. Ich glaube, dass du negiert mit Morellos, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaub nicht. Da hat vor uns Morello Ludens Pike. Aber Ludens stackt mit AP, aber ist auch verboten. Ja, es gibt ja diese Screenshots auf Reddit, wo die mit Akalis immer alles... Ja, die ist ja im Prinzip egal. Ja, das ist auch verboten. Du machst einfach Rabadons auf eine Unit zweimal. Oder wieder mit Rangern. Ja. Ja, ist halt... So, no way. Ist halt einfach die Liebe. Aber Max, du spielst doch immer nur Assassinen, ne? Ja, dafür verliere ich ja. Ich hab nur die beiden einfach bekommen. Oh, hier, ich bin ja nicht Meister. Das ist das hier, Alter. Hanno, das bist du? Geil, 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 geil. Oh, kommt der Crit. Jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Ich hab gekrittet. Also, okay. Alter, der Garren... Der Garren... Oh, wenn ich die Garren Mana burnen... Na, die Mana burn ich nicht scheiße, oder? Stirb nicht. Oh, ne! Gott'sverdank. Das war so lucky. Das wird jetzt knapp. Ich glaub, das wird spannend. Maxime, du musst mal so nachschütteln. Oh, Ranger Truck. Ja, ich, ich, ich kann nicht gegen ihn. Ah, da kommt gleich der Arrow. Von dem Arrow! König! Du alter... Oh, what? Was passiert? Ah, Zeit! Die Zeit! Wieder nur Nobelträger. Ja... Ich glaub, ich hol ihn. Schönen Nobel. Ah, ich brauch so viel noch. Ich auch, ich auch, ich auch! Ich auch, ich auch, ich auch! Ich möchte kurz anmerken, ich hab wirklich meine Wayne auf Level 1. Und ich hab auch keine zweite, ne? Wayne interessiert. Wer von euch spielt wie alles Wayne? Ich hab meine Waynes verkauft. Ich hab keine mehr. Die stehen zur Freienverfügung. Hm. Oh, Carlos. Ah, wieder ergleitet, Rhymex. Okay, okay. Das ist gut, dir. Der Vauhaus ist gut stacked auf jeden Fall. Keine Leona-Ult. Ah, die Runde haste. Ah! Ja, irgendwann muss ich die auch anders holen. Oh, no! Obwohl? Jetzt muss aber lauten geschehen, Luke. Aua, der Gerrit. Jetzt kommt aber nochmal der Arrow. Oh! Ah, aber deine Ash. Nice! Ja, meine Ash. Ja, die ist auf deiner Seite, so wie die gespielt hat. Hey! Ehre. Rudi. Ehre auf meinen Nacken. Auf meinen Nacken! Mein Neck. Ehre. Mein Neck. Mein Neck. Mein Neck. Mein Neck. Mein Neck. Mein Neck ist keiner dope. Alter, Trimax, wo bleiben die Nobles? Ich krieg die... Es kommt keiner. Ich hab viermal gerollt! Es kam keiner! Viermal! Jetzt kommt ne Fiora. Oh, lecker. Ich hab ja auch schon wieder zwei Nobles. Er muss rein! So! Ne, hast du ja schon. Hab ich schon. Hast du schon. Auf der sicheren Seite. Ich hab jetzt Frontline, Alter. Mein Neck. Mein Neck. Mein Bex. Mein Bex. Mein Bex. Mein Bex. Ich brauch den Crack. Ich darf die Wölfe nicht. Komplett verreckt. Echt? Bei mir sieht's auch nicht gut aus. Was wird aus zwei Trimax? Kein Item bekommen. Äh... Trimax. Ich glaub der Erzangels. Kein... Ich glaub der Hellsangels. Nobel. Tekes Herald. Auf... Auf... Shyvana? I... I don't know. Ah... Schon wieder zwei Nobles. Eine Nobles bei mir? Bei mir ist auch ein Noble City, Alter. Juri, wo ist der Draven? Okay. Mein Neck. Ich muss hochleveln. Ich muss überhaupt was kriegen kann. And my back. Geile, was noch? Ich brauch die Kayle, dann geht alles. Mein Booty in mein Crack. Mein Booty in mein Crack, richtig. Ja, du hast deinen Maros da hinten geraucht. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Oh scheiße. Alter, der Nockerbruder. Oh, trifft alle. Guck mal, ich hab Gnar, aber er will nicht. Oh... Echt? Ein schönes Ding. Oh mein Gott. Alter, einfach weggeplatzt. Guck mal, das war mal her. Bam. Boah, ist das geil. Geil. Kaylex ist hier sogar mit allen Bonos auf dem letzten Platz, ja. Oh, drei Nobles. Wieder ein Noble? Hä? Ich krieg keine Nobles, ich geh jetzt Level ab. Hab ich die verkauft eben? Dann höchstens... Warum mach ich das? Warum mach ich das? Hey, my bag? Und dann kommt doch mein... Und mein Booty. Und mein Booty? Und mein Crack, Alter. Und direkt danach kommt The Crack, ne? Ach, juck! Ach, juck! Alter, wir spielen dir alle Gnarren! Wir spielen alle nicht Wilds, sondern ihr pickt den einfach nur so, ihr mindless bitches! Schwarutar tune, oh Schuss. Joohohohohoof. Boah가�ist. Dieser Garen, alter, der dreht sich seit fünf Monaten. Guck dass du mal anders, was ist der ist? Alter! Wie geht's dir Staab? Boah! Da sind wir nicht zu defensiv. Au! Ich hab grad 50 gold verrollt, es kamen längAir Msinola. Oho! Wattschotter. Ekeliges! Ich hab grad wirklich 50 Gold verrollt, es kam kein Nobel. Wayne ist Level 1. Das ist ja nicht so Nobel. Das ist ja nicht so Nobel gelaufen. Erzähl mal, wie das ein Sieg ist. Was soll ich denn damit machen? Hat er aber recht. Okay, wir spielen jetzt komplett mit runter, Leute. Ich hab immer das Gefühl, dass das alles scheiße ist. Ich will nur nicht letzter werden. Auch nicht. Müssen wir gleich komplett umstehen. Es ist egal. Langsam dauert, tut das ja alles weh. Kalle, lass mal boxen. Oh, ich spiel gegen Maxim. Oh, oh, oh. Der darf da nicht stehen. Oh, oh. Oh, oh. Da geht gleich mit Flöten. Oh, 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 oh. Sugar, did you see the Dragon's Claw? Instant draufgeknallt, als der Scheiß erholten wollte. Ja, das war, das war, das war schlau. Meinst du? Jetzt habt ihr eine Unit wegmachen, ne? Ich hab gewonnen. Trimax, wie läuft's bei dir? Achso. Läuft's bei dir Nobel, Alter? Hehehehe. So. Nur nicht letzter werden, dann bin ich raus aus der Scheiße. Ja, Kale! Ich bin erster. Das mag Maxim ja gar nicht gerne. Das ist nicht gut. Ja, geil, da ist ein Demon-Lusion. Muss ich den nehmen? Oh, wir dürfen jetzt, ich darf den Demon-Lusion nicht nehmen. Darf mir keiner jetzt nehmen? Natürlich, ich hab's auch schon mal gepickt. Dürfen wir den nehmen? Er ist ja Demon, na, theoretisch. Er ist Demon. Du kannst ihn nehmen und verkaufen fürs Item. Er ist ein Nobel, du darfst ihn nicht nehmen. Das war die Leona zur Entscheidung. Du darfst ihn nicht nehmen, nicht! Okay, ja, nicht Seju. Nicht nehmen! Es ist nämlich ein Nobel, auch wenn er ein Demon ist. Ich darf nichts nehmen! Alle Nobeln! Da nehm ich Leona. Hä? Ja, was ist jetzt eh was gekriegt? Ja, ich weiß nicht. Ich hab's schon wieder gecheatet. Was ist das? Nee, 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 der ist raus. Ich darf nichts nehmen! Ja, deswegen musst du keine Stütze machen, Junge! Oh, Schogart, hallo. Gibt's den Bug noch, dass man die Unit vom Karussell drauf lassen kann? Oder sollen wir das nicht machen? Oder ist der gefixt, der Bug? Was willst du? Na, wenn die Bank voll ist, dass man eine Unit mehr haben kann. Ich hab jetzt halt keinen Platz auf der Bank und ich will eigentlich nichts verkaufen. Junge, das überfordert jetzt mich. Ja gut, ich verkauf jetzt einfach, ich bin Ehre. Oh, was mach ich? Ich mach nur Scheiße! Oh, shit. Wer ist das? Sola, ne? Sola, gegen den König. Power of Evil. It's a battle between the best players and the LCS. Oh, die Sage World. Mhm. Oh, wenn die Chogart-Duell durchkommen, ist Ribna. Oh, was macht der? Alter, der Kug ist komplett kacke. Chogart! Alter, die Sage-Duell! Oh, lol! Ich bin tot, oder? Ich bin tot, oder? Ich schliebe! Ich schliebe! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Der kommt aus! Der kommt aus! Die Sage World hat mich komplett weggemacht! Die war schon lecker, ja. Mahallah, Habibi! Okay. Ja. Bitte Repo. So. Okay, äh. Meine Wayne ist echt Level 1, ne? Kann ich wegen einer Wayne kriegen? Oh, ja. Oh. Doppelklang. Oh, no. Hast du schon 6er Noble? Ist das 6er Noble, oder? Ah, doch. Du hast 6er Noble, oder? Ja. Oh, shit. Oh, du hast auch einen Sofa. Oh, du hast auch einen Sofa. Ja, hab ich ja gar keine Chance. Oh, ich mache nicht genug Schaden. Ich mache nicht genug Schaden. Na! Na! Wo ist deine Ult? Ich bin tot. Ja, er fasst Damage gegen mich. Ich bin letzter. Oh! 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 Ja, endlich letzter. Ehre. Doppelklang. Scheiße. Hey, go. Bye. Es fing so scheiße an, und dann kam die Wände, und dann ist es echt gut. Ja, ich hätte länger auf jeden Fall mal mit. Und dann kam Sejrani. Scheiße. Okay, wir gucken jetzt im Klömer. Ist das nicht so viel Geld? Was? F in Chat, genau. Okay, hol' ich jetzt Elemente statt Wild. Weil es ist ja eigentlich ziemlich Bastel. Scheiße. Wie wie Gnars sind hier? Wie wie Gnars-Spieler. Eins. Wir wurden gefühlt schon 20 Reins angeboten. Ich hatte Gnars, zwei Stück, die sind jetzt auf dem Markt. Zwei. Alter, ich bin nicht letzter! Ja! Ja! Ach, das doch! Hab' ich. Oh, ich hab gar keine Elemente, das ist auch aufgepackt. Ich hab getrollt. Shit. Das war ja nicht so gut. Ist ja nicht so gut gelaufen. Der hatte mal ne kleine Bitch. Ist ja nicht so gut gelaufen. Alter, du bist ja richtig kurz vor richtig guten Upgrade-Strimings. Upgrade-Nox? Wie läuft's bei Norway? Der war ja auch mal ein König. Lang ist her, ne? Kann ich gar nicht mehr dran sein. Maxim und Solash haben bisher nur einmal gegeneinander? Ja, wir sind wirklich, wir sind wirklich terrible. Ich frag jetzt mal direkt Maxim einfach mal. Ja. Bei mir ist grad einfach ne Rapid Fire oder ein Rage Blade. Okay. Was ist Spatula und Giant Fire wahrscheinlich? Ne, Rage Blade. Ne, Rage Blade. Hä? Glacial, Glacial. Hä, jetzt mal ganz kurz. Bei mir ist grade in dem Auswahlfenster einfach ein leeres Feld. Was? Ja. Du hast halt alles gekauft. Nicht mehr auf dem Markt. Ich hab nur vier Sachen, die ich kaufen kann. Hä? Ja. Das ist halt so ein Balancing-Ding. Okay. What the fuck? Ich hab noch nie gesehen. We are at war. Ah! Komm schon! Oh mein Gott! Bond Nation, kombin! Baby, mein Garon ist das geil! Jede Runde! Der ist noch nie gestorben! Der есть Magie Resistenz und kann nicht gecriter! Ja, ja, das habe ich so mir vorgestellt. Mit dem 6er-Nobel-Buff. Ehre. Und Night-Buff. Und Guardian-Buff. Das ist richtig asozial. Mhm, habe ich mir gedacht. Ich glaube, ich würde die Kayle noch weiter hinstellen, weil die gerade draufgegangen ist. Wir sind ja vorhin im Assassin. Wir sind in Spahn. Yo, du brauchst noch Hextech-Gunblade auf Garen. Not. Ich glaube, Amorell und Nomikons. Das wäre die Damage-Variante, aber mit Hextech-Gunblade stirbt er gar nicht mehr. Das ist alles kacke. Also ohne Witz, der kann dann 1v9 gehen. Kalorisch depressiver. Also ich bin für Trimax. Ich bin auch für mich. Alter, Kevin. Hallo. Ich schaffe ja nicht mehr diesen Glacier-Groß, glaube ich. Da schafft es nie, sich zu verwandeln. Meine Sijuani hat drei Tränen und ultet nicht. Ist das noch legal? Oh, der Swain. Der ist der 1v9-Groß. Ich glaube, ich sterbe jetzt gegen den Ghost. Aber der muss ja irgendwann aufhören. Aber ich habe Trimax, oder? Bist du tot? Die Garen darf nicht sterben. Die Garen darf nicht sterben. Garen darf nicht sterben. Bin mal kurz afghanisch. Nein, nein, der stirbt nicht mehr. Der stirbt nicht mehr. Der stirbt nicht mehr. Der stirbt. Der. Was macht der denn hier? Der. Oh, Alter. Na, Leute. Gut. Kann ich nicht. Thornmay wäre auch geil. Oder Wormox. Alter, Wayne ist da. Wayne, die interessiert. Und ich zählt schon weg, oder? Oh mein Gott. Okay, du musst rein. Der Zeitbonus da. 1, 2, 3, 4. Das wird zu fett, wenn ich verliere. Luschen weg, Wayne rein. Ein Yasuo, ein Swain, ein Gnar, eine Shibana, ein Darius. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen, von meiner Investition. Brauch noch einen. Ups. Gut. Wer ist das hier? Oh, Maxime, it's time. It's time. Was kann ich bei dir? Kann bei dir Sichu loswerden. Die sind voll. Zwei Yasuo. Oh mein Gott, das ist schon gar nicht dazu. Zwei Yasuo? Das hat sich einem herangeboten, was soll ich sagen? Okay, das ist natürlich... Alter, er hat meinen Garen getötet. Holy shit, der kontert mich, der heilt gegen mich. Komm schon, Swain! Ich bin schon gierig. Der macht das. Was kann man machen? Der heilt sich hoch an mir, das ist cheaten. Ich will leben. Lebt noch, lebt noch. Lebt noch. Krank, das ist das Einzige, was mich aufhalten kann. Geil, Nonne Cain. Nonne Cain. Nonne Cain. Nimm die Cain, los. Oder der Garen, falls du den auf drei kriegst. Darf ich doch gar nicht nehmen. Ich rede doch nicht mit dir. Wie kriegt man Siege aus den Items? BF und Giantsbit. Dürfte ich jetzt meine Nobles auf der Bank verkaufen, um Gold zu kriegen und zu rerollen für eine Cain Level 2? Geht das? Ich darf keine Nobles nehmen, Leute. Äh, Maxim, die Regeln interessieren dich doch nicht, wenn es um Wickewinn geht. Ich probiere was auch so. Ja, wenn ich bei vier Stück bin, dann nicht. Ab 10 HP darf man alles machen. Geil. Alter, kriegt er die Leona Level 3? Nein. So. Leona nicht, nee. Alter, du brauchst nur noch zwei Leonas. Ja, aber ich verkauf den Garen. Ich muss was verkaufen, sonst wird das hier nichts mehr. Ich will Leona oder Garen, gehe ich nicht mehr hoch. Garen wird verkaufen, gerollt. Geil, noch ein Garen. Ich kann nur noch eins hochkriegen. Das bringt nichts, das alles auf der Bank zu horten. Wer ist das? Oh, der ist auch böse. It's the me. Den machst du easy. Nur Seju, passt du auf. Ein Knock-Up. Sie alle zu holen. Das Dunkel zu treiben. Oh, die holen ist der Übelkacke. Oh, die laufen auch mal in meine Wildrein. Schaffst du nicht zu holen? Komm, schwein, bitte. Trimix, das war's. Das war's. Das war's. Oh, mein Draven, mein Draven hat das. Der Freeze. Der Stower Stun. Ich glaube, wir müssen gleich hochleveln. Oh, noch zwei ab. Der Stower Stun. Aber er ist ein guter Tank. Ist ein guter Tank. Die nächste Runde ist so wichtig. Nicht letzter. Nicht letzter. Ja, das bin ich. Viel Spaß. Leute, wollten wir alle Shape-Shifter gleich. Nee, nee, nee. Doch, Allah. So. Kein Fall. Du kriegst richtig die Yordles rein. Das ist, schwöre ich. Ja, das ist richtig stark. Ich hätte irgendwie Sorcerer, aber ich weiß nicht wie, ja. Ey, dass Solah und Maxim nicht gegeneinander, das ist doch... Ich hab nur noch nie gewonnen. Ich glaub, zwei Fights oder sowas hatten wir ja insgesamt. Ja, jetzt fighten wir nochmal wahrscheinlich gleich. Nee, ich bin erst mal gegen... Dein Aureon kommt jetzt erst mal her. Nochmal. Aber diesmal gegen die schwächere Person. Oh, lol. Oh, mein Showguard kann ich holen. Alter, der Showguard-Downgang ist da wichtig. Yes. Ich glaub, ich bin raus jetzt. Der Freeze. Oh, der Knall. Nee, ich hab keine Level 4 auf Level 2. Außer zwei Aurelions. Das reicht nicht. Alter, die Ash. Okay, komm schon. Schau-Guard. Zu... zu Freezy. Dieser Gläschel-Shit. Nein, das killt mich, oder? Hä? Ja, Gläschel-Gewinn. Du Gläschel-Gewinn. Ich schenk das. Am Ende gewinnt halt immer Gläschel, Leute. Ja, ist schon krass, dieses Gläschel-Ranger-Schmarrn, ne? Nee, im Prinzip ist es ja gar nicht. Du hast ja nur zwei Ranger. Du gehst quasi Elemente und dann Frontline. Ja, aber eigentlich geht man für vier Ranger, aber ich kann ja keine Vayne nehmen. Ja, vier Rangers ist quasi auch in Ordnung. Aber im Prinzip ist es quasi Ash und Frontline. Mehr brauchst du gar nicht. Der Rest ist ge-framed. Hast du... Nee. Hast du noch irgendetwas zum Gläschel gemacht? Nee. Er braucht nur Gläschel-Level 1. Oder Level... Nee, zwei hat er. Zwei reicht halt. Auf sechs lohnt sich nicht. Da fehlen ja dann andere coole Units. Guck mal, der Drake wird sich halt nie bewegen. Das erste Mal, wenn er sich bewegt ist... Aber er macht halt trotzdem Damage. Das ist super dumm. Na, zwischendurch kommt noch ein Auto-Attack raus, weil der kann ja nicht mehr so. Das ist ja echt dumm. Alter, komm bitte. Alter, Kevin ist auch am Limit. Oh. Wenn ich Swain kriege, ist einfach over. Der ist denn der lange Barcode? Ist das so leuer, gell? Nee, das ist Maxim. Nee, wir mussten nur gucken, wo Gläschel ist. Der lange bin ich. Hallo. Wo ist nur das? Dürfen wir jetzt wieder Gläschel-E-Noble kaufen? Nee. Nee, 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 nee. Okay, schade. Sind wir noch für Trimix. Geht für die Runde. Inschallah. So. Ich glaub, dass die Leute im nächsten Game... ...Hand of Blood richtig schön... ...Fisch schön fertig machen. So richtig schön Roboter-Buff oder irgendwas, ne? Doppel-Clack. So richtig schön... So richtig schön... ...Hättet ihr den Swain wegkaufen können, ne? Draven, come to Daddy. Doppel-Clack. Wollen wir den Blitzkrieg nicht gehoben? Ja, der Blitzkrieg geht einfach weiter. Ciao. Hey, die Sege holt den Kennen rein. GG, Alter. Oh, das knallt. Das klatscht. Aber jetzt kommt Swain. Aber Swain, mein Swain! Nee, der wird gestunt jetzt. Halt. Oh, die Ash hat verfehlt. Aber ist egal. Wenn ich den Swain Level 2 kriege, ist KG. Nee, nee, der kommt bei mir immer auf den Stank. Der kann auch nur die Sieben rein. Der Varus macht ja auch Mana-Burn. Swain hab ich mit dem Item-Build auch schon gehabt. Und er kommt da, er draint da nicht die ganze Karte. Wenn er das machen würde, wäre es ein bisschen unbalanced. Aber wer es halt schon war... Die ganze Karte, du schön anscheinend. Aber er kommt da, er kommt da nicht an Ash. Nicht nur das Board, die ganze Karte. Auf jedem Board. Er muss auf jedes Board draen. Dann hat er vielleicht eine Chance gegen Ash. Ich bin sie aufgeladen. Aber nur dann. Na, jetzt wird hier umgestellt. Ich seh schon. Alter, Trista? Ich weiß nicht, wohin. Nee, Tristan muss auf jeden Fall Yasuo nach hinten packen. Das ist jetzt Glacier gegen Glacier. Nee, nee, muss Yasuo in oben eine Ecke packen, damit Blitzcrank den hookt. Echt? Nein. Ja, doch. Verloren. Aber jetzt wird deine Vayne gehuckt. Aber gut. Ich hab echt nicht aufgetaucht, was dein Blitzcrank hat. Loll. Hallo. Ist egal. Der wird getankt. Wobei, er hat auch ein bisschen Glacier auf. Lady Setsuo hat nicht richtig geboostet. Setsuo hat echt getrollt. Setsuo hat echt getrollt. Aber jetzt kommt der Arrow. Oh, der ist auch nicht so gut gewesen. Der Arrow war gleich daneben, Alter. Der ist abgebogen. Oh, ja, ja, ja. Oh, Double Arrow Battle. Oh. Oh, 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 oh. Ja, tot. Oh. Ich bin Sola schon wieder gewonnen. Oh, aber Sola, das ist ein Muster. Bei mir ist er weggesprungen ins Portal. Ich hab mir einfach rangezoomt. Schön. Okay. Wie ist das nochmal mit den Punkten? Ja, die Tabelle ist verlinkt. Okay, wunderbar. Im Teamspeak. Aber wir müssen nicht selber eintragen, oder? Nee, das machen die Mods. Ich will nur nicht letzter werden. Ach, zweimal letzter. Das machen die Mods. Können die auch eine Gesamt-Tabelle zwischendurch machen? Oder ist das zu kompliziert? Sola ist weg. Oh, das ist... Jetzt werde ich auch mal belohnt, erster zu werden hier. Alter, Kalle. Das stimmt. Nein, das ist ja pro Runde. Wer ist jetzt der nächste Rivale von Sola? Der Gesamt steht hinter. Alter. Das ist ja nicht sortiert. Da muss man ja immer suchen. Hey, das ist einfach eine Tabelle. Und der letzte Reiter ist Gesamt. Der muss man ja voll suchen. Ich gehe kurz aufs Klo. Wollen wir kurz eine Pinkelpause machen für alle? Äh, dauert ja eh, wie alle drin sind. Ja, ich muss eh pissen. Vielleicht muss auch toll. Okay, bis gleich. Nur erst eine Stunde. So. Das habe ich schon. Okay. Leute, wir gehen jetzt auch gleich. We have to win. So. So, ich muss es leider immer noch reingeben. Don't know me. Wer ist dein Lieblingschampion, Maxim? Ash. Nee, eigentlich Chogart. Also, wenn ich so ein richtiger Fanboy bin, dann von Chogart. So, wer fehlt denn jetzt schon wieder? Ach, Sola fehlt. Aber ist das ja Sola? Was denn? Ich erkenne Solas Namen hier nicht. Aber ich glaube schon. Könnte aber auch Johnny sein. Da steht halt nur geil drunter. Müsste eigentlich Glacial stehen. Wen hast du nicht als Freund? Dann müssen wir das mal ändern. Ich muss immer noch, ich versuche immer noch Trimax und NoWay zu adden. Ja, dann müssen die gleich mal dich adden. So. Doppelklar. So. Aber ist Sola... Er muss halt, wenn er ein Strichcode ist, die Sola ausfüllen. Ach so, ja, den Link gibt's, wenn, wenn das Spiel startet. Wir machen das jetzt mal ordentlich. Ich versuche dich. Ich versuche dich. Was hin? Ja. Ich muss ja nicht mal echt pissen. Ich bin gleich ein Freund. Heno, bin ich schon von dir Freund? Ich hab dir jetzt schon zehnmal eine Anfrage geschickt. Ich hab dir schon achtmal geschickt. Ich drücke immer auf Plus. Ja, ich auch. Ja, ich hab ja zehn Millionen Friend Requests. Das ist das Problem. Ja, dann kannst du keine weitere schicken. Du hast keine 50 haben. Schicken kann er aber nicht kriegen. Ich kann keine. Kann kriegen. Aber er schickt nicht. Er schickt nicht. Ist das alphabetisch? Ey, dieser Loner ist so bad. Man kann da nicht mal alle abwählen, ne? Das haben die einfach ausgestellt, oder? Alter, Darth Vader, ey. So, warte. Ich schicke dir jetzt. Zack. Ist raus. Zeigen. Ich kann Rival zu Sola machen. Den Fickmogli. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ah ja, stimmt. Will keiner mehr, oder was hier? Weil ich will Sola vernichten und dann schön die ganzen Ranger weg. Oder, oder wir picken mir was richtig Starkes. Ja, weil ich ja letzter war. Und ich werde auch noch Solas Rivale. Das ist schon wieder, das ist schon wieder umgekehrt. Weil ich war ja auch sein Rival. Ne, warte, wir müssen erstmal, wir müssen erstmal entscheiden. Okay, ich würde auch gerne machen. Ja, die Pause war jetzt aber schnell rum hier, ne? Also, Kevin oder ich Rivale? Xing, Shang, Shang. Okay, okay. Gut, ehrlich gesagt. In die Kamera. Okay? Ja, okay. Drei. Warte. Wir machen einfach Schere, Stein, Papier und dann machen wir, okay? Ja. Xing, Shang, Shang. Hast du, ich hab Schere? Ich hab auch Schere. Dann nochmal. Xing, Shang, Shang. Ich hab Schere. Ich hab Stein. Okay, dann bist du Rivale. Yes. Ja, ein gutes. Das ist einfach. So, dann können wir jetzt starten, oder? Sind alle da? Alle da. Okay. Dann ist Kevin, ja? Die Abstimmung ist raus. So, ich wähle. Ich wähle dich. Warum ist das Deutsch? Geist. So, wählt mal für Hanno, bitte. Achso, weil die Ordens kriegen soll. Aber die Ordens, aber das ist doch super gut. Ja, aber er kriegt eh keine 6 Jordens und dann verkackt er mit 5 und ist tot. Also, aktuell ist Glacial vorne. Wir brauchen noch einen Link. Ach, als ob du jetzt Glacial bekommst. Ja, Glacial wär auf jeden Fall richtig. Der Link bleibt schön bei mir. Das wär ja absolut low hier. Ey, 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 ey. Schick den Link. Ey, da wär überall der Link. Weißt du, dass die anderen auch kein Glacial kaufen könnte das? Ja, keiner kann dann Glacial kaufen. Das ist ja kein Handicap, das ist ja ein Bug. Mach das mal nicht jetzt. Machen wir alle Glacial, Leute. Für Spandau. Nee, alle Roboter, alle Roboter. Alle Roboter, oder? Ich wär für Piraten. Oh shit. Piraten? Ja, da gibt es unnormal viel Kohle. Ja, ich brauch die Abstimmung, bitte. Juhl, dann krieg ich alle Pikes. Alle Piraten, alle Piraten. Krieg alle Pikes. Wer ist der Rivale? Kevin. Ja gut. Kevin, ich bin dein Rivale, ja. Ist wieder ein Nobel. Also, aktuell ist Glacial weiterhin vorne. Nein! Schick dir einen Abstimmungslink. Warte mal, hab ich den falschen Link? Hat er, hat er, hat er. Ach, du hast noch einen gemacht. Hey, es gibt jede Runde neun. Ja, ich hab den alten noch genommen, weil du zu langsam warst. Der Alte, der ist noch niem. Als ob der jetzt so weiterläuft für mich. Hier ist der Link. Da. Fehlt was richtig Beschissenes für Hanno, bitte. Demon, Leute, wählt Demon. Demon hatten wir schon, macht Piraten. Ja, wir müssen alle an dieselben Strengen sein. Glacial. Nee, nee, Pirates, Pirates find ich gut. Pirates, Pirates ist echt am besten. Aber dann hat er Pike. Pirates ist gut, alle auf Pirate, bitte. Dann hat er Pike, ja, aber gibt's schon was. MF, ne? Eiswesen. 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 Er sollt ihr jetzt tatsächlich Glacial gewonnen, oder was? Ehrenwesen. Achso, ist er noch nicht gewonnen. Nein, noch Hyrule hat nichts gewonnen. Noch ist er gar nichts gewonnen. Dann müssen wir nochmal alle Voter hier animieren, dass sie was anderes wollen. Ich meine, mit Pike hat er schon eine gute Winrate. Ich krieg immer, ich krieg immer am Anfang hier Ritter. Krieg ich jedes Mal. Immer Darius, Garren. Doppel? Ja, da sind ja auch so viele Morde. Das sind ja drei von denen. Immer. Mach jetzt mal hier die Hanno zum Piraten und dann scheißt der richtig rein. Nee. Pirate kriegst du ganz länger, das ist okay. Aber du brauchst Item leider. Ja, und? Das ist doch scheiße. Digga Hanno, ich hab bei mir immer so 10 Zuschauer. Der eine heißt Hop-Fan Nummer 1, Hop-Fan Nummer 2 und immer so weiter. Ich hab die noch nie bei dir gesehen, aber sie ist immer bei mir. Ja, ich stream ja auch nie. So gut. Also einmal in der Woche. Ohloi. Wir haben jetzt Zwischenvoting. Wie sieht's gerade aus? Pirate ist vorne. Pirate 36%. Jawoll. Also, dass sich jetzt hier so gegen mich verschworen wird, versteh ich nicht. Verstehst du mich? Ich find das sehr unhöflich, ich bin ja Gastgeber, a la. Aber du kannst mit Pirates immer noch alles spielen. A la. Pirates sind nur drei Stück. Pirates sind das drei Stück. Er muss aber leider vier spielen. Er muss vier spielen am Ende. Ja, das stimmt. Ja, schön. Du kannst im F-Sorcerer spielen, das ist auch nicht schlecht. Du musst alle vier Pirates spielen, wenn du sie bekommst. Im F-Sorcerer sind es 10. Wir dürfen die auch nicht kaufen, das versteht ihr, glaub ich, nicht, das System. Hättet ihr mal vorhin zugehört, dann hättet ihr das mitbekommen. Na, ich find das Pirate ist auch noch okay. Pirate, Digga, kannst du ausweichen. Ist so. Und auch das Pirate. Er ist ein Pirate. Wir können ihn auch die ganzen Tristanas wegnehmen. Das ist ja nicht ganz eng. Ich bin ja auch die ganze Zeit nicht. Ich bin ja auch die ganze Zeit nicht. Die ganzen Lüschens. So. Karle, beruhig dich. Ja, Gläschel kann ich vergessen, glaub ich. Oder Ehrenbasis. So. Will ich noch mal wissen, wer jetzt gleich rumheult. Who's gonna cry? So, was hast du denn jetzt schon? Ich hab halt echt nur Gülle gerade. Kalle. Boah. Was? Hä, wie geht das denn? Warte, hörte dich. Kalle hat, was? Ich hab auch zwei Level 2er. Ja, aber er hat auch noch die, guck dir mal die Items auch noch oben drauf an. Was für meine mega? Kalle, Junge, Junge, Junge. Kalle will also diese Runde gewinnen. Lass alle gegen Kalle. Hey, 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 hey. Find ich gut. Wie der Level ab hier noch, ey, wo sind wir denn? Wer ladelt denn hier so early, Alter? Ja. Habt ihr ja das alte System eigentlich gut? Ich hab einen Mega-Troll, mehr hab ich nicht. Hättest du mal eingesetzt, ne, gegen meine Mages, ja. Mann, warum muss ich denn gegen Kalle spielen, Alter, mit den Tracks-Items? Adams. Bam. Adams. Hm. Adams. Hat gepasst. Ja. Ich will jetzt kein Fachmann, aber Red Wurber auf Garen macht doch gar keinen Sinn, oder? Ist echt kein Fachmann. Ja, toll. Nö, nur Autotank. Warum lacht er denn jetzt so? Ja, auch mal Spaß haben. Dem bleibt schon geschnitzt. Wir werden jetzt purified. Purified. Oh, was ist das? Werde, gib mir mehr von dem, was du purified nimmst. Hallo, Hedo. So, guck mal, was war anders. Mit vier Level-Einser. Oha. Level-Zweikern. Da lacht ihr auch, okay. Geil, das ist einfach, ich kann das nicht mal angucken, was du da machst. Du hast auch den Red Wurber hier. Er ist quasi tot, der Garen, ne? Spear of Sojin. Boom. Und was? Krass, was einfach in die Päse von ihr reinnimmt. Wow. Es beginnt genauso wie letztes Jahr. Und genau so. Er ist quasi tot, der Garen, ne? Ich hab... Irgendwo da Basis haben. Super, ich hab verloren. Oh, schön. War ganz schön knapp, ey. So, ich will gegen Sola kämpfen. Ich hab halt komplette Scheiße bisher. Ja, deswegen. Das wär nicht so schön. Also noch gilt das nicht. Da könnte ich jetzt schon Ash nämlich wegmachen. Nee, noch gilt das nicht. Ja, aber Max kriegt ja eh Glacial, deswegen. Nach dieser Runde, zwei, strich, drei. Die Scheiße. Ey, wieso kriegt Max Glacial? Na, gewinnt es nicht? Nein, Pilot. Alter, hier sind zu viele Menschen mit nem Gehirntumor in der Runde. Die Muten sind so... Warum bist du so... Sola hat grad 20 Minuten Subs vorgelesen. Ich hab's genau gewusst. Ich wusste es. Ich wusste es. Und es war nur ein einziger Sub. Der benutzt... Jetzt hat er den gleichen Namen so. Ja. Die ganze Zeit. Ja, das wär lustig. Ah, Tristan, du spielst also ein Nobel mit Garen Stufe 2 und der kriegt auch einen Nobel-Buff. Ja, hast du hier so gedacht? Ah ja, Lulu ist ja auch noch da, ja. Jora, halt weg. So, Piraten haben gewonnen. Ihr darfst jetzt keine Piraten mehr picken. Hab ich nicht. Ab sofort, ne? Warum geht die nicht auf Warwick? Was sind wir? Hm. Ab sofort. Ja, weg. Report Vane ist zugezogen. So, wo ist ein Pirat, Alter? Ich hab halt nur ein Item. Das ist jetzt nicht so lecker. Ja! Da ist doch schon... Da sind zwei sogar, ne? Eins. Ja? Ja, der... Der Graves. Also ich darf jetzt... Der Graves darf man nicht picken. Ich darf jetzt den Cannon nicht nehmen, ne? Nee. Der Cannon ist Ninja. Cannon ist Ninja. Nee, Cannon ist Pirat, Alter. Das ist aber Graves und Pike nicht. Das Attack-Speed hätte ich gern gehabt, eigentlich. Ninja-Pirat, Alter. Das Ding ist, der Pike hat halt ein scheiß Item. Aber Pike ist geil. Also kann ich... Darf ich jetzt den Pirat nehmen, weil du schon genommen hast? Nee. Nein, nein. Du darfst keinen Pirat nehmen. Es ist so geil. Aber du kannst gar nichts nehmen und hoffen, dass du den kriegst. Ja, man kann sich aber auch probieren jetzt. Pscht. 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 Was ist denn auf Pike ein gutes Amos-Item? Also gutes Kombo-Item? Frozen Heart ist gut. Okay. Deck weiter. Was soll ich denn damit? Ist ja nur Scheiße. Nur Shit. Can you shit up? Noxus will... Pfft. Alter, what? What? Noxus will... My ears. Alter. My, 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 my... Red buff? Red buff? Ehrlich. Red buff ist super stark mit Draves und Woli, oder? Adam, let's ranken. Aber ich meine jetzt wegen Fallen. Touch my... Oh, what? Der hat einfach Garen gehuckt. Was ist mit ihm? Das ist nicht so gut, Ding. Ah, doch. Fast. Nice. Ich bin einfach weiter, Anna. Aber ich glaub, die krieg ich leider nicht tot, ne? Das will ich nicht. Ich brauch eine. Scheiße, hier. Irgendwann muss die Vayne auch mal warm sein. Lusha hat mein Herrscharrogemisch, äh, Dodgen. Alles Dodgen? Ach, komm. Wusste ich auch nicht. Das hab ich noch nie gesehen, Leute. Scheiße. Herz der Katzen. Äh, Katzen. Herz der Katzen. Äh, 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 Herz der Katzen. Take my damage. War ja nicht so viel. Fast schon. Damage, Damage. Oh, Scheiße. Oh! Diese Geräusche mag ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wenn ich weiß. Ich hab keinen einzigen Level Zweier, ey. Ja, same. Noch einen, einer. Das ist so dumm. Ich hab fünf Level Zweier, ich muss sie auf die Bank stellen. So dumm. Ich mein, es ist Frozen Heart drauf. Ich glaub, ich muss seit Jahren mal wieder Redemption kaufen. Einfach nur vor den guten Old Times. Mann, gegen Hanno. Ich will gegen Sola kämpfen. Ey, was habt ihr wirklich? Alter, Kalle, was ist das denn? Oh, ich vergesse mal eine Einheit aufzustellen. Komm schon, Mann. Ja, ich hätte sogar noch den zweiten Garen gegeben können. Das ist einfach zu blöd. Das ärgert mich jetzt wieder, ne? Wenn du das verlierst, ne? Ich verliere das. Echt? Red verlierst du? Alter, der Damage. Ah, geh zurück. Nein. War die Lulu ulted jetzt leider mal? Hey, du hast Garen, du verli... Hey, bist du dumm. Was ist denn gut mit... Ah, ich gewinn. Komm schon, Lulu, please. Warum macht ihr keinen Schaden? Ja, ich wollte dir nur ein bisschen Hoffnung machen. Alter, der hat einfach 96 Millionen Armor, Alter. Was erwartest du? Was erwartest du? 96 Millionen, Alter. Ey, mal, vielleicht bist du Sola kommen, eigentlich. Oh, noch mal. Also, ich habe in diesem ganzen Match noch nicht einen Pirate zugerollt. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Oh. Ich glaube, es ist auch ein Buch hier. Nicht einen. Ich schaffe wieder die Crux nicht. Ich werde sie wieder nicht schaffen. Ich glaube, die schaffe ich diesmal auch nicht. Ich werde sie diesmal schaffen. Ich habe fünf Level 2, ich müsste es hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schaffe, ja. Ich schaffe es nicht, Alter. Maschallah. Maschallah. Scheiße, jetzt springt Pyke da rüber nach dem Bug. Die ganze Day weg. Maschallah, Maschallah, Mama, Mama, Maschallah. Oh, Leute, ich habe meine Lulu disabled auszusehen. Kannst du dir disabled? Ich weiß nicht, aber ich habe eingekackert. So krass gecornert. Es ist einfach nicht in Ranges. Oh, Mann, gibt doch Items. Ich habe drei Chain Wests. Geil, Mann. Ich habe noch nicht ein einziges Item bekommen. Noch nicht ein, ein fricken einziges. Ich auch nur fünf. Komm schon. Komm schon. Okay, 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 okay. Ich kriege keine Items. Ehre, 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 Ehre. Raschelter mit seinem Scheißschluss. Kein Item. Maxim 100%. Kein Item, keine Piraten. Raschelter mit seinem Scheißschluss. Das ist so eine Eskalation. Raschelter mit seinem Scheißschluss. So, ich möchte jetzt Adam sowieso. Ich möchte jetzt gegen Sola kämpfen. Ich hätte gerne jetzt auch mal eine geile Runde einfach. Ich hätte jetzt einmal, ich hätte jetzt, du bist bei 100%, hast 94 Items, hast fucking Draven, Doppel Garen Frontline und redest. Was ist bei dir eigentlich? Puh. Ja, aber guck dir mal die Wehen da hinten an. Guck mal den, guck mal den Thornmae First Crime Bank rein. Du hast halt schon fünf Items, äh, fünf Leute. Guck mal, die Garen Armee, wie die da reinschlägt. Wieso ist er einfach so bestorben? Wofür habe ich denn Thornmae? Der ist ja mit zwei gewesen. Warum geht der denn jetzt auf den Scheißen Robic? Wie sollst du das verlieren? Ja, in den mit meinen Einheiten sind wir nicht zu machen vielleicht. Ja, 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 ja. Ja. Da ist ein Pirat. So, der muss jetzt rein. Und da hat schon wieder einer hier in den drei. Das geht nicht. Das geht nicht. Kann sich Sola beschweren? Wie dumm ist er? Ich beschwere mich hier nicht. Ich habe nur keine Items. Ja, das ist... Sola Level drei. Wahrscheinlich spiele ich jetzt auch gegen Sola. Wetten wir? Guck hier, RNG. Aber das ist nicht so strong, was ich hier habe. Das ist alles nicht so strong. No way, habe ich ja gesagt. Ich spiele gegen Sola. Ach, komm schon. Nichts schon wieder, ey. Aber der Chogard, komm, jetzt pass auf. Oh, nö. Redemption, Charmämtchen. Oh, die wollte ich nicht so gut fühlen. Äh, wir kriegen das... Äh, ich kann nicht das gewinnen, oder? Ja. Nee. Nee. Nee, kann nicht. Das ist so scheiße. Gutes Gespräch. Oh, der ist ein Lobelbar. Nee, nee, nee. All the sided. Aber die Ash ist ein bisschen drunk. Die Ari macht schon, also... Naja, mit Rabadon. Die macht nur mehr, also... Oh, da haben wir mal schön reingecradet. Jetzt hier der Buff. Das ist natürlich... Ach so, haben wir hier Sola und Kevin gegeneinander gespielt? Noch nicht, leider. Ich fieber da... Du hast Fieber, ne? Ja, Fieber. Ich hätte Fieber, ja. Mental Fieber, ne? Ja, Mental auch. Guck mal, wie viele Veins der hat. Ja, die ist useless. Fieber, ne? Fieber, ne? Fieber, ne? Gehst du eh wieder glazed, oder? Weiß noch nicht, was ich geh. Der F ist noch nicht draußen, ne? Weil der kommt ja jetzt dann. Der F ist noch draußen. Alter, hör auf zu rascheln! Rascheln gar nicht. Oh, ich bin gegen Kevin. Ja, das bin ich nicht, guck dir mal deine Scheiß-Items an. Was hast du denn alles? Ach so krass, Alter. Meine Vein ist nicht so leicht, aber ich muss schon... Wenn der Frontline-Noble-Buff hat, ist wie Cheaten, ey. Nee, das kann ich nicht machen, oder? Ja, aber das sieht ja so gut aus, das haben wir gar nicht. Na, Platz, deine Piraten sind ja komplett scheiße. Ach, Kevin. Deine Piraten sind ja komplett... Alter, wir sind alle Level 1, ey. Wir lassen noch meinen Piraten wissen. Oh, nehm ich jetzt Gangplank oder Gangplank? Juhu, Gangplank! Juhu, Gangplank! Ehre! Was nehm ich denn hier? Was ist ein paar auf ihm da? Alter, wie geil! Den Garn bekommen! Geht wer von euch auf Blade Master oder Ganslinger? Auf BLEAD Master geht's! BLEAD! Leul, wegen Russisch. Ganslinger, safe. Wegen Miss Fortune und Tristana, die man nicht kaufen darf. Super Frage, Henno. Pristana darf man nicht kaufen. Nee, Graves und Miss Fortune. Also, kann gar nicht mit ihrer Ganslinger gehen, ist gar nicht. Impossible. Passiert gar nicht. Ja, komm. Geil! Feig Level 2, Abfahrt. Oh! Oh, ich hab hier Gold! Ich hab hier ne Goldruhe! N Schuh, cool! Ich hasse mich. Muss reintun, Junge. Kannste anziehen. Wenn ich meine Einheiten auf Level 2 kriege, ist das glaube ich gar nicht so schwach. Aber... Ein weiter Weg. We got a long way to go! Doppelklang. We got a long way to go! Hand of BLEAD. Drei Max. Phantom, ey, bäh! Oh, bäh! Ist das reine ONG eigentlich, auf dem das landet, der Phantom Buff? Ja. Das ist halt schon blöd, ne? Ja, das ist halt wieder so ne... Das ist aber im Late Game trotzdem absolut okay. Ja, ja, klar, aber... Maxi Markov muss jemanden seinen Winstreet kaputt machen. Durch seine Winstreet kaputt macht ne Combo. Combo? Combo. Find ich nicht gut, find ich nicht gut. Mmm, Bacho, Bacho, Combo. War nicht schlecht. What the, what the, what the, what the way? Richtig. Kalle, Kalle, Combo! Oha! Wacka, 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 wäaay. No, ja, wir spielen jetzt wie Sohle einmal spielt. Oft eklig. Was kriegt denn hier jetzt ne Kalle, Alter? Kalle? Der hätt ich grad. Ah, mein Income ist halt nicht so sexuell. Ah, ich würd nimm es vor, den sie leider nicht nehmen. Wie viel hast du? Würde ich nicht drüber reden. Wer von euch hat schon alles furcht, Zücher? Alter, Sohle, du hast gar kein Geld. Ich hab auch nicht viel. Ich hab keine Chance. Es ist komplett over. Redemption, Resetting. Oh, nö. Also, Darius hier war's. Die Kalle sind nicht mehr ein. Holy shit, was war das denn? Ich kenn diese... Jetzt werd ich mal Opfer vom Glacier hier. Oh, Hanno. Aua. It's the own medicine you need. Das ist ja n geilen Vorteil. Ja, danke. Weg mit der Scheiße hier. Weg mit der Scheiße hier. Aber Schaller, ey. Ja, ich hab auch nicht. Maschallert, verschantern. compete ohne man. Machschallert, verschantern. Wuhh, äh. Was war das richtig? Wuhh, äh. Gib mir meine items, gib mir item 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 So, wieviel items kriegst du, Zola, ha? Let's cry about that Oh, du hast ja das Bier, was heilst du denn? Ja, was hab ich noch? Bane? Was, die Leufex sind draus? Leufex? Das ist TFT-Facts oder was? Oh, 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 we need a heal right now, thanks Ja, ja, mehr, 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 mehr Ja, ja, ja Oh, oh, oh 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 Ich bräuchte, ich bräuchte ne Tia Ich bräuchte ne Tia, Alter So, wie mein'n das jetzt? Wen baller ich denn hier durch? Hurrikan, wie gesagt, Leute, würd ich super gerne bauen Das hab' einfach geboostet und shitty, shitty, shit Rageblade auf, auf, auf wen? Wie mach' ich Red Buff, Giants Belt und? Äh, Chain West Ach, Red Buff ist, ja Red Buff ist, Chainz Oh, was mach' ich denn jetzt? Man darf so viele Rabadons, wie, wie man möchte auf einem Charakter haben, oder? Ja Das wäre Red Buff und das wäre... Ja, das wie auf Sojin auf Gnar Ja Ich war's Ja Ich war sehr unzufrieden Ja, wirst du wechseln, denk' ich, ne? Alter Kindred Letzte Sekunde, du Bitch Alter, Kindred Kindred So Mh, das schmeckt Nein Wer ist das? Ash, los Pristana, tu was Nein, sie ist gefreezed Das ist Glacier, es ist einfach verboten Pristana, Pristana Geil in die Truhe Geil in die Truhe Geil in die Truhe Nee, glaub' ich nicht Ich muss jetzt all-in gehen Alles auf Risiko Ja Alles auf Reim Mh 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 Wir lehnen uns zurück und genießen die Schuhe Mh 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 Ich hab gerade Gnarr gekauft, dann Chogart, verkauf den Chogart. Warum ist mein Gehirn so klein? Ich hab verloren. Ich kann es nicht passen. Glacial, das weiß ich schon sehr. Immer wenn man Glacial abbekommt, dann will man sofort auch böse sein. Glacial 6 ist echt so dreckig. Dirty and also pretty. Ich hab verloren. Oh, die ist gesignet. Ach, das ist der Varus, der Sparus. Silence geht? Ich dachte, es geht nicht. Funktioniert ganz gut. Was hast du denn so gestöhnt, Kalle? Ich weiß nicht, wir haben ja an beiden gestöhnt. Highchance ist übrigens ein sehr flexibles Wort. Highchance ist, würde ich sagen, so 80 Prozent. Was ist denn der Vorteil? Wie baut man denn das? Ja, erklär mal Trimax, was ist denn der Vorteil? Ich weiß es nicht. Ich hab's verplant. Ich wollte was ganz anderes bauen. Wie viele Wins hast du? 50. Alle. Kann ich jetzt mal was geiles kriegen? Nein. Das ist doch dumm! Das ist doch dumm! Entschuldigung. Ich verliere mal die Beherrschen. Das ist halt... Ich komm, ich komm. Clubby Bad? Power of Evil! Komm, du bist schlagbar! Unsere Rivals haben noch nicht ein Game gegeneinander, oder? Doch, eins hab ich gewonnen. So! Done! Zieh mal durch! Jetzt geht der auf den Brau, ey! Alter, wie oft ballert der denn die OLED rein? Tut mir leid. Ja, aber dann... Knall die jetzt weg! So! Ist okay. Sorry. Ist okay, Kalle. Ist okay. Alter. Jetzt sind wir auf Level 7. Jetzt geht's nach vorne. Max 1 AP! Der holt jetzt einfach gegenseitig einen runter, ja. 2 Gold. Was? So! Oh mein Gott! Die Spatula safe einfach! Warte mal! Die muss ja... Der ist aber Pirat! Können wir nicht nehmen! Das stimmt! Ah! Er cheated! Er muss alles verkaufen! Er ist raus! Er muss alles verkaufen! Bestraf uns! Er muss alles verkaufen, was er hat! Was ist passiert? Ich bin auf dem Board! Hä? Er hat mit Fortune genommen, die ist Pirate und die hat ein Spatula! Ja! Ich war auf meinem Board und hab geguckt, was ich pick! Holy shit! Alles verkaufen! Alles! Aber wirklich alles! Er muss halt alles verkaufen! Er muss halt alles verkaufen! Also wirklich alles! Ich würd alles verkaufen! Ich würd alles verkaufen! Alter! Sprich dann! Du hast mich jetzt schon betrogen! Unglaublich! Ausversehen! Ausversehen! Wie kann sowas aus Versehen? Du spatulagieriger Spaste, Alter! Gucken wir alle auf dein Board und du verkaufst jetzt alles! Oh Ash? Jetzt alles! Ja normal! Ja normal! Los! Hä? Was passiert jetzt hier? Wieso denn alles? Das ist ein bisschen hart! Alles ist ein bisschen hart! Ich wollt ihn beten! Nee wieso die ganze Bank soll er verkaufen! Er hat halt auch die Regeln gebrakt! Ja so! Oder! Ja genau! Ich hab nur Müll! Für das Wirtschaftswunder! Für das Wirtschaftswunder! Für Wirtschaftswunder! Nein! Ich hab verloren! Ich hab einfach mein ganzes Inventual! Eine Highlight verkackt! Wer ist das? No way! Du hast jetzt schon wieder auf Ash umgestellt! No way! Mach das! Was soll ich sagen? Wenn ich die Ash 2 kriege, nehm ich die! Oh das ist ne schöne Chogard! Ich hab so eine 1er Unit! Das ist alles gar nicht! Stun! Komplett getrohender Chogard! Alter wie tanky kann eine Person sein! Reicht nicht! Der wird töte mich! Boah das wird was! Trimax das wird was! Der Arrow war wieder was! Ech! 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 Trimax! Wenn man einmal in dem Loch ist, ne! Man kommt nicht raus, Alter! Mh! 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 Wir gucken jetzt mal Tristan zu! Da war kein Space hier! Ja was hattest du auf dem Board? Ne ich hab ja ganz das Inventory verkauft! Es waren zwei Braums... Leona... Ramos noch da war! Ja was noch da war! Ja das ist natürlich bitter! Ramos! Ramos! Tambo! Egal! Top 8! Ich glaube wir verkaufen irgendwann die Vayne und den Ramos, die machen nur Ash! Aber ich weiß gar nicht, welcher Noble mir fehlt. So Tristan. Ein Noble fehlt mir. Ich weiß gar nicht, welcher. Weißt du nicht? Ich bin gegen Kevin. Ich bin gegen Kevin. Yes! Schau, Tribe! Oh, nimm mal. Ah, doch. Na, die sind noch gut. Ja, doch. Safe. Oh, die Tanki, die der Frontliner da ist. Oh, das ist jetzt... Wenn du, dass ein Kindred zweimal ulten musst in einem Fight. Maxim ist halt so ein richtiger Kindred-Lover. Oh, noch mal ein bisschen knapp. Oh, knapp, du. Weiß ich nicht. Oh, knapp. Oh, knapp, du. Oh, knapp. Mit dem Betrug habe ich Tristan gekickt. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ash ist halt okay. Glacial, Alter. Jede Runde. Ja, doch. Also, was kann ich jetzt bannen? Leute, ihr nehmt jetzt alle Capes. So was. Gold, ein Stern jetzt. Entscheid dich. Ein, ein, ein. Halt mal die Klappe. Einstern-Unit. Nein, Level 1er-Unit. Also, ein Stern, ja. Also, kann ich sagen... Ein Stern nur. Also, kann ich nicht sagen Ash. Nee, die ist zwei. Dann sag... Ja gut, dann sag ich Kindred. Ist das Deins? Okay. Das habe ich von Henning. Das Schlimmste ist, der Mox hätte er mit der Fiora... Äh, mit der Visor vielleicht noch gewinnen können. Hätte er aller... Oh, ich bin in Amerika. Das ist so wie Hass, äh. Nee, alles cool, alles cool. Warum eigentlich Betrug? Was ist mit dem F? Was ist eigentlich mit Kevin und Zola? Ja, ich hab gar nicht gewonnen gegen ihn. Alter, Maxi... Und was hat er verkauft? Kindred muss der verkaufen. Nice, sehr gut. Well played. Komm in meinem Leben. Willkommen, Maxi. Was ist denn der beste Counter zur Glacier? Weil ja, dass du die bist. Beste Counter zur Glacier ist alte 4. Glacier. Ja, aber wieder kein Item. Ich werde sabotiert. Oh, eine Träger. Alter, wirklich die größte Gülle hier. Ich hole mal kurz was zu kriegen. Der Spatula. Die größte Gülle des Planets. Größte Ghoul. Ach komm, jetzt wird es langsam unlustig, Alter. Doppelklang. Ich hab jetzt erst echt zwei, by the way. Viele einfach auf Hardcore. Okay, ihr kennt euch doch aus mit dem Spiel. Würdet ihr Rapidfire oder Rageblade auf Aurelion bauen? Rageblade. Rageblade? Habe ich die Lissandra verkauft? Oh shit. Also, ich kenn mich nicht aus, aber ich würde O-Rageblade nehmen. Sehr gut. Danke dir. Wir dürfen jetzt immer noch keine Piraten bauen, ne? Ne. Außer Tristan. Ach. Oh, wieso ultet der nicht? Oh man. Aber ist egal. Jungs, es ist einmal zu früh morgens. Ich hab mich auch krass, ey. 5. Streamst du eigentlich, Tristan? Ja, ich stream. Ey, ich muss mal wegklippen, wie seine Hackfresse dabei aussah. Das will ich sehen. Wie er so einfach Brainfart in die MF reindübelt. Das krass ist aber auch ne Evelyn mit Spartoren. Ich hätte einfach die Evelyn nehmen können. Aber ich dachte mir so, die Miss Fortune, 5 Goldstücke. Junge, das ist richtig insane. Alter. Ich stau einfach direkt drauf. Du machst es nicht besser, Vorsicht. Irgendwie hat auch die Miss Fortune draufgepingt. Das hat mich noch gieriger gemacht, weil ich die erste war am Wählen. Ja. Mega CC, hast du sowas? Bambo, Bambo, Bambo. Bitte einen guten Phantom-Buff. Danke dir. Wo steht denn meine Kindred? Warum ist sie da vorne? Meine einzige Level 3 Einhalt fällt einfach um. Oh, das ist schön. Oh mein Gott, das ist die Giovanni-Ult auch. Oh, ist das Low. Guck, was du da alles hast. Oh, was? Oh, ne. Was? Kindred-Ult? Was ist das denn? Der ist der Blindste. Night again. Night again. Oh, Leute. Der schafft es nicht. Oh, jetzt. Alter. Ich habe gerade meine Comp und du killst mich. Tut mir so leid. Also es tut mir eigentlich gar nicht leid, aber es tut mir irgendwo ein bisschen... Alter, ist das bitter. Guck mir No Way zu. Ist das bitter. No Way. Du musst jetzt mal hyperrollen mit dem. Ja, ganz ruhig. Stufe 2. Ist das bitter. Wird gleich gehyperrolled. Wird gleich gehyperrolled. Du, pass auf. Ich hatte das ganze Late Game. Ich hatte noch das ganze Late Game vor mir. Alter, der Chogard mit 2400 Leben. Moin. Moin. Wie viele Items hast du eigentlich? Das ist ja wieder nicht. Also nur Aurelion halt, aber der ist halt Level 1. Hey, Chogard hat auch zweieinhalb. Ja. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was hast du denn für Items, Alter? Was hast du denn für Items, Alter? Der Gegner hat... What? Das ist ja gegen den verliert. Das ist ja Glacial Abuse hier. Ja, meine See schuldet nicht. Der Glacial Ranger Abuse. Ey, Zola spielst du jede Runde Glacial? Das ist so dreckig, ne? Ich werd geflamed, wenn ich Assassin spiel. Muss man einfach in einem Verhältnis... Alter! Alter, was war das? So! Du hast Double Rabadons. War nicht Items Stack Abuse? Alter! Ne, das ist okay. Ich hab extra gefragt. Ich hab extra gefragt. Das ist asozial, aber ist okay noch. Okay. Geht noch durch. Guck mal, das ist ein Aurelion. Das ist eine Missfortstellung. Jetzt kann ich die Spantula nicht nehmen. Kann ich jemanden auch nicht nehmen? Nein! Nein! Sag ich für die ganze Zeit! Sag ich das jedes Mal! Ja! Mit den BFs ist schon ein bisschen mau hier, ne? Mit den BFs stört mich echt der Meister. Kann ich jetzt einfach random gucken und vielleicht hab ich sie kriegen? Kann jetzt jemand mal bitte... Tut mir leid, no way. Es geht nicht anders. Du Sau, ey! Leute, irgendwer muss jetzt zu Tristans scheiß Stream gehen und die Stelle klippen, wo er mir im MF wegpickt und das hier in den Chat tun. Danke. Was ist denn da los? Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Oh, da bleibt er ganz beige. Ja, weil ich jetzt natürlich die große Fresse haben will und dann auf die Fresse krieg. Große Phrase? Vor allem bei mir liegt weiterhin die Goldtruhe, ne, auf dem Feld. Rieche Ehre. Showcard mit Rage. Warum hast du hier nicht gelootet? Er streamt ohne Facecam? Tristan? Tristan, du streamst ohne Facecam? Junge, ich bin in dem Raum schon... Ich bin halt momentan in der Facility. Wir haben gleich ein Meeting. In der Fac... Wir haben gleich ein Meeting. Ich bin in der Facility, Alter. In L.A. Junge, ich hab gesagt... Ich bin hier gerade im Tournament. Ich kann das ja nicht unbedingt tun. In dem Tournament. Mein Gnatter! Ja, den hab ich weggemacht. Hast du gesehen, ne? Den kämpf ich hier überhaupt. Maxim. Aber jetzt wird's kritisch. Nein, ist gestunnt, ist gestunnt! Ja, das tut mir leid. Das ist einfach assoziant. Au! Verlier's doch gegen mich! Ey! Maxim ist halt aus. Geil, User! Ich sag mal, ich spiele 6 Glacial, 3 Elemental und Phantoms. Es tut mir leid. Ich meine, ihr könnt euch bei Sola bedanken. Und Ranger spielst du? Ranger auch ein bisschen. Same. Oh! Äh... Ich hab die ganze Zeit Imperials gesucht. Ich guck grad auf Kulles Feld und weiß jetzt, wo die sind. Mhm. Kulles spielt full Imperial, oder? Wieso try-hardet mir bei so einem Event, Anna? Ja, das ist jetzt sehr risky. Hä? Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich. Ja. Aber... 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 Ich versteh nicht, warum du deine Bank nicht verkaufst. Wenn ich die Runde überlebe... Nee! Jetzt soll ich gewinnen. Ey, warum hast du deine Kinder drinnen? Du gewinnst nicht. Das ist wieder Glacial. Darfst du nicht. Wieso darf ich nicht neu gekauft? Ich hab gebannt, oder? Hä, nein. Okay. Alter, der Aureon sollte gebannt werden. Der hat grad einfach links an meinen Ranger vorbeigeschossen. Es ist alles gestorben. Du gewinnst. Ach! Mann! 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 Lächel spaß dich Also das raus ist schon mal gut was das gleiche und bis raus solar ich hatte drei insgesamt Ja Ja werden wir gleich mal sehen was die leute für mich stimmen da bin ich schon richtig gespannt Geil Geil Raus da kommt das nächste update dass man immer gleich viele bekommt Kommt da eins ja ich tilte Manchmal kriegst du ein item und der andere hat fünf und dann ist es eigentlich Scheiße Dann ist es eigentlich Also ich bin dann immer sauer Du hast vier Imperials Das ist ja sick Auf dem Level Auf keinem Level Er spielt ja die ganze Zeit gegen die Ghosts Ja das ist das zweite Mal Komm schon Die Sehschuld bleibt heute schön Oh mein Gott das kannst du keinem erzählen Der Draven two shottet halt alles Das ist viel zu Das ist halt der Hurensohn-Buff Das macht die Elsch da Die Elsch ist immer noch gestunnt Brutal Bin ich dead Allah? Das könnte deadness bedeuten Tschüss Boop Boah Okay wir sind mindestens zweiter Wir haben vieles erreicht heute Ach jetzt sind sie ja auf jeden Fall so ein Vier ne? Ja meine Community und ich Allah Deine Community Alter Alter wo ist der verfickte Brand? Ey verfickt sagt man nicht Geil Wieso? Da hab ich immer nie ein Level 3 Artrocks gesehen Intuition Er hatte auch schon auf Sorcerer sogar Hatte ich den Er hat richtig geballert 1400 Damage oder so Oh 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 Ist so vorbeigerauscht Wenn das so ein Vashala jetzt wird Und dann wird das halt irgendwann Ja ich glaub ich werd trotzdem verlieren Aber ist egal Maxi mach das mal Mach mal richtig geiles Positioning Ich mach jetzt einfach alles nach Du hast auch Level 3 Was bist du für ein Ekelberzen? Das sagt der Typ mit Glacial Allah Oh god Guck mal den Damage vom Drame Alter Ja der Two shot den alles Die Kindred kommt Ich mach doch Oh god Oh god Oh god Ich lebe noch Wir schaffen das Kalle ist immer so richtig underground Und alle paar Runden kriegt er so ne God Comp Ja und Kalle Kalle ist auch so einer der im TeamSpeak Automatische Stimm-Normalisierung anhat Das hab ich nicht Seine Stimme ist einfach so Oder du bist einfach grade 10 Meter zurückgerollt Bei dem Play Das kann sein Was ist eigentlich so die Durchschnitts-APM von so'n Von so'n TFT Pro Player Von so'n Glacial-Spieler Von so'n Glacial-Spieler Null Scheiße das schaff ich nicht mehr Oh Kommt drauf an ob die APM auf dem PC oder auch am Dick zählt Und ja was Ohohohohohohohoho Das versteh ich nicht So Maxim jetzt mach mal zeig mal was du kannst hier Machen der Shen weg Der Shen instant weg, schön Die Katarina macht da die Airshrape Der Draven one shottet alles von dir mach mal dass er das nicht macht Der Draven muss halt gefreeze werden ganz schnell Das ist der Ge-Freeze-Thema, bitte. Jetzt ist der Ge-Freeze. Jetzt ist der Ge-Freeze. Das war's! Ich habe wieder den zweiten Platz, damit ich nicht ohne Nachteile spiele. Das ist so mies. Das ist so mies. Aber man sieht es, wenn man ohne Sichuanisch spielt, ist das ganz anders. Warum war ich so gierig? Ja, das war halt echt traurig. Du warst halt schon auf der Tribüne. Du hast schon den Golden Globe überleicht bekommen und in der anderen Hand den Oscar. Den Hoden Globe, Alter. Spielen wir jetzt noch eine Runde oder spielen wir noch weiter? Ich würde noch weiterspielen, oder? Okay, dann spielen wir weiter. Dann müssten am besten mal die Mods, falls sie dafür Zeit haben, weitere Strawpoles jetzt vorbereiten. Damit ich das nicht immer... Kalle ist der King. Wer ist Rival? Bin ich für Max eigentlich. Eigentlich bin ich doch Kalles Rival, oder? Bin ich für Max. Ich dachte, wir sind Freunde. Kalle hat mich beleidigt, weil ich eine Einzelnamen habe. Ja, ist auch scheiße. Sagt Kartoffelkalle, Alter. Ne, was war das? Krokettenkalle. Kartoffelkalle. Kartoffelkalle. Voll getiss, ey. Kartoffelkalle. Okay, ihr macht mal diese ganze Strawpoles Gewichse, okay? Und ich... Wer das so verhasst sagt, als Familienvater so, weißt du? So, drück mal Start. Wer muss denn Start drücken? Ist der Typ jetzt aufgestanden, der Start drücken muss? Ja. Finde ich nett, dass mein dritter Platz einfach nicht schon gemacht wurde. Ist schon nett. Ja, aber Kevin ist gleich vierter Platz. Ah, ne, dritter Platz. Sind wir jetzt mit dem Strawpoles Gewichse durch, oder nicht? Ja. Bruder. Bruder. Strawpoles. Ja, machen wir mal Glacial. Wir haben ein bisschen Abwechslung drin. Das brauche ich jetzt auch nicht. Dieses Mitleid. Ich sag, Henno wird nicht besser als vierter mit Full Glacial als einziger. Ganz schön toxic, ne? Weißt du selber. Ich weiß nicht, aber Full Glacial ist halt echt ein bisschen sehr heavy, glaub ich. Lecker. Packst du ne Merkuris rein, dann ist easy. Doppelklang. Also in der Gesamttabelle bin ich noch ein Punkt vor Trimax. Da würde ich mal, ich fresse, nicht so aufreißen. Wo ist die Tabelle? Im Teamspeak. Jetzt mal ernsthaft gleich Frage, wurde das mal überhaupt aktiv genutzt mit dem König? Weil ich hab das gar nicht mitbekommen jetzt die ganze Zeit. Ja? Du kriegst ja auch gar nichts mit! Du kriegst auch gar nichts mit! Ja, aber ich hör ja auch geile Techno-Mucke die ganze Zeit. Alter! Ich bin ja, äh, Platz vier! Korrekt. Ja, und du hättest, du hättest, weil... Holy shit, ihr werdet genommen! Wir werdet genommen! Danke, Maxime! Also wer ist der Rivale jetzt von Kalle? So, ich hab nicht gehört, geht's los! Hand of Blood, glaub ich. So, wer ist jetzt was? Ich bin Rivale, Kalle ist König. Nice, und was muss der andere, der letzte machen? Ja, das bin auch ich und da findet grad ne Abstimmung statt, Maxim. Weil du bist beides gleichzeitig. Glacial safe, Leute, drückt alle auf Glacial. Alle auf Glacial, echt so. Oh, nö, Leute, das gibt's ja, das ist der Auswahl für uns auch sehr gering. Alter Maxim, du bist so ein, weiß ich nicht, ne? Also wenn's um's gewinnen geht, da kennst du echt nix. Ne ne, ums Zweifel gewinnen! Und deswegen werd ich auch... So, was? Glacial eventuell, ne? Trimax! Da hab' alle gegeiert den Lucien. Wenn wir Kaufmobil schauen, weh! He! He, wer hat den Braum genommen! Oh, ich hab gar nix gegeben. Es gleich ist ja noch nicht erlaubt, also noch ist erlaubt, noch ist erlaubt. Also ich mach mal den Ding zu rapsstöhnen. Der ist im Team-Speak! Meine Fresse, ich spiel mit Minderbemittelten, ey. Hey, was soll der Hass? Ich bin der Rivale, okay? Ich darf das. Ja, das stimmt. Ich bin der König. Jetzt hab ich zwei Dings reingemacht. Oh, ich bin der König. Warte, Leute, das sind zwei. Repair. Repair your anus. Off we go! Gut. Ich muss sagen, Lissandra ist so scheiße, dass sie, glaub ich, ohne das Start-Eye-In verlieren. Du hast die mehr weggepickt, ne? Ich dachte schon, ich hätte die. Und dann hab ich nix gepickt. Amener. Das war krass. So, also wir müssen... Ne, warte mal, also ich hab jetzt wirklich... Alter, Junge. In Schmauu. Ich probier mal, ob man mit zwei Fioras aber auf die zweite Runde schafft. Ich hab aus Versehen mal am Anfang, die erste Runde, meinen Champ verkauft. Hab ich verloren. Was? Die XP verliert man da? Drei. Warum sind das XP? Dein Nexus explodiert einfach. So, ähm... Lotion. Also wie weit sind wir denn? Normale Item-Runde wird auch mal gut für mich jetzt. Bisschen, bisschen mit Items. Wieso soll ich jetzt Lullo verkaufen? Ich kann doch machen, was ich will, Alter, ist ein freies Land. Ein Item bis jetzt, nice, es läuft. Also, was musst du sagen? Ich hab auch bis jetzt. Ich hab schon drei. Ich hab'n Shojin fertig. Es fehlt nur noch der Python. Irgendwann muss man doch die Items bekommen, oder wie oft muss man zocken? Muss man zocken? Scheiße. Wie ist es eigentlich mit, wenn du ClayShield dir als Item kaufst, dann zwei, drei ist danach. Musst du alle Units verkaufen, die das Item tragen. Puh, echt? So ein Scheiß haben wir jetzt zu machen, nachher. Ich geh jetzt aber langsam mal ruhig hier im TS, ne? Es wird getriertet. Also, ich kann mal zwischendurch die Gesamt-Tabelle vortragen. Äh, erster Platz ist Zola mit 29 Punkten. Danach kommt Kevin auf dem Platz zwei mit 24. Dann auf Platz drei teilen sich Nowhere und Maxim die Stufe mit 22 Punkten. Dann kommt Power of Evil mit 19. Ah ne, der teilt sich das auch mit Kalle. Er hat auch 19. Und dann, vorletzter bin ich und letzter ist natürlich Trimax. Das ist klar. Natürlich. Natürlich, ja. Ehre. Okay, also ich hab' jetzt ein bisschen ins Voting reingeguckt. Lass uns jetzt mal die Regeln dafür durchgehen. Alter. Angenommen, es stehen Eiswesen da. Das heißt, wir können sechs Units nicht nehmen. Ja. Ja. Cool. Cool. Sechs gute Units, ne? Lass uns mal die Regeln durchnehmen. Ja, deswegen ist ja auch ne Abstimmung, Maxim. Ist ja demokratisch. Das heißt, ich muss jetzt kurz stacken, damit ich überhaupt keine Chance habe. Nicht Trimax, da muss ich immer noch drüber lachen, ja. Wie trocken du das gesagt hast. Ja, ich, wir haben eine Historie mit ihm. Weißt du, ich war mal in L.A. mit ihm, okay? Ja. Und da, da war jede Nation der Welt vertreten für so'n Fortnite-Turnier, ne? Und er hat es geschafft, in der, in der wichtigen Runde, als erster zu sterben, indem er auf einer Tanne landet, runterfällt und ein Pfeil damit stirbt. Alter. Kann ich so nicht bestätigen? Oh mein Gott. Was ist denn 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 Tanne gewesen? Du. Also ich darf jetzt keine Ash kaufen. Noch darfst du. Noch darfst du. Mit Ende nächster Runde. Aber dann musst du die verkaufen. Nein. Du darfst nur keine neuen kaufen. Wie kann man denn im fünften Match das nicht verstehen? Aber warum sollte ich die... Doch, dann behalte ich die. Aber dann habe ich ja Ash Level 1. Das ist mein Problem dann, stimmt's? Nö, Ash ist insgesamt noch Level 1. Also ist gleich, hat jetzt gewonnen, oder was? Also darf ich die Ash dann auf 2 bringen, oder nicht? Ja, Max. Nein, darfst du nicht. Das ist noch dauert. Junge, du darfst einfach ab Stage 2-3 keine Viecher mehr kaufen, wo die Abstimmung gewonnen wurde, Allah. Meine Fresse, was daran nicht zu verstehen. Es ist geil. Du hast den Level abgenommen, Max. Was habe ich? Da war ich nicht durch. Rick, Allah. Warum? Rick and Morty, Allah. Das ist doch mein Item, Junge. Viel? Oh nein, war mein. Das könnte unentschieden werden. Das könnte ein Jaw werden, jo. 20 Sekunden wird knapp. Obwohl, ne, 20 Sekunden. Alter, der Crit. Ja, war, war. Hast du. Lolo! Das hast du, das kannst du gar nicht verlieren, ey. So! Glac... Ich aktualisiere. Siehe da, Glacial hat gewonnen mit 26%. Das ist natürlich schön. Ab jetzt keine Glacials dann mehr, ja? Ja. Ja. Ach nee, mit Ende. Warte, 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 warte. Mit Ende dieser Runde, sorry. Ich dachte, wir werden schon eine weiter. Also kann ich jetzt noch die Lysandra kaufen? Ja. Mach ich aber nicht. Okay. Guter Talk, guter Talk, guter Talk. Gut, gut, gut. Aber danke fürs Nachfragen, also sicher, sicher. Ja, ja, besser ist das. Alter. Guter Talk, fand ich auch. Guter Talk. Bitte gib mir mehr von dem. Ja, war Level 1, ey. Von dem. Oh, was ist das denn, die Level, dass ich zu Stufe 1 kommt? Tristan, was ist da los hier? Was ist mit ihr? Oh, den Kasadin werde ich auf jeden Fall töten können hier. Schau mal auf. Ich glaube, das sieht schlecht für deine HP aus. Was ist der Kasadin? Was ist der Kasadin? Hast du das gesehen? Der Barton ist ein Raid. 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 Das hätte ich noch nicht mal gedacht. Hätte die Nidalee ihn geheischt hat? Komm mal, Piora. Der Doppelreder. Der gewinnt da. Das gewinnst du, glaube ich. Mit deiner Schuss. Das wird richtig eng, Alter. Ich glaube nicht, das hast du. Bam. Weggeslappt. So. Gut gespielt, Fairplay. Ich aktualisiere. Ich aktualisiere. Ich aktualisiere. Siehe da, Glacialite hat gewonnen. Power of Evil, das bedeutet, jetzt darfst du kein Glacial pippen. Es ist kein Glacial da, oder? Ne. Ne. Ey, wir wollen die mich verarschen. Ist doch froh, Alter. Ist doch viel besser. Hab's dir gesagt, Alter. Raus. Ich wollte die gar nicht. Ich wollte sie aber haben. Alter, Kalle. Was ist denn dein Problem? Das ist schlimm. Kalle, ich raste komplett aus, Alter. Kalle, bleib mal ruhig, bitte. Der muss mich die ganze Zeit... Halt doch mal dein Scheißmaul. Mimimi, ich bin Kalle. Das klingt nach Kalle. Okay, dann. Mimimi. Wird jetzt hier geballert, Alter. Wie kann denn da kein Glacial sein? Hier ist jetzt auch keiner. Hör doch mal auf zu heulen, Alter. Was soll denn das jetzt? Hör. 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 Ich hab' fünf Level 2 Units. Not bad. Hör. Hör. Ich habe 5 Level 2 Units und ich kann noch 4 Units reinstecken. Alter, wir hatten hier 5 Level 2 Units. Hast du wirklich 5 Level 2 Units? Das ist kein Witz gewesen. Mit einem Kasadin, mit Phantom Dancer und einem Recurve Bow? Aber so lach schon mal die Items! Dieser ecke Schmuck! Yo! Hey, wie geht das denn? Gut gespielt. No way! Ja gut, ist halt Geryl mit Noble. Das ist korrekt. Das ist halt einfach nur, hey, ich gewinne, okay. Hey, ich hab sechs Units. Ey, die wollen mich alle in den Ass-Dingsen. Kocken, Alter. Ja. Die wollen ihn kocken. Das kann er. Der Motor Kaiser ist so groß, dass er einfach mit seiner Scheiß-Achse den kleinen Kha'Zix verdeckt. Oh Mann. Das ist mit ihm. Das ist nicht so geil. Das ist so ein Müll. So ein Müll. Garbage. Garbage. In dem Wort Garbage ist auch das Wort Bitch versteckt, beider weint. Beider weint. Also die Yordles dodgen, als gäb's keinen Morgen. Alter, wie viel Spinnen kommt da bitte aus der Alte raus. Ja, einige. Alter. Das ist ja ekelhaft. Die gucken alle zu. Die gucken alle nur zu. Wie jetzt die... Alter, was heilt der sich? Ist der komplett im Balance? Hä, was ist das für eine Scheiße hier? So, jetzt kommt die nächste. Das macht Wayne. Ja, das gibt's doch nicht. Die Schiwana hat... Das ist so dumm. Und es sind nur Yordles und Phantom Dancer unterwegs. Hä? Nee, 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 du verlierst. Nein, nein. Fünf Sekunden noch. Ah, okay. Aber es haben alle zugeguckt. Haben alle zugeguckt. Die waren nachher damit zu essen. War ich ja... War ich ja Türkenkreis? War die Rival eigentlich schon gegeneinander? Ich... Das ist auch ganz gut, weil ich hab noch ein bisschen zu viel Shit hier. Hä, Ehre. Ja, ja. Von dem hast du Shit. Aber kannst du einen bestimmen oder alle? Das ist also sorry, dass ich jetzt nochmal nachfragen muss. Gerne, gerne, gerne. Ey, warum ist das auch immer alles so leise geworden? Ja. Kann niemand... Der hat sich einfach gerade 20 Liter den Peik verkackt. Äh. So, Kalle, was war... Was ist denn deine Frage? Sag mal, Kalle. Du darfst ja dann die von meiner Bank löschen. Nee, vom Spielfeld oder der Bank. Nur Stufe 1, aha. Aber so viele, wie du willst. Ja, klar. So viele, wie ich will. Du darfst auf jeden Fall nicht gegen Max verlieren, Junge. Jetzt kriegst du ein Riesenproblem. Ich darf so viel von dir wegmachen, wie ich will. Alter, das ist richtig scheiße. Das heißt, ich muss jetzt alle auf Level 2 machen, schnell, ne? Ganz schlimm. Müssen tust du hier gar nichts. Müssen tust du hier gar nichts. So, da sind wir gleich. Hast du hier gerade mit Absicht alle oder was hier passiert? Er flüstert. Ja, rauscht du? Mein Team ist einfach auf 10% Lautstärke gerade. Bei irgendwem rauscht's wirklich. So, als wärmer. Bei mir wird gerade gebohrt. Ja, warte mal, warte mal. Ja, warte. So, da, wenn du redest, na, ist das. Bei mir wird gerade gebohrt. Jetzt halt mal deinen Maul, Sola. Sola, bist du da mehr? Ja, es ist Sola. Ich halt schon meinen Maul gerade. Aber du siehst doch im TS, dass du blau leuchtest wie so eine Ampel. Ja, hier wird gerade gebohrt. Was soll ich machen? Halt dein Maul auch. Achso. Ja, sehr gut. Endlich mal eine Initiative. Halt dein Maul auch sehr gut. Halt dein Maul auch sehr gut. Achso, hier. Lass deinen Level 2 ein. Ne, 4 Islands. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Level 2 gekauft. So, scheiße auf Kassadin aller. Geryn, wieso bist du so unfassbar stupid? Ach, er geschafft zu ultieren? Ernsthaft? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sola, Steck, Spear auf Sosin aller. Ja, aber nicht auf Pyke. Ja, aber auf Sola. Das gilt nur auf Pyke, haben wir gesagt. Ja, aber auf Lulus ist das auch komplett broken. Ja, aber nur bis zum bestimmten Punkt. Auf Pyke ist das ein tausendmal. Okay, bist ihr wischend. Nur bis zum Beispiel auf Sosin aller. Stimmt. Wieso hast du eigentlich zwei? Ja, ich habe ja sonst nix. Ja, 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 das ist die Frage. Also das Itemluck ist bei ihm insane. Halt die Schannermauze. Was? Es ist einfach, du nimmst das Lack und versuchst das mit dem Wort Item zu verbinden und dann kommt Sola bei raus. Das ist ganz einfach. Ach, schade. Ich habe so ein bisschen Angst gerade. Wovor, Kalle? Von der Begegnung mit dir. Ja, Ehre. Power of Evil muss zum Meeting. Was? Ist der weg, oder was? Ist der Sneaky weggegangen, oder was? Und deswegen hat er zweifelts Leben nur noch? Nein, das Meeting ist gleich hinter mir. Das Meeting ist gleich hinter mir. Ja, wieso? Ich würde mich halt um, wenn sie was von dir wollen. Ja, was auch. Will hier im Turnier. Das Meeting ist gleich hinter mir. CLG, ich kann jetzt nicht. Alter, nowhere sind das, wenn du kommt, Alter. Du gehst ja auch auf Level 2, ja. Aber der Kasadin ist leichter. Große Operate Hinsatz. Schön, 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 schön. Also die Lulu ist ja echt ein bisschen... Kasadin ist halt... Aber das... Tristana? Ich habe da ein bisschen Probleme in die Ecke zu kommen, ne? Ja, weh! Yes! Wieder gegen Trimaxi, wieder weggegangen. Der ist schon wieder der gleiche Tristana gegen Wayne. Eh, Ehre. Jura kommt gleich auf. Es wird nur ein bisschen, glaube ich. Ehh... Noch noch ein Kasadin! Gibbi, Gibbi! Das wird echt nur unentschieden. Hä, ich krieg noch einen Wolf, weil ich gewinne mir. Oben ist MEIN MAUL HALTEN! MEIN MAUL HALTEN! Ja, meins, seins, deins, mir egal. Okay. Hm. I died, Bitch. Hier hustet, aber danke. So level ich jetzt hoch? Wie läuft's denn eigentlich bei den Glaciers? Eins, zwei Autos. Drei Stück. Ja, die verkaufe ich. Ja, komm. Nein. Schon eine Sechs, ey. Kevin, das sieht nicht gut aus, du. Du warst AFK und hast immer noch keine Rolle. Ja, das hast denn du schon. Vier bis jetzt. Fünf. Du warst beim Meeting und ist alles trotzdem egal, die Scolder sind. Guter Ari, Alter. Geil, Ari, Junge. Das ist ja richtig geil. Das ist ja krass. Ari ist, glaube ich, einer der belastendsten Units, die es in diesem Spiel gibt. Ja, die ist wohl geschehen. Und ich darf jetzt nichts machen, ne? Jetzt antwortet er extra. Ja, ist mir egal. Oh, die Seju, Alter. Ja, halt deine Scheiße. Nee, ich dachte das auch bei dir machen. Oh, ich dachte schon. Keine Glaciers, ne? Denk dran. Keine Glaciers, Mann. Schnell mal die Regeln durchlesen. Ich kann mich halt mega entspannen. Es sei denn, es kommt wieder irgendein Tristan. Wirklich, die Sejani euch holen. Die Sejani. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt wirklich richtig viele Needless Lees ready. Um die Large Units. Aber ich krieg keinen einzigen Weg. Alle den Kassadin. Alles auf den. Hoffentlich verbindet sich der jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie das mit dem Item Verbindungen ist. Doch, doch, doch. Das wäre halt nämlich super kacke, wenn sich das andersrum mit den Items verbindet. Das wäre echt kacke, das würde mich ja richtig ärgern. Das wäre doof. Nein, er hat es falsch rum gemacht. Ah, Kassadin. Ich kann immer noch Rageblade bekommen. Ist okay. Die verkauf ich auch. Ich brauche noch einen Recurve-Bogen. Bogen. Get low, get low, get low. To the window. To the west. Hä? To the waaah. Oha, Kassadin. Du hast also Rageblades und Tears. Okay, alles einfach in Gnade. Das ist schön. Nein, kam nicht durch. Alter, was heilt denn da so hart? Was soll das denn? Boah, wieso bewegen die sich? Oh mein Gott, aber... Jetzt bewegen die ihren Ass nicht. Die Power of the... Ja, ich würde auch mal... Gut, Wayne, gut. Maxim cheatet? Ja? Ist das so? Aegis, oder? Aegis? Du kennst zwar Aegis nicht? Aegis? Ich kenn nur Glacier. Doppelklang. Ehre. Pain is my gift to you. Das heißt, wir können auch basically kein Elemental gehen, ne? Das ist witzig. Kann doch nicht auf Guardian gehen, ne? Kannst kaum was machen eigentlich. Äh. Ja. Alles so ein bisschen kaputt, ne? Aber auf ne angenehme Art und Weise. Ne, der, der... Der raucht Shisha im Hintergrund. Das ist Johnny im Hintergrund. Das ist kompliziert. Ach, lol, fail. So, wen haben wir hier? Maxine. Ah, jetzt kommt hier der Glacier-Man. Kann Aegis und Sejuani nicht kaufen? Boah, ist das... Mary Crisis. Doppelklang. Gut, dass die... Oh, die Seju? Gold. Oh, shit. Na, nur zwei. Kann. Das Problem ist einfach, die haben keinen Fokus. Ah, das hat grad Two-Damage gemacht. Mein Redemption. Warum kann ich nicht Glacier gehen, bin ich aufgeschossen. Aber? Ah, die Schöne. Okay, Max hatte kein Engage. Boah, der Damage geht nicht raus. Das ist nicht... Mh. Mh. Also... Ich... Ich muss kurz mal... Mein Ohr blutet. Ich weiß nicht sogar, was los ist. Ne, das... Ich hab ne... Ne Mittelohrentzündung gehabt. Ach so, wirklich? Ich dachte, das war jetzt... Ach so, das ist sowas, wie man immer sagt. Scheiße. Digga, hab Nasenbluten oder sowas. Mein Ohr blutet, dachte ich. Das hat das auch so gesagt. Äh... Ich glaub, ich bin mal nach der Runde vorne bei der Apotheke, ne? Oder... Wahrscheinlich... Macht Sinn, ja, normal. Hab noch nicht eine Ash gesehen. Ähm... Das ist eigentlich auch so ruhig hier gerade. Aber warum finden die einfach ein Ohr anzubluten? Hast du nen Klipp? Ja, das ist Mittelohrentzündung praktisch, dass du... Also da ist ja dann so Eiter vor der... Vorm Trommelfeld. Lecker. 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 Abbruch. Das ist wie... Also das ist wie Wasser im Ohr. Soll ich das noch ein bisschen... Soll ich das noch ein bisschen genauer berichten jetzt, wie das ist praktisch? Ist das wie Wasser im Ohr? Äh, Google sagt, du hast nen Tumor. Wie so ein Kind im Ohr. Wow. Okay. Leider hat sich mein Wort mal studiert. Ein Item. Oh, Rüstung. Cool. Ah, das tut komplett leer. Da steht sogar akut. Tut das weh? Da steht sogar Mittelohrentzündung akut. Das ist doch mein Wort. Akut ist schon schwierig. Ich hab einfach nen Roll Anivia. Akut ist schon schwierig. Sichuani und Ash. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab eine Frage. An Maxime. Ja. An Maxime. Auf genau diese Wayne, die ich grade habe, mit Ranger-Buff, auf der noch nen Red-Buff bauen, ja oder nein? Insgesamt bist du geil, aber genau in der Situation vielleicht... Wenn irgendeine Scheiße schon auf ihr drauf ist, dann ja. Da ist ne Rapid-Fight und ne Rage-Buff drauf. Ah, oh ne. Da machst du klar. Aber wenn du gewinnen willst, machst du ne Phantom-Buff. Aber sonst würde ich sagen, mach Red-Buff. Ich will nicht gewinnen. Man kann ja kein Elementalist spielen wegen King-Lay-Shit. Dann Red-Buff. Ne, genau. Sag ich ja. Man kann fast nichts machen. Oh. Alter, der cashet ja. Maxime kennt halt auch nur Elementalist. Lade. Ne, ich kenn auf jeden Fall noch ein paar Sachen mehr, aber... Wieso hast du ein Level-Drei... Tristan, wieso hast du jede Runde Level-Drei-Units? Was willst du? Ich bin 24 HP. Was hat er im Meeting besprochen? Hat er... Im Meeting? Nicht genug Image. Der Dodge-Bar funktioniert nicht so richtig bei allen Sachen, ne? Doch, bei 24 HP. Ich glaube, Tristan hat deutlich mehr Dodge als andere, ne? I doubt it. I doubt it. I doubt it. I doubt it. So, wenn ich jetzt paar Upgrades kriege, dann... Flutscht sie. Ich krieg, also... Was soll... Was soll ich sagen? Leute. Hier kommen einfach keine Glacials. Hier ist einer. That's all I'm talking about. Was mach ich jetzt eigentlich? Mir f... Es ist wirklich... Ich will halt einfach nur Ash kaufen. Here comes the boot. My soul is collapsed. Hm. Kein Neid auf dem Feld, mir. Dann mach ich lieber dich. Können die Items auch aufbrochen. Wo ist nicht so geil jetzt hier? Gunblade. Level gut. Das sind die Glacials. Geh Ranger, Leute. Ja, bring mir gar nichts. Wirst du gleich sehen. Wir müssen beim Ranger gehen. Bringt einfach gar nichts. Es kann und Kindle gehen, aber das war's. Alta, der Casaline. Der tiltet mich so hart. Guck dir's an. Old4U genau. Guck dir's an. Meins did Johnny hat nur nicht einmal gerötelt. Aber nichts von dir danken. Wieso findest du das gleiche wie ich? noch nicht nur das wird schon auch jungs so kalle geht's schäbschifter naja der ging ging kann ich nicht gewinnen das ist jetzt doof weil da die items drauf sind ist alles doof was mach ich jetzt er ist der ash der tristan schon wieder alter der kass hat ihn ich hab aber noch 100% dodge 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 jetzt sieht es anders aus hier jetzt holtet nämlich auch mal der swain oh die chokern holt jetzt sieht es hier komplett anders aus siehst du das ohne? war schon nicht schlecht ja du hast meine shivana 2 geklaut aha wir haben uns an dem aerobus noch arbeiten tristan hast tanky kriegst du nicht down ich hab kein physical damage das kannst du ja gar keinen boah die vielleicht die niederlehe die poppie die hat einfach keinen boch ich brauch noch cannon uff alter und wie fett no way ist ich darf jetzt hier ein bisschen warten entschuldige mal einfach mal kurz nachdenken ja ich meine deine figur äh das macht es nicht besser das macht es überhaupt nicht besser ey ne ne mal sehen was mit gutes übrig gelaufen wird ja alter nein 100 leben schwatula 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 kasadin 3 der der netzel lecker der kann doch nicht gefreezt werden der einzige der ist max max hat nur noch 6 ap naja läuft die richtig gut aller ehre oder basis das ist nicht was ich aus dem aus dem kassadin jetzt machen soll äh äh hä ach so scheiße boah ich bin so verwirrt wenn er units nicht kaufen kann scheiße oh elementalist hm äh äh ey der mist aber titanic ach ich muss die ash reinstellen oh ich muss die ash reinstellen was mach ich denn jetzt ja da musst du stana raus ach du scheiße naja mein final level 1 hat gold hab ich noch nie gesehen glaub ich oh shit verliere ich gerade gegen kevin kann sein alter ich bin völlig auseinandergenommen wieviel jordl hast du denn? du hast 6 aber das war übelcheat du hast mit kassadin immer alles gemisst aber der titanic hat trotzdem geprockt oh ne ja ich muss die tana raushauen das ist ja bitter ach so ne mit phantom dance der rapid firekin misst nicht ne oder nah eins von den ja firekin kannst du nicht missen oder nah oh ich bin super das war aber super knapp ja langsam wird der kassadin langsam ist der ja nicht mehr so tank genau ach so jemand jetzt noch rein ich kann keine glaciers kaufen das ist so mental breaking ja es ist komplett krass unangenehm ich habe auch so viele angeboten 6 krank ja man darf ein locket darf ich bauen ne boah darf ein locket bauen ein locket ja ein locket darfste halt wie braucht man locket überhaupt so wenn mein rivale das jetzt vercheckt hat dann hat er pech hey wie braucht man locket ähm nidestri und ammo 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 die leute sind glaube ich sehr getriggert von meinem einkaufverhalten aber wenn man halt keine gläschilds kaufen kann und drei von vieren davon nicht vorgeschlagen werden ist es einfach nur komplett troll ey mein gehirn laufen ich bin so kurz vor kassen scheiß Du fühlst es richtig, ne? Du musst es halt langsam fühlen, weil du bist der Einzige, der... Ja, jetzt! Jetzt! Gerade ist der Durchbruch! Boah, ist das Peter! Das sind doch alle mit dabei, aber ganz schön knapp hier alles, oder? Ja, ganz schön knapp mit deinen 100,5 Meter. Ja, mit deinem Leben daheim. Das ist ganz schön knapp. Das fühlt sich alles hier so ganz schön knapp. Das ist ganz schön knapp. Das ist unnormal knapp. Oh, das ist ja mal lecker hier. Ich... Oh! Ja, und jetzt, ne? Boah, ein paar Items. Ha! Max hat Braum, es geht los! Der Braum ist doch gleich. Achso, der darf, der darf, der darf. Braum ist doch gleich. Äh, Ehre. Ja, ja, ich konnte nicht ganz mit, ja. Oh, bitte. Lass einfach den Phantom-Buff auf den scheiß Kaseri landen. Dann ist alles gut, da ist er. Ich wusste es, ich wusste es, Leute! Da ist er. Und? Nope. Das ist Lulu. Kann er sich mal einen Clippen? Kann er sich mal einen Clippen? Kann er sich mal einen Clippen? Mit Shogart! Ich weiß es nicht. Wieso muss ich dann auch gegen dich? Ja! Ich hab den besten Dravens des Planetens aus dem Nichts geholt. Das ist komisch. Drei Items und dann bin ich Dower Freeze. Oh, ich bin so sauer. Das ist wirklich witzig. Aber mein Chat ist sehr zufrieden, das ist sehr gut. Das ist das Wichtige. Ich hab doch nicht gelockt. Mein Chat rastet so aus. Ich hab den nicht gefickt. Oh, das ist witzig. Oh mein Gott, Kalle! Phantom Buff? Ja! Nein! Jetzt ein schöner Knock-Up. Das wars, Kalle. Macht's gut. Explosion durch Explosion. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der Kasser! Der Abenteuer ist übel Bock. Mein Gnat getrollt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh shit! Bitte könnt ihr auch nicht sterben, damit ich erster wäre? Das war übel geil. Das war übel geil. Was sagt denn das jetzt für die Punktzahl, Alter? Was heißt denn das für die Gilchang-Termine? Was heißt denn das für die Gilchang-Termine? Was heißt denn das für die Gilchang-Termine? Show Guide, wenn du uns nicht glaubst, bitte. Drei Punkte? Ey, mein ganzer Chat ist voll. Es ist doch Glacial-Verbot. Warum hat Hanno Glacial? Es ist leider alles voll. Es ist so sauer. Leider alles voll. Es macht mich so sauer. Sag mal, jetzt kannst du das jetzt mal sagen. Es ist Glacial-Verbot. Aber wenn Max jetzt dort mir gegenübersteht, verlier ich's glaub ich. Nee, es ist der nie weg. Okay. Oh, der wird knapp, ey. Jola mit seiner Zerstörungstaktik. Einer wird tickt. Oh, nevermind. Wird's knapp, Kevin? Weiß ich nicht, kann schon knapp werden, ja. Okay, mein Cannon. Oh, der Knockout wird gut, Jola. Aua. No. Wird schon sehr knapp, actually. No. Geht der grad nicht puste? No. Tschüss. Du Bitch. Jogger Level 1. Alle anderen Units hätten AFK gehen können, der Jogger hätt's gewonnen. Alter, ich verliere. Ja, du hast ja den Jogger auf der Bank, diesen riesen. Ja, aber kein Level. Übrigens bestes. Ich verliere. Ja, dann verlierst du. Kevin, was hast du denn? Jodlz. 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 So, jetzt gib mir Adems. Alter, wie schnell wir alle neinander rausgesogen sind. Jodlz. Mit zwei Runden sind alle... Ja, das war übel eng. Ich hab komplett weggeflebt von meinen Kollegen. Äh, vierter. Was heißt denn das jetzt für die Gesamt-Tabelle? Ich weiß mal, warum. Ich hab ein Tier nehmen sollen. Darf ich die Anivia nehmen und verkaufen? Kevin hat 10 schon gekauft. Nein, hab ich probiert. Hier schreibt gerade jemand, Kevin hat 10 schon gekauft. Ich hab direkt, wie er verkauft. Ja, ich hab vergessen. Jodlz. Jodlz. Nee, jetzt aber raus. 10 Liegestützen. Liegestütze E aufs Port. Alter, was ist passiert? Kaum ist das bei wem anders, rastet Maxim auf Mean While Pink. Ja, wir haben Power of Evil für uns übel schlecht behandelt. Yo, du hast einfach vorhin Leona gepickt, weil du's solltest. Ich hab ein ganzes Board mal gekauft. Nee, weil ich's musste. Darf ich nochmal erwähnen, wie Tremes kreditet hat, dass Max vierter wird mit Flayshill? Wusste ich. Stimmt. Du hast ein ganzes Board verkauft. Krass. Nee, er hat gesagt, ich werde nicht mal vierter. Maxi mal vierter, hat er glaub ich gesagt. Maxi mal vierter. Maxi mal oder nicht mal? Maximal. Mal gucken jetzt. Maximal wäre insane. Ich bin gegen den Geist. Dann wäre es so gut. Dann wäre es richtig krass. Alter, dass der da ultigen kann, ne? Alter, was war das denn? Alter, der Garen opfert sich einfach für die Bride Maze. Wieso haben denn eigentlich alle Kardus auf einmal? Oh mein Gott. Der Kassadin ist ja so gemein, ne? Der Kassadin ist ja so gemein, ne? Der hat schon wieder dritter Platz. Wenn ihr den Recurve-Bow bekommen habt, ne? Sonst wäre es viel besser gewesen. Kassadin ist gemein. Weiß jeder. No way, it's time to battle our souls against each other. So war episch gesagt. Battle our souls against each other. Jo! Alter, Maximum Neues, ey. ICH! Maximum Neues. So, nimm den Scheiß Kassadin ja weg. Dieser AFK-Sardin. Alter, wieso hab ich sieben? Der Titanic-Port macht halt so viel Damage. Nein, nein, nein. Titanic-Schmitanic. Ghost, ich will jetzt den besten Phantom-Buff sehen, den ich je gesehen habe. Gebt ihm! Auf Kassadin, ja. Mordekaiser benutzt dein gigantisches Brine! Doppelklang? Brine. Brine? Oh, das ist einfach der verkackteste von allen! Aber Garen opfer auf für die Masse. Und der stirbt noch nicht mal. Knock up! Jetzt, 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 jetzt. Er hat noch eine Ult rausbekommen. Alter, die Kindred-Ult. Die sind aber fuller Kocker. Ah, Bruder war wichtig. Aber jetzt werden die rausgeschubst. Achso. Das war's! Nee, oder? Lad dich auf! Vayne, Vayne, Vayne! Nein, nein! Lad dich auf, sagt er. Du musst halt jetzt mal knapp. Ich bin wieder Zweiter gewonnen. Das ist voll ärgerlich. Lad dich auf! Lad dich auf! Oh, du hast neun Units gehabt, du dummer Betrüger, ey! Nee! Das sind hier Betrüger, ey! Du dummer Betrüger, ey! Doppel-Timer! Der fände war auf den allerschlechtesten von allen! Habt ihr irgendjemanden, weil ich, ich bin ein bisschen in der Misere hier. Ah! Ja, wir können. Genau, wir können Apostel reinbringen, oder? Ja, du kannst hier jemanden. Apostel ist in game. Du musst zum Armen. Ja, das geht klar, das geht klar. Sorry, Jungs, ne? Alles gut, Junge. Was ist das denn? Viel Erfolg euch noch, ne? Viel Spaß! Danke dir! Mori's in game! Mori's in game! Wer ist da gerade gegangen? Ich kann die Stimme noch gar nicht auseinanderhalten. Das war No Way, das war Freddy. Das ist natürlich ärgerlich. No Way ist jetzt einen Punkt hinter, wir muss leider gehen. Das ist sad. Also bin ich jetzt tatsächlich gesehen erster geworden, ne? Du bist dritter! Nicht mal! Doch! Also bei mir sind alle in game. Dritter bist du! Nein, ich hab doch jetzt grad sieben Punkte gegeben. Ja, das ist schon aufgerechnet. Du bist in der kleinen... Ne, dann mach nur mit. Ja, eine Runde kannst du mitmachen, danach muss ich gehen. Ja, ich spiel auch noch auf dem. Das ist, glaub ich, eh die letzte Runde, oder? Fürst du mir? Äh... Also das war schon die 5, aber... War ja schon die letzte Runde, aber... Ja, oder wir machen jetzt halt... Wir machen so lange, wie wir... Ja, wir können ja sagen bis... Ja. Können wir sagen bis 11. Jetzt würde ich noch machen, danach würde ich schon gerne essen gehen. Ich bin noch verhugt an 11. Okay, dann einfach die letzte Runde jetzt. Ja, dann machen wir bis 11 einfach und dann machen wir jetzt weiter. Ja. Okay. Moris. Moris Maxim. King. Okay. Ne, King ist hier. King ist jetzt Maxim. Ja. Äh... Ich bin einfach von Maxim. Ich würde sagen, dass King gar nicht so schlimm ist. Wir finden das viel schlimmer, dass die scheiße Units nicht spielen können. Äh, mein ganzer Chat ist die ganze Zeit am fragen, ob das Twitch-Rivals ist, was wir hier machen. Ja, ich wundere mich, was wir für Viewer haben, Alter. Spandau-Rivals, Alter. Bist du hier insane? Heute ist echt ein Minderkund. Doppelklang. Stößchen. Doppelklang. Stößchen. Doppelklang. Ja. Einer fehlt, oder? Also Maxim hat hier ein paar eingeladen, aber keiner nimmt an. Ich hab doch schon 10 Jahre. Doppelklang. Kann das sein, dass Server lecken, Alter? Inboards? Lecken. Doppelklang. Also, ich habe jetzt hier so viel wie es geht eingeladen. Ja. Ach so, ja, ich komme, oder? Ne, X-Max muss ich einladen. X-Max. Doppelklang. X-Max. Dabei wird ja meine... Erfostel ist in-game, oder? Oder ist er jetzt fertig? Erfostel ist in-game. Erfostel... Aber Erfostel ist sehr weit. Schon 23 Minuten. Wie lange geht so ein Match durch? Ah, jetzt habe ich abgelehnt. 40 Idiot. Was ist da mit dem Stropel jetzt? 40? X-Stropel. Ja, 30 bis 40 Minuten. Ist jetzt Mori nicht dabei, oder was? Hab ich, hab ich, hab ich. Wer ist ein Letzter geworden? Wer ist ein Letzter geworden? Ich! Ich! Will voten! Wer ist ich? Ähm... Du hast dich doch selber rausgekickt, oder? Dachte ich, Henno. Ja, Henno, du hast mich rausgekickt. Du bist Letzter geworden? Ja, ha! Trimax? Was heißt denn das für die Gesamt-Tabelle? Ich hatte noch mal eine kurze Frage. Gesamt-Tabelle? Ich bin nicht mehr zweistellig insgesamt. Ja, gut, dann geben wir jetzt Trimax nochmal richtig schön Diamonds. Äh, äh, ja, Diamonds. Schöne Diamonds jetzt. Schöne Diamonds im Sky, Alter. Sonst gibt ich, Leute, sonst hast du mir doch was ausgesucht. Wer ist am häufigsten Zweiter geworden? Ja, Pfosten sind noch alle im Game. Das wird noch dauern. Das wird noch dauern, okay. Habt ihr noch wen? Äh... Ähm... Shine Bright. Da, 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 da. Hier, Chef Strobel, was ist mit dem? Der hat doch rumgeheult. Ah... Ja, aber das Problem ist halt, die Einladung ist bei Mori raus. Und wenn die nicht ablehnen, hab ich diesen Kreisel da. Alter, soll ich Mori anrufen? Mir reicht's. Mir reicht's. Mir reicht's. Du hast jetzt nur Mori gesagt, weil er online ist, oder? Nee, der war ingame, und auf einmal war er nicht mehr ingame. Also gerade fertig. So, und dann hab ich gesagt, Alter, lad Mori rein. Wer hat ein bisschen trainiert am Practice Tour. Ich ruf den an. Vielleicht hat der... Wir machen einfach ne neue Lobby. Warte, wer hat's mal gewonnen? Ja, wir machen ne neue Lobby, ich mach ne neue Lobby, ja. Hallo Mori. Freddy, oder? So, ich schick wieder Handicap. Falsche Nummer, Alter. Ja, inzwischen ist das eher Handicap für die anderen. Stimmt. Ich bin Ranger. Wer ist denn jetzt noch raus? Nein! Ich hab keinen Bock, dass Ola ein Full Ranger macht. Ach, wir machen neuer. Ja, wir machen neuer. Warte, wer ist jetzt der König? Was soll ich jetzt eigentlich antragen? Ich bin der König. Wieso, wir sind alle rausgegangen? Maxim wurde nur der Zweite. Wir machen neuer auf. Ja gut, wenn der König einfach Ohrenbluten hat, so. Was soll ich denn tun? Wer will der Rival sein? Manchmal wird er auch der Zweite König, wenn der Erste stirbt. Und der Rivale von Maxim ist wer? Ich wette, der ist einfach gerade kacken gegangen. Der ist fertig mit dem Game, geht kacken. Deswegen nimmt der auch nicht an und geht nicht ans Handy. Wer geht denn bitte ohne Handy aufs Klo? Das ist echt dumm. Der ist einfach Cedrion drinne. Cedrion? Ja, geht auch. Alles klar. Geht los? Ja, geht los. Gehen los. Ich weiß übrigens nicht, ob das Cedrion ist. Heavy. Wer ist mein Rivale? Wo ist die Abstimmung? Die Abstimmung ist dem scheiß TeamSpeak. Ich habe gerade meine Frage nicht beantwortet bekommen. Wer ist mein Rivale? Ja, müssen wir uns überlegen. Wer soll Maxims Rivale sein? Hier ist die Abstimmung. Mach mal bitte alle auf Ranger. Trimax ist mein Rivale. Trimax hat schon ein Problem, ne? Ich hab richtig Probleme. Gib mir Ranger und ich bin dein Rivale. Was soll's? Trimax, Maxims Rivale. Und kriegt Ranger? Ranger. Ranger. Drückt mal auf Ranger, Leute. Oder Assassin. Was? Mein Game hat gebuggt. Geil. So, dann alle Ranger bei Trimax. Das ist der Deal. Okay, dann ändere ich mal das Overlay. Ranger. Das Overlay? Ich habe nichts bekommen. Nur weil du so ein Kack-Content-Creator bist, kann ich ja nichts für. Alter, ich habe einen Saga mit Negatron-Clock. Was ist denn eigentlich der Bewahrer? Guardian. Der ist der Rivale, Jungs. Bewahrer? Was ist ein Bewahrer? Bewahrer. Der Guardian. Ist andere die mit Negatron-Clock? Wer ist Cedrion? Äh, ein Lückenbüßer. Ein Lückenfiller? Okay. Ein sogenannte Assfiller. Warum schreibt er das? Warum schreibt er das? Warum? Ich kriege jedes Mal Ritter. Wie reicht's? Ja, das ist am Anfang so, Max. Ah, danke Kalle. Danke. Kannst du das nochmal erklären, Kalle? Habe ich ganz vergessen? Ja, am Anfang ist das so. Kurz muted. Meeting. Zack, CLG. Die Sonne kommt hoch und ich klicke immer zuerst auf Dienen. Also wirklich sofort. Was wäre da? Bogenschützer. Ah ja. Das heißt ja persönlich. Scheiße, Alter. Aber wir dürfen da keine Ranger kaufen, Alter. Das sind ganz scheiße. Was ist das Ziel? Alter. Trimix, Alter. Voll umgehen. So, wie sieht denn die Abstimmung aus? Mori casted. Oh ja, das kann sein. Ach, deswegen war wir im Game. Die letzte Runde machen wir noch weiter. Also, boah, doch nichts. Letzte Runde. Letzte Runde. Keine Items bekommen? 4 Items, Leute? Und ich darf keine Ranger spielen. 1. Ich hab 4. Ich hab 3. So. Also, Ranger brauche ich jetzt schon gar nicht eigentlich zu holen, ne? Ne. Hehe. Hehehe. Wenn ich 2 Mal Bank bekomme, find ich gut. 5 Mal. 2 Mal. 5 Mal. 5 Mal geholt hätte ich es trotzdem gekauft. Oh, lecker. Doppelklang. 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 Na 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 na. Das sind eigentlich die genauen Regeln. Also, hier oben ist die Regel. Ich bin das Kling. Hehehe. Mori, schreib mir auf WhatsApp. Stream mir grad ESL. Was ist los? Was ist los? Warte, ich schreib mir mal. Doppelklang. Hehehe. Hehehe. Doppelklang. Ey. Doppelklang. Siehst du, Kalle, wie du es für die Level 2 drauf hast? Die letzten Runden waren die lächerlichsten meines Lebens. Ja, das ist wirklich low, ne? Und jetzt werd ich hier geflamed. Trimix fühlt mich, glaub ich. Ja, ja. Es ist echt blöd, irgendwie. Das ist, also... Doppelklang. Oh, der hat Noble-Buff. Vergiss es. Du immer mit deinen Nobles. Was? Der Champion ist so pur Garbage. Garbage. Doch, wenn Kassel in dem ich steht, ist Tristana über gut. Ich hab noch... Einen? Einen Job bekommen, ja? Mumm da da duckn, dumm dum. Your eternity... Er... Ah... Was ist eigentlich hier los? Warte, aber Re WASIED! RANKER nicht kaufen, ist eigentlich ganz cool. Das ist so das Angehen. Glashybir, find ich mit 6 Units echt zu viel. Zu viel für meinen Brain. Das konntst du nicht handeln. Das konntest du von 0 handeln. Berending свои Glashybir wie Mol يع. Das geht halt gar nicht. So, Lucian, komm ran. Alter, die haben schon wieder zwei Läger. Alle Nobles auf Level 9, ne? Ist halt echt so. Ich hab dir das mal an, nicht die Schnitte. Ich hab noch nicht mal den Garon die Hälfte Leben abgezogen, bin tot. Ich find aber geil, wie der Blitzcrank dem Lucian die ganze Zeit hinterher rennt. Witzig ist die Tristaner 2 gewinnen trotzdem, oder? Jetzt hat er andere Freunde gefunden. Alter. Uh. So close. Oh, gut, no, in this way, come on. I don't know if you versteifst dich zu sehr auf deine Taktik. Spiel was anderes aus, außer die Tickenschön. Nur Tristaner sind's Maul. Was ist das? Schreckt. Ins Maul. Klar, ob ja. Your hands the fucking sink, bitch. It's the final countdown. Wait, hat gespielt gerade ESL mit Cedrion? Hä? Jetzt wirklich? Das ist halt die Fuck. Das heißt, Cedrion ist ingame, aber spielt auch TFT nebenbei. fang erst in der stunde an er macht gerade warm up er macht warm up er ist ja actually ultra clever tristana du hast schon sechs tristana ja keine ahnung was ist hier haben sie sogar sechs sieben tristana was ist mit kalle los so ja voll die geilen alle junge träne ist ultra geil ich darf als erster raus ihr dumm natten also keine ranger also nur nicht wahr aus ich habe schon sechs zu viel das war mein erster range so übrigens die abstimmung ist vorbei aktualisieren ja range hat gewonnen ab jetzt darf niemand mehr ranger picken nur noch fremix und denkt dran maxim hat das könig und hat den rival oh ja fremix da musste mich immer ich muss hier gar nichts ja magst du hast aber eben auch paar mal vergessen ja echt jetzt wenn ich schön mein swain weg machen können hast du hast nichts gesagt natürlich gegen kalle hp verloren danke alles klar alles klar kalle dann weißt du woran ich bin das übel man ja 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 ich weiß das weiß das jetzt ab heute weiß woran ich bin jetzt das bin hat der damage ist real gut gut nach dem anderen so heißt das kann du schon dann auf die meistern ist max die echten problem war die einzige kerry variante ist tristana ja aber die solar hat die auch wenn ich natürlich die frage werde ich das jemals schaffen war doch jetzt warte mal ich sehe zwei ranger wie kann ich das sehen denkst du echt du schaffst das tristan hat ein ranger tristana hat ein ranger tristan hat ranger ja er darf nur keine neuen mehr kaufen wie geht das mit absicht er macht das mit absicht der hat echt ein tumor leute wir müssen irgendwie eine dings machen petition für maxims der blitzkrieg ist fair wenn man den spielt der ist weg ja ich sag ja das spiel programmiert sich selbst auf fairness ich habe übrigens wieder weg wer ist weg was hat er denn was ist los was denn so try max wir sind rivalen stimmts ja ja stimmt ja ja stimmt aber ich kann nur verlieren ja ich hab gar nichts ich habe meine backline an was ist das was los ich habe kein bach ich habe kein bach ich habe keine wayne junge verstehst du das sind meine items analysiert bitte mein brett analysiere es du hast braun zwei oder welche intent wo ist mein blitzcrank was passiert der ist einfach nicht mehr existent jetzt ist doch wieder da ich mir pop hier alle das ist denn für eine scheiße ja aber ist doch wahr mir gefällt es auch nicht ja ist trotzdem wahr mir gefällt es nicht gefällt es dir eigentlich oder gefällt mir nicht aber ich habe so viele zwei ich weiß nicht wie ich die reinstellen soll ihr dumm jetzt ist doch los das spiel ich denn hier soll ich glaube ich kann den schon mal verkaufen weil ich den ersten roll 6 tristanas bekommen und jetzt 5 von mich kriegen wir nicht mehr die chillen wir sind ja weil die tristanas sind schon alle vergeben maxim hat die stufe 2 jetzt bin 40 stück alter eventuell 39 okay also 6 hab ich schon ich bin der master der fuckt ne ich hab nur 3 das ganze game kein ranger als vorschlag bekommen den einzigen wahren sind kreisel hallo ja hallo kann das sein ich hab hier jetzt ein ranger schön esch also vorgeschlagen schalke 04 hatte ich in dem foto markiert ja oh da ist sie ist wieder eine bei mir ist auch noch eine i got it ich glaube ich will die gar nicht das heißt du gehst auf voll ganz länger als nah brainless bitch ähm musst du jetzt wissen ich sag dazu nix hmmm all i can do boys is loving you leute poppy kriegt nicht redemption okay ich behalte die scheiß tier auf ja meine fresse meine phrase der blitzcrank oh einer ist aber das ist jubate jubate kevin ha 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 naja der nur schon war ein solo mhm 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 alter warum bist du so krass das verdämmchen gegeben ja man digga der hat hydra und red buff wenn ich full tank melee spiele wow danke merk ich ich mir bitte oh mein gawd ok jetzt gehts ab achso So, oder try oder doch mit den Items, na? Ach, ich bin enttäuscht. Oh mein Gott. Deswegen mach ich das doch. Ich fühle nur enttäuscht. Weißt du, ich hab hier wenigstens noch einen Rapid Fire dazwischen gepackt. Bevor der Red Buff kommt. Jura Level 3 ist doch ultra wasted, oder? Was ist wasted? Ja, ist ein guter Tank. Was? Ja, ist so. Die hat ein halbes Leben von Garen. Ja, aber die ultet übelst fast und hat dann für 2 Sekunden unendlich Garen Leben. Soll ich jetzt meine Tristanas für euch verkaufen? Ich brauch keine mehr. Kannst beeilen. Hast du die Stufe 3? Joa. Ich hab noch nie einen Tristaner mit Titanic gesehen. Die Ash ist natürlich jetzt weg. Ja, das klatscht. Alter. Was ist denn mit dem Luschen los? Ja, der ist komplett am ausrasten. Ey. Was ist das immer? Ihr mit euren Item. Ja. Das ist so krank, ne? Komm, die sind alle Level 2. Ja, guck dir das mal an. Ey, das ist so lächerlich. Ohohoho. Let's Crank Magic. Also du hast ne Free Unit drin. Ja, geil. Jo. Der Tannic ist schon Sarnic. Tannic ist gut, ne? Sarnic. War besser als ich gedacht hatte, muss ich sagen. Ja, man muss halt das Brain eines Star-Teams haben. So. 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 Jetzt geht's nicht los. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Ich hab übrigens noch nicht, ich hab übrigens noch nicht ein Mage gesehen. Also doch LULU. LULU. Ich möchte erwähnen. Aber die hab ich am Anfang gepickt. Aus dem Scheiß-Dreckskreisel. Ich habe noch keine Wayne als Vorschlag bekommen. Ich hab hier grad zwei Veins. Eine Wayne. Also ne Wayne. Wisst ihr was ich meine? Wayne interessiert jetzt, Alter. Das ist einfach krank. Ja, das ist brutal. Diese geforsten Games sind immer die Schwünste. Aber das ist blöd. Alter Rapid-Fire-Titanic, Junge. Geh dich mal buddeln. Wo seht ihr euch? Einheiten hast du auch gefällt. Das ist so lächerlich. Der knallt von da hinten dir die Adlerie rein. Das wird lecker, du. Lächerlich. Das wird dir lecker. Lächerlich. Ich beche mich weg. Barkeeper. Wer ist denn jetzt eigentlich? Du bist doch hyperrollen. Du bist doch hyperrollen. Ja, ich hab hyperrollt. Du hast gehyperrollt und sogar das gekriegt? Ja. So, wir dürfen keinen Ranger nehmen. Was nehm ich denn? Für mich ist einfach gar nichts dabei. Wer ist jetzt der Rivale Trimax, ne? Ja, Trimax ist der Rivale. Wird aber nix reinenden, Alter. Maxim war das glaube ich jetzt, ne? Hätte alle Ranger, aber mir fehlt ne Wayne. Ah. Dir fehlt ne... Du hast alles außer Wayne. Ich hab alle Ranger. Weißt du was? Ich geh für Infinity Edge. Guck. Das kann auch Graves richtig reinknallen. Ja, ich probier... Was? Dreier Graves mit Infinity Edge? Ja, ja. Na, aber da musst du trotzdem die ganz länger Tech Speed kriegen. Ja, ja, ja. Klar. Aber... So 800 der Aboid-Kritz. Schießt der nur einmal einen Monat. Monat? Außer er schießt in den Kasadin mit Phenomenz. Dann ist ganz schwierig. Dann ist das Wort schwierig. Ganz, ganz groß. Der Kalle ist immer so leise manchmal. Irgendwas baut der schon wieder. Der ist konzentriert, der Junge. Kalle blutet aus dem Arsch. Deswegen ist der gerade ein bisschen away. Kalle spielt einfach Rage-Blade. Der ist eine Mittel-Arsch-Entzündung. Rage-Blade. Mage-Blade. Blitzcrank... Der ist wieder wieder gekommen, oder was, Kalle? Bitte, was? Jungs, was gibt... 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 Das kaum kenn ich irgendwo her. Guck mal, jetzt hier. Trimax-Bumpf. Das ist einfach nur eklig. Ey, Twistern. Aber der Titanic-Progt nicht auch. Ey, was ist das für ein... Twistern, das ist ja eh egal. Twistern, warum hast du sieben Units? Force of Nature. Nein, hat er nicht. Doch, er hat es. So hab ich, so hab ich. Alter. Warwick 3 können auch sein Beitrag geleistet haben, aber... Oh, ein bisschen. Ich hab leider meinen Brand... Ich wollte meinen Brand so platzieren, dass der gehoogt wird. Oh, ist der denn? Oh, du bist Gags. Was gibt Giantsbetter und Chainless zusammen? Red Buff. Red Buff. Red Buff ist Kacke. Red Buff ist Kacke, oder? Red Buff ist Kacke, oder? Red Buff ist Kacke. Ich mag Red Buff nicht. Also die Meta nicht vertraut. Ich glaube, ich krieg hier die ganze Zeit alles, was Trimax braucht. Oh mein Gott, Wayne ist da! Green Wings of Fury. Rass mit Dramo und Nix. Schwierig. What? Wo bist du? Können wir mit dem zweiten Blitzcrank Level 2? Ich putter jetzt glaube ich ein bisschen rein. Ich muss. Greif jeden an, wenn der Bug sich rumdrehen muss, ey. Ich verlier wahrscheinlich die Runde, aber... Alter, was? Oh, Lucien! Ich bin Lucien 2. Alter, Solar! Oh, der Lucien? Lucien hat übelste AT, Alter. Alter, was ist denn bei dir kaputt? Ich bin ja noch Infinity-Edge gegen. Der hat einfach plus 60. Das ist einfach nur Tristana so, hey guys. Ich hab range. Hab mehr geflogen. Hey. Der Maxim hat echt endlose Range mit der Tristana. Ja, aber das Problem ist halt, dass ein Blitzcrank da ist. Heißt für mich halt, ich muss ganz anders mich hinstellen. Und dadurch kann sie das gar nicht so nutzen. Weil, wenn ich irgendjemand anders in die Ecke stelle, ist er halt AFK. Hey. Hm. Hm, da stimmt ja. Hey, AFK. Das ist eventually ein pretty... Ehh... Unusual Unit. Pretty Hard, pretty hard. Pretty Hard into my eeый. Doppelklang. Super. Er schafft die Vilfen nicht,. Schafft die diese aller? Na klar. Ah nah ist ja wild. Geil! Wölf die Vilfen. Ich hab 3 Tränen. 4 Tränen, what? Ich hab 4 Tränen. Ah, da kannst du Instant Ultimf spielen. Geil. Oh, ich hätte Dings für Dings. Bums. Oh, ich hab Naliga bekommen. So. Weg damit. Trimax spielt einfach. Was soll ich sagen? Morde Kaiser 3. Darius mit Morello? Ich würd eher Red Buffs sehen. Was ist BF mit der Chainless? BF mit der Chainless? Ja, das ist einfach noch Scheiße. Guardian Angel, glaub ich. Geh A's auf dem PvE, zieh ich nice. Weil dann bloß du wiedergeboren und hast ne Stufe mehr. Ehre. Das ist geil. Oh, es ist Tarnam Warwick. Der Henno wieder. Der Henno, ich glaub, ich krieg dich raus. Und mein 3.000 Leben wurde einfach gefannt. Was ist das denn? Ich hab wieder nur Scheiße. Oh, noch nicht. Oh, Alter. Was machst du da? Alter Junge. Was hatten wir getan? Diese doch Trimax Ranger. Ich hab einfach legit 4 Tränen, Alter. Ja. Ich würd jetzt sofort Instant Old spielen an deiner Stelle. Ja, aber auf wem? Auf deinem Eis. Was? Alter. Ah. Now we're talking. Oh. Ah. Kennst du das, wenn du Gangclank nicht kriegst? Und dann kommt einfach ein F. Ja, das ist ja eigentlich nie Piraten. Richtig. Alter, was ist das für eine Sijuani? Double Seraphs. Ja, ich hatte 4 Tränen, ich muss irgendwas machen. Der Trimax mit dem Ranger. Oh, und dann wird's von Blitzkrieg rausgenommen. Oh, einer. Ah, gute Ulti. Die Lulu kann die ganze Zeit nicht attacken. Die muss ich nach vorne schuhen. Oh. Oh, schade. Das war's. Oh, er hat die rausgekickt. Aber das war's. Das war's mit dir, Kevin. Oder? Weißt du das? Alter, der Morde ist unkillable mit der Warmox. Das ist mit dem Morde los. Das war's. Das war's. Das war's. Und was heißt das jetzt für die Gesamttabelle? Alter, Hennu, wir sind's. Ihr seid also beide besten Spieler. Scheiße. EU-West. So, Leute, machen wir was Dummes? Machen wir was Dummes? Wie viel Leben hat ein Kalle noch? Blitzkrieg, der fickt meinen Kopf. Also die Kinder darf ich jetzt nicht nehmen, oder? Nee. Nee. Sascha ist verboten. Habe ich Lusche weggerollt? Oh, bitte. Einfach noch nicht Kalle. No way. Er hat angefangen aus dem Brauch zu bluten. Musste leider gehen. Mr. Ranger. Ja. Was bist du denn? Digga, mit einem F, wo ist die denn jetzt schon her? Die hab ich, äh, geteckt. Alter, meine, Cidran hat vier Tränen und braucht trotzdem zehn Sekunden zurück. So krass, was ihr alles habt. Alter, die sind einfach alle aus der Ult rausgelaufen. So insane. So insane. Als wenn Tristana ist Level 3. Tristana muss nur einen Out-Attack machen. Alter. Und die macht, er wirft einfach die Bombe. Okay, also Double, äh. Die macht komplett so. Set vor allem. Es gibt nicht doppelt Mana wieder. Oh echt? Es gibt nur einmal Mana. Dum, 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 dum. Muss ich jetzt Ranger picken, wenn ich schon alle Ranger auf dem Feld hab? Ja. Ja. Die Hoffnung. In der Richtung. Ja. Hm. Ah, ich darf die Tränen nicht mehr. Rivale, lol, Rivale. Ich bin Rivale. Ah, zu spät. Maxime, stirb. Ich hab dich getötet. Stirb. Nimm alles runter. Ist nicht zu spät. Nein, eins darfst du. Ist nicht zu spät. Ist nicht zu spät. Eine Einheit runter. Was ist aber, wenn der keine Level Einser hat? Dann ist Unlucky. Dann muss eine Level Dreier herhalten. Aufm Board, oder? Dann muss eine Level Dreier herhalten. So funktioniert es. Hat Maxime was? Ach, du kannst die Miss Fortune rausnehmen. Miss Fortune raus. Ah, ne? Geil. Also wir müssen ganz schnell Trimax klingen, Leute. Die hat jetzt Instant geultet. Doppelklang. Pack mal den da rein. Dann müssen wir doch Brian rein. Ich will aber auch nicht, dass der gehobt wird. Ich bin jetzt so lange Schiedsrichter. Ich glaube. Ich weiß nicht, Leute. Für Garnstringers fährt er. Also am Kragenkisten ist echt Solas Pristana. Oh no! Ist echt so dumm. Ist so dumm. Ist so dumm. Im Prinzip hat er die gleiche zu Tristana eigentlich. Hallo, wir drehen, ey. Nein, er hat die bessere Items. Wir drehen einfach umsonst. Ne, ne. Ich hab die gleichen. Du hast die gleichen Items. Ich hab ein bisschen was ausprobiert. Das ist halt das Standard-Bist. Das ist so dumm. Ja. Alter, deine Tristana ist so krank. Die Tristana schießt einfach aus Madnessy. Sie sind diese Range. Er muss halt zweimal dashen, um sie anzugreifen. Seid ihr eigentlich Klone, Maximo und Sola? Weil jede Runde spielt die gleiche Comp. Wir werden ja limitiert. Er wird ja normalerweise Gläschel spielen. Aber es sind ja Ranger jetzt weg. Stehst du da? Ja, ist schlimm. Das ist so traurig. Wen soll ich den Folie machen? Sind wir die Assassins von euch? Nein. Haben die Assassins genervt? Ich dachte, Volt-Assassin wäre auch richtig okay gewesen. Aber irgendwie spielt das keiner von uns. Nö. Also das Akali-Sorcerer-Ding ist halt ein Mega-Busted. Akali-Sorcerer, hm? Ja. Dann buffst du einfach die Akali mit ganz hinein, dann bist du das. Genau. Gibt's hier Rabadons, Glitch-Bane. Und dann hat die Sorcerer-Buff. Ey, du hast kein Blitzing mehr. Du scher. Ich würde das nicht einfach Sorcerer-Dings. Boah, Alter. Oh, die bist fort! Wuhu! Alter. Aber das reicht halt nicht. Weicht halt nicht. Weicht halt nicht. Aber reicht. Die fucking Tristana auch nicht. Also die Seju ist die Enttäuschung des Jahres, halt. Die hat vier Tränen und braucht elf Jahre zu ulten. Oh mein Gott. Erst spiel ich... Ich spiel einfach die ganze Zeit permanent. Gegen Maxim. Dann gegen Solar. Dann gegen Maxim. Und die Tristanas einfach nehm ich jede Runde durch. Ja, ich wurde... Ich wurde... Ich wurde auch grad von nem Sorcerer getötet. Trimax hat Ranger und Elementalist. Ja. Ich bräuchte Chogat. Der muss hier langsam raus. Trimax hat auch gar keine Eifens. Dem geht's genauso wie mir. Ja. Er hat da ne Warmox rumliegen. Ja. Klar. Ich hab null Tanks aufgetreten. Ja, das Problem ist echt dieses Item Randomness. Das ist halt wirklich... Ja, du brauchst Tanks. Jetzt kommt keine items. Keine items? Echt jetzt? Ich hab auch nicht eins. Ich hab auch nicht eins gekriegt. Mit Tränen nochmal. Ich hab auch keins gekriegt. Du wirst mir in Tränen heute. Würde ich auf Kindred, glaub ich, machen. Ah, ich würd auch. Dann machst du... Ja. Mit Kindred Old richtig schön früh. Oder Instant Ash Old. Tue Kindred nach vorne. Mach Frozen Heart drauf. Und die Warmox. Frozen Heart wird das nicht. Es wird Redemption, wenn sie stirbt, dass es das Leben gibt. Ach so. Aber wenn sie stirbt, ist eh zu Ende. Ja, ja, ja. Ich mach... Egal. Baller Warmox auf sie drauf. Stell sie nach vorne. Warte. Tu es. Trust me. Nee, nee, ich bin besser. Ich bin noch besser. Ist ein guter Plan, würd ich auch machen. Aber ich hab noch besseren Plan. Hm. Wo denn? Wir warten. Verstehe. Bam? Try Maxi gegen Maxis. Oh, das waren alle. Ist mein Grunum hingegangen? Aber es ist scheiße für den Planer. Die will ich wegmachen. Die wird schon wieder gemana burned. Die Sejuani ist legit komplett useless. Alter, der hat den Schubadock ab. Jo. Oh, der Stannach schon wieder. Was war das? Der Gameplay. Gameplay. Da will ich einfach keine Scheiße. Das kannst du keinem erzählen. Come on. Der Sejuani hat drei Runden dann nicht geholfen. Mit vier Tränen. Dann laberst du noch keine Gesäge ausgeben. Was du laberst? Was du laberst? Du laberst über Sejuani. Was laberst? Also, Try Maxi, wenn du jetzt die... Ah, weiß nicht. Ken und Brand verkaufen, richtig Glacial gehen. Nope. Okay. Dementarist, Ranger ist besser. Oh, jetzt. Ja, Ranger und Glacial. Oh, Doppelklang. Oh, das ist so anstrengend, wenn man einfach... Mehr Halbflacial. Vier Glacial reicht. Keine, keine, keine Ranger. Du hättest dann sogar für... Du brauchst noch einen Glacial. Aber da hast du... Kann ich nicht. Was soll ich machen? Elementarist drauf ist? Ja. Du nimmst Ken raus für Leona. Und Brand für Sejuani. Alter, was ist das für eine Seju? Ja, die ultet wieder nicht. Ah, doch. Das ist nur das erste Mal, dass sie instant ultet. Ich würde trotzdem... Oh, nicht drinnen. Darius, bitte. Oh, mein Gott. Yes. Alter, der Darius fiel, ey. Reicht, Sanic. Holy shit, das ist gut denn für einer. Wen spiel ich hier? Den Sugar hat er noch gehabt. Komm, das Gute ist, du machst das Gefühl. Alter, übel wenig Damage. Na, ich sag raus, der Kalle. Ich kriege keine Rücken mehr raus. Und dann ist auch over. Kein AD-Item und kein Attack-Speed. Komm. Schwierig. Ich hab das halt alle gemacht. Was macht die Ash? Was hat die Ash gemacht? Holy shit. Was heißt denn das jetzt hier für die Gesamtheit? Ja. Ja. Also? Man, das C2 kann ich kaufen, ne? Hastag. Jetzt willst du ja hier genau ein paar Punkte bekommen. Was, was, was kann denn passieren, wenn ich rerolle? Ich kann nichts Level hochkriegen. Ich will auch nicht mit Gold sterben. Ja, hau, hau Brand weg und Canon. Und reroll die Scheiße raus. Ein Glacial und Leona. Kein Gold, kein Gold. Das sieht richtig, Leute. Da haben wir wieder aus, ey. Wer atmet denn da so? Wer ist denn das? Wer atmet denn hier alles? Super eklig. Wer atmet denn hier? Wer atmet denn hier? Wer atmet denn hier? Das war Maxime. Nein, das macht immer die Bombe! Maxime, nice. Sie muss einfach nur ein Auto-Tank machen. Ich glaube, Tristan pustet ins Mikro. Da! Crimex. Anivia. Darf ich nicht nehmen? Ja. Doch. Es ist, Leute, es ist kein Ranger drin. Ja. Hast du Glück gehabt? Puh. Das ist ja mal ein bisschen Glück. Obwohl, die Bär wäre sogar besser gewesen, glaube ich. Okay, jetzt haben wir die nochmal. Musst du. Kannst du den doch gar nicht reinstellen, hallo? Hä? Kannst du den nicht reinstellen? Ja. Ich habe keinen Platz. Langfristig. Keine Ahnung. Ich kann aber die ja nie mehr reinstellen für ein extra Glacial. Ja, 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 ja. Dann nimmst du schön... Was nimmst du da raus? Canon, würde ich sagen. Ah. Schwierig. Brand, Damage... Nee, ich mache... Ich mache Canon. Damage hast du genug. Ich würde... Ich würde Brand raushauen. Ja, Brand raushauen. Ja, so. Weil hast du noch mehr AOE? Wo bist du? Oh, Brand weg. Direkt verkaufen. Verkaufen. Mehr Geld. So. Warte. Oh, die Anivia da am Rand? Die ganzen Level 1er sind vorne. Frankx, wo sind die Ranger? Du hast nix Stufe 3 und bist der einzige der Ranger nehmen kann. Ich habe eine Wayne. Meine Wayne ist richtig frisch. Die habe ich eben erst bekommen, ne? Das ist so schlimm. Der macht mich fertig psychisch. Ganz neue Wayne ist das. Trimax muss jetzt hier gewinnen. Alter, ich verstehe hier gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Oh, gegen Trimax. Jetzt mal gucken. Oh mein, Yasuo. Yasuo darf nicht ulten. Mit der Level 1. Und jetzt kommt Kindred ulten. Schön. Natürlich ultet der noch. Oh, deine Frau! Kindred ultet. Genau. Kindred ultet zieht noch. Holy shit. Und dies. Ja. Ja, ja, ja. Deswegen hat die so viel extra Leben. Das war's. Oh, Yasuo, was ist das? Oh Gott! Gangplank? Oh! Der Gangplank hat grad die Ult macht. Alter, hätte der noch geultet. Du müsst Kevin rauskicken. Wenn Kevin unter mir ist, gewinne ich. Oder denn? Wenn den kauf ich, klar. Wirklich nur, das ist nur dieser Sichuanistun, den kann ich ja nicht verhindern. Warum ist kein Mod da, der die timeoutet? Versteh ich nicht. Yasuo, Level 2. Ich kann's ja machen. Muss ich jetzt alle Ranger immer kaufen? Ja. Geht ja. Echt? Immer? Ich muss immer die Ranger kaufen? Ja. Kein Gold mehr. Drei Ranger. Ja. Maxim ist schon raus. Ich bin raus, ja. Ich wurde ge-instanced. Ich war das ein Rivale. Deswegen hab ich ihn... Schon wieder gegen dich. Welche Einheit hab ich dir eigentlich vorhin abgezogen, Maxim? Meine MF hab ich lange nicht mehr. MF? MF war das, ja. Nee, ich bin schon raus. Verzeihst du mir das? Ach so. Ja, ich glaub die MF war nicht mein Problem. Kindred ist halt so krass. Wenn du kommst so tanky, what the fuck. Kindred Ult ist so krass. Kindred Ult ist so krass. Nicht auf den Golem! Nein, das ist so krass. Ich bin cool. Okay, die sind drunk, na. Wie kann ich das gewinnen nach der Sejuani-Ultimate? Ja, du hast halt fucking Noble. LOL! Ja, so ein bisschen. Wie doch einer Backslap. Das ist halt doch mit Seju 1, die stunt halt nicht so lange. Ich weiß weiter, dass Power of Evil voll Noble ist. Normalerweise müsste ich jetzt so locker Seju 2 kriegen, weil ich welche habe. Das Ding ist, diese Leute, die sich von Anfang an auf eine Comp entscheiden, ne. Ja. Die kommen damit hier immer durch. Ich nicht. Ich nicht. Ich krieg immer am Anfang Mordekaiser, Darius, Garren. So. Und dann kommt nur durch einen anderen Haufen Scheiß und ich krieg keine Items. Belohnt. Bei mir auch so. Ja, genau. Bei mir auch übrigens. Bei mir auch so ein Spin-End-Off-Match-Hill-Garton. Bei mir auch so ein Spin-End-Off-Match-Hill-Garton. Geil. Oh, der wieder den Weghook da hin. Ich bin für Trimax, auch wenn das heißt, also für die Gesamttabelle heißt das einiges, aber ich bin für Trimax. Dann heißt das einiges. Alter, das ist gleich. Ich hab auch keine Items einfach. Ich hab kein WF-Sport. Ja, das ist das Witzigste. Ich hab kein WF-Sport. Ja, ey. Ja, ey. Oder ne Shoo-Chin oder irgendwas. Shoo-Chin, ja. Ich hab die Träne seit Anfang an drauf. Ja. Tell them. Shoo-Chuck, Junge. Das wär übergut. Ich würd die Kindreds verkaufen, weil die kriegst du eh nicht auf 3. Darf ich nicht, oder? Nee. Oder? Oh. Die Kindreds verk... Ach, die beiden. Ist denn hier so doll erster? Was ist das denn? Wobei, die kriegst du eigentlich eher auf 3 als zum Beispiel so ne Vayne noch. Weil die Prozent... Oder? Ja, doch. Darf ich denn verkaufen? Darf ich den Ranger verkaufen? Ja, deine Bank ist voll. Oder? Sonst wär... Ja, ich würd schon sagen. Kannst du die Cam verkaufen, aber das bringt auch nicht so viel. Also, weil sonst bist du ja... Ich hab nichts verkauft. Hab ich die Regel gehalten. Hast du den Varus geupgradet? Ja. Okay, das wird ne Seju-Ult. Alter, bist du voll erster. Oder es wird ne Katastrophe. Anidia ist raus. Fantastisch. Ja, aber das ist doch gut. Alles andere wär schlimm. Ach du Scheiße. Seju ultet halt immer die, die zu ihr steht. Na, da ist halt kein Stich. Oh, nice. Wie ist der denn so tanky? Guck dir mal die Alters an. Das war's. Das war's. Das war's. Seju hat ihn einfach... Der macht dich weg. Einfach. Seju hat mich komplett getrollt. Der macht dich weg, Primix. Du musst zweiter werden, Kevin. Dann gewinst du das in dir, ne? Ich hab fein die F-Sword. Oh Gott. Das ist komplett alter. Da ist das... Ach nee, doch nicht. Du hast... 3 HP. Hast du mir noch drin? Wieso bist du noch drin? Ach so, nee, doch nicht. Du hast drei Punkte. Du musst ja erster werden. Du musst ja erster werden. Ich spiel doch Glacial, Alter. Ich spiel Glacial Ranger. Das ist mehr Meta, geht doch gar nicht. Hab ich... Hab ich ihm gesagt? So, das gibt ein Max-Level. Klar. Das ist Level 9, ja. Alter, das sind Fragen, die stellt man by the way nicht, ne? Alter, du hast heute schon einige Fragen gestellt, die man nicht stellt, Alter. Du hast halt Max-Level ohne Unit mehr. Du spielst halt 10. 10 gegen... Zehn... Ne, gegen 7. Ne, okay. Jetzt sind gar noch so auf 8. Das ist halt eventuell auch ein Grund. Neben dem Nobel. Ich würde noch ein paar Sachen verkaufen. So, Kevin. Jetzt die. Hä, mal gucken. Komm, Try-Man. Den machst du easy weg. Der Yasuo nerft die Leute. Oh, ich weiß, man kann das gut werden. Oh, das ist gut. Doch, doch. Der Yasuo carried halt übelst hart. Ja, du hast halt nix. Level 3 und du hast keine Items. Jetzt langsam macht es bemerkbar, dass du keine Items hast, Ryan. Hab es nicht. Ich schwöre... Das ist mein Damage. Habt ihr mein Varus gesehen? Tristan, du musst mich jetzt stolz machen, das darfst du jetzt nicht verlieren. Eieieiei, na gut. Tristan? Ich hab die erste Wayne. Ja. Was ist besser, Jungs, Guardian oder... Mehr Power View als Alter, die Wayne kann ich dann behalten. Was ist besser, Guardian oder Peri, Jungs? Die Wayne nicht. Guardian. Also NoWay ist ja vorab ausgeschieden und dadurch auch leider disqualifiziert und somit Letzter. Leider disqualifiziert, Letzter, ja. Come on. Tristan, mach mich einmal stolz im Leben. Genau. Also wenn SpinN1 das noch gewinnt, dann kriegt er 10 Sub-Gifts von mir. Das noch umstellen musste. Kevin ist gewinnt. Ich versuch die Miss Fortune mehr zu schaffen. Ich mein, diese Wetten bei diesen Fortnite-Streamern, ne? Glaub ich hab die Miss Fortune mehr dazu, ja. Ah, ich hab dann rein. Oh, Jasuo, Jasuo, Jasuo müsste es sein, oder? Oh ja, der ist drin. Oh, okay, das ist gut. Das ist nicht. Seju ult, wirklich. Seju ult! Die gibt's nicht. Die sind alle gestunt. Oh ja, oh ja, oh ja, 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 ja. Äh, doch keine Sub-Gifts. Hat der, hat der, hat der, hat der Tristan. Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. Was sagt ihr? Das gewinnt ja locker. Das gewinnt der! Tristan, wie kann der das denn gewinnen? Du gewinnst. Der Jasuo hat einfach mehr HP als vorher. Oh no. Der Jasuo hat komplett so rum. Dacht schon. Dacht schon. Dacht schon. Eieieieieiei. Oh, ich hab ja. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend nochmal. Auf den letzten Meter, meine Damen und Herren. Du darfst den Wausen. Wird Kevin die 10 Sub-Gifts bekommen? Wird Kevin die 10 Sub-Gifts von Trimax bekommen? Ich kann mich nicht mehr halten, du. Alter, ich glaub, Paul V macht jetzt gleich seine Elfte-Unit ein. Du musst dich halt echt, du musst dich nur auseinanderstellen, dass die Seju dich nicht so fistet. Die ist halt so richtig, richtig am... Da liegt noch Gold rum. Ich glaub schon, dass Kevin die bessere Comp hat. Diese MF knallt halt so durch, ne? Aber die kriegen nicht die weitere MF, leider. Oh, das ist aber schade. Der muss einfach nur die MF hucken. Aber das ist gar nicht so einfach, ne? Nee, das geht gar nicht. Jetzt ist das hier so ein Ge-Ge-Gamble, ne? Wo stelle ich meine Jungs hin? Das ist kein Ge-Gamble, das ist ein Knowledge, Alter. Das ist Ge... Come on. Ja, das sieht gut aus. Das ist einmal die Doppel-Dreieck-Taktik. Ah, das sieht gut aus. Okay. Hat er, hat er, hat er. Jetzt gehen die an links, es gehen die halt alle auf. Wie ein Hoopter ist die Frage. Naja, er wird sich erst mal unten, oder? Oh! Oh! Na, kann ich ulten? Oh, oder? Doch, 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 gleich, gleich, gleich. Alter! Fortune-Ultimate! MF-Ult. Alter, was macht mir so, wie tut der Match? Nee, genau. Jetzt kommt Show-Gart-Ult. Bumm. Ja, nee. MF-Ult. MF-Ult. Nee, warum das? Nächste MF-Ult. Aber die ulti halt zweimal, das ist halt unnormal. Der Blitzcrank, der hat halt keinen... Er ist voll. Ja, Blitzcrank hat's dir versaut, Tristan. Oder versaut es dir. Tristan. Aber beide verloren. Unentschieden! Zwei HP! Holy Shit! Kevin! Okay, ich hab ein Show-Gart-Upgrade nochmal. Das war Show-Gart 1? Nee. Ja! Das war Show-Gart 1? Nee, 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 nee. Bei Tristan war's Show-Gart. Ach so, okay. Ich dachte... Scheiße, Alter. Wait, da hat kein Blitzcrank mehr. Ja gut, der hat eh getrollt die letzten beiden Runden. Blitzcrank ist ein mehr Troll bisher. Okay, das war's. Kevin hat die Upgrade. Der ist ja Draven 2, ne? Hab Gifts hier noch im Raum? Wenn Kevin die einfach auf 2 kriegt, dann ist Lost, glaub ich. Für wen? Junge, der Blitzking ist wieder drin. Und er holt sich jetzt... Noooo! Yo, 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 yo! Oh, Alter, aus Sans! Du, mein Gott! Und du nicht, Kevin! Und du nicht, Kevin! Deswegen ist er's jetzt! Alter, LC und S. Nee, ist ja LEC. Und Maxi sagt noch Blitzcrank ist ein Troll-Pick. Ja, aber ich meine, er Trolls halt wirklich damit, ne? Naja. Naja. Ich bin so stolz auf dich! Ja, er hat sogar den Finishing-Move gemacht, Alter! Was heißt das für die Gesamt-Tabelle? 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 Meine Damen und Herren! Ja! So, die letzten Zahlen werden gerade eingetragen. Ich weiß gar nicht, ob das reicht für mich. Aber hoffentlich bin ich zweistellig. So, Achtung! Kommen wir, Werbel? Nee, Cedrion ist raus, Junge. Ich bin Fehler. Also Eich gewonnen hat mit 38 Punkten Niko Linke. Warte mal, wie close das geworden ist! Platz 2 mit 37 Punkten Kevin Rubitschewski, Alter! Dann... Ja, auch Applaus, ne? So, Platz 3... Platz 3 ist dann Maxim mit 33 Punkten. Ey, das ist ja übel dumm! Das passiert doch nicht anders! Du bist schlecht! Platz 4 ist Tristan! Platz 5... Ja, da klappte ich auch mal! Cool Job, Tristan! Ganz stark hier! Platz 5 ist Kalle! Ehre! Platz 6 ist Trimax! Bühn! Nee! Doch! Ja! Nee! Ihr seid beide Platz 6! Wir sind beide auf Platz 6! Und Platz 7 ist No Way For You, weil er leider ausgeschieden ist! Egal! Gut! Dann beide Platz 6! Gut gespielt, Hanno! Gut gespielt, Freyman! Nächstes Mal dann noch mit items! Ja! Du, Q! Aber immer Top 3! Maxim, das war die Rache! Ja, das war das raus! Im Moment hab ich gewartet! Du hast aber Klische gespielt, das bin ich sehr enttäuscht! So Leute, das war das erste Mal Autochess am Abend! Ich würde sagen, es war erfolgreich! Jetzt hoste ich noch den besten Autochess Spieler, den ich kenne! Also wirklich! Apostel! Wenn ihr was lernen wollt über das Game, geht zum geilen Schweden! Das ist TheBrain! Der hat PUBG gesuchtet und hatte 91% Win-Rate! In nem Lackspiel! Also anscheinend ja nicht! Also geh da hin! Ähm, das war's für heute! Wir sehen uns nächsten Mittwoch! Wir sehen uns morgen! Morgen beginnt das Magic-Event! Alla! Krass Magic-Event! Ich geh da hin und rasiere alles weg in Krefeld! Der Take-TV-Bar ist ja meine Hometown! Alla! So, bis zum nächsten Mal! Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!